Beginnt es. Herzlich Willkommen zum Stream. Moment, einmal kurz noch hier einstellen. Ja, scheiße. ZZ wieder richtig am Start. Wir legen los. Dein Steam OS 9. Mal gucken, wie es wird. Ich sag mal noch nichts. Die meine Videos verfolgen, wissen sowieso, wie ich zu dem Spiel stehe. Es gibt Klonwaffen, neues Kampfsystem. Mal schauen, mal schauen. Ich lasse mich überraschen. Ich habe noch nicht mal das Intro gesehen. Ich habe mich überhaupt nicht spoilern lassen. Und das ist geil. Ich habe einen eisernen Willen, Freunde. Ich habe es geschafft. Ich habe mich nicht einmal spoilern lassen. Ich weiß, welche Charaktere es gibt. Und welche es nicht gibt. Works jung. Ah ja, ciao Jungs, nackter Oberkörper. Kaffer Pride. Ich habe mich überraschen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hyrule Warriors. Das mache ich nie, weil ich so Oldschool bin. Also ist das alles so geblieben. Es laggt ein bisschen. Das liegt nicht an der OBS. Es läuft auch nur auf 30 FPS. Das Spiel ist natürlich bitter. Also wenn es jetzt hier teilweise laggt, nicht nur wegen mir. Weil es grafisch ehemals immer weiter aufgemotzt wird, aber irgendwas. Naja, mal gucken. Erstmal schauen. Erstmal schauen. Mit der Auslösungsangriffen R1 Plus. Oh, jetzt können wir was Neues. Können sie Feinde in die Luft werfen, betäuben, Status ändern. Aha. Können auch Angriffe aufladen, indem sie die Taste für eine gewisse Zeit gedrückt halten. Sie können ihre Kraft üben. Bla, bla, bla. Ich probiere das lieber selber aus. Geh mir jetzt schon wieder auf den Sack, dieses Tutorial. Zuziehe! Jetzt schon gegen Zuziehe. Und Dein Stoers 5 warst der stärkste Charakter. Na dann, mal los. Ja, die Stimme ist neu von Zuzzi. Ja, müssen wir mal sehen, ne, wie gut die Stimmen sind. Finde die in Ordnung. Aber die alte war besser, aber ich bin eh so oldschool. Oh, ich muss jetzt diese blöden Angriffen machen. Ich will das machen, was ich machen will, man. Ja, steh doch auf, du Lappen. Bogenspannen kann ich. Loll, wie geil. Man hat den Bogen wieder. In DB6 wurde er abgeschafft. Drücken sie nach unten, um den Bogen vorzubereiten, wenn sie in Schussmaß sind. Ja, dann können wir Shooter spielen. Call of Deinest Warriors. Gerne. Loll, das ist ja echt so aufgemacht. Wie geil, das ist ziemlich gut eigentlich. Also ist besser als in der alten DBs, muss ich zugeben. Englische Synchro ist Cancer. Ja, müssen wir sehen, ne. Also in Samurai Warriors definitiv. Bis hier, das weiß ich nicht. Ja, was wollen die jetzt? Achso, ich soll den anderen, wie mache ich den Bogen wieder weg? Achso. Ja, zu zieh, verkloppt mich ruhig. Ist mir egal. Fließende Angriffe, Quadratzeiten, Kumbauangriffe, bla bla bla. Mann, ich bin nicht von vorgestern. Achso, die sagen aber, dass man das so kombinieren kann. Oh Gott, das Kampfsystem, Freunde. Ich will das alte wieder haben. Kann ich das Tutorial überspringen? Ich würde es gern selber herausfinden. Um ehrlich zu sein. Ich würde es gern selber herausfinden. Was wollen sie jetzt? Hä? Soll ich weiter gegen den kämpfen? Lernen die Kampfgrundlagen. Das steht ja immer noch. Sieht stylisch aus, ist aber alles nur Quadrat-Taste gewesen. Lubus-Känzer. Oh, will ich nicht hoffen, weil Lubu bin ich sehr pingelig. Als ob die jetzt die ganze Zeit wollen, dass ich die so gleich scheiß mache. Das gibt's doch nicht. Muss ich dreimal oder vier, fünfzig Milliarden Mal hintereinander jetzt machen. Nicht cool. Ich werde sowieso diese Angriffe am Ende nicht verwenden. Ich kenne mich. Ähm, ich bin da einfach zu Oldschool. Ich hoffe, ich muss sie sagen, dass wir nicht verwenden. Sieht zwar ziemlich stark aus. Gucken wir mal, ne? Weiß jetzt, wie es geht. Reaktionsangriff sind starke Angriffe, die hier ermöglichen, starke Technik auszuführen. Das kennt man. Kontern kann man. Oh, nö. Bitte nicht kontern. Ich lasse Konter in jedem Spiel. Auch in Smash Bros. Spezialangriffe. Spezialangriffe sind aber nicht Musurangriffe, oder was? Ne, scheinbar nicht. Ey, jetzt bin ich hier festgepackt. Zum Glück kann ich springen. Ach, so ziehe ich es jetzt endlich weg. Keine Lust auf das Story. Ich will jetzt kämpfen. Aufstand der gelben Turban und so. Da war ja was. Ja, wird nun beendet. Danke dafür. Die Konter nicht zu viel. Das macht zu viel Schaden. Ja, ich benutze es sowieso nicht. Keine Angst, ich bin zu oldschool. Ich werde diese Vleece wahrscheinlich auch nicht verwenden. Könnt ihr mich verraten. Ja, zuziehst neue Waffe. Kotz. Aber wie, Kotz? Wenn ich nicht streamen würde, hätte ich hier auch schon hingekommen. Ja, ja, Masamune. Gerade du bist schlecht in Kontern, ne? Ja, ja. Kappa. Kappa ist da. Du musst das. Du bist sehr schlecht in Kontern. Mal gucken, ob die Zehn Eunuchen dabei sind. Nach den gelben Turban. Mit seinem Dackel, ein Mann, der im Namen Zhang Xiao, sah. Mit seinem Dackel, Dackelface. Er begann die Weg der Friede in der Ji-Provinz. Und hat Hilfe der kommunalen Menschen gebracht. Er gewinnt ihre Herzen fast sofort. Dann, in der Jahr 184, riecht er in Revolte gegen die imperialische Korte. His Yellow Turbans rose up in every district across the land. History would later refer to this as the Yellow Turban Rebellion. The imperial court unsuccessfully tries to suppress them, but is defeated. The fate of the 400-year-old Han Dynasty is about to be decided. Ja, ich kenne die Geschichte natürlich. Deswegen gucke ich schon auf den Chat. Ich kenne ja die ganze Geschichte. Jo, Laslo, alles klar. Oh, jetzt beginnt Open World. Das finde ich schon cool. Die Ladzeiten sind uncool. Ach, Zen, du bist es. Jo. Lange nicht gesehen, Mann. Alles klar. Ladzeiten sind hartzeiten. Na gut, wenn Ladzeiten sind, kann ich mit euch interagieren. Für einen Livestream ist es gut, für einen LP nicht. Es gibt mehr und mehr Menschen diese Tage, die kommen, um meine Strahl-Werzen von anderen Vierteln zu kaufen. Der Turmöil der Krieg hat das Geschäft sehr schrecklich. Das geht automatisch weiter, müsst ihr euch selber durchlesen. Schatz. Liubei. Liubei. Er ist ein Herr von Liuzhang, der Prinz von Zhang Zhang, und der Bescheid des Westen-Han-Empires. Ja, wenn ich, ähm, lesen kann, der muss Englisch können. Eins von beiden. Im LP würde ich das wahrscheinlich vorlesen. Aber es ist halt Livestream. Ja, bei mir auch. Muss ja, ne? Da musst du halt Try-Harden. Mit dem Englisch. Oh, was sollst du aufruhen? Oh, die Bauern. Die Lappen. Ja, wenn mein Bruder zurückschreibt, lass nur. Huh, das ist ein bisschen gefährlich. Ich spiele schon auf Smash, aber ganz hin und wieder halt nur. So für mich eigentlich, wenn ich Zeit hab und Lust. Nur Turniere halt nicht. So, lustig, ich bin immer noch gut in Smash. Ich kann Masamuni hier im Chat bestätigen. Nein, ich hab noch keinen Switch. Und jetzt werd ich erstmal PC-Teile kaufen. Damit ich hier besser streamen und aufnehmen kann. Aber dann kommt die Switch. Aber ich hab schon ein Switch-Spiel. Shoutout an Lesbe Marcus, der hat mir nicht eins geschickt. Fire Emblem Warriors. Fehlen nur die Switch, ne? Ah, mein Rio, der alle kaputt gemacht hat, ohne richtigen Show-Youten, ne? Müssen die ja verschwinden. In der Geschichte war es so, als das Dorf abgebrannt ist. Na, gucken, ob das noch kommt. Ich war ja damals auch nur so ein Schuhverkäufer, lustigerweise. Wird hier natürlich nicht gesagt, wird in keinem Spiel gesagt. Weil Rio Bay immer als Held dargestellt wird. Und wenn man sagt, das Schuhverkäufer ist halt nicht so hellnervt, ne? Ich hab' nicht gesehen, ob du deine Gesichter hier vorhin gesehen hast. Aber ich bin dankbar für deine Bravier. Ich bin dankbar für mich, und wir werden das Dorf abgebrannt haben. Ah, das ist Lusang-Dorf wahrscheinlich jetzt. Schlacht am Lusang-Dorf. Gab's den Ort, die zwei auch. Letztes gerade aufgenommen. Ja, ja, klar. Jo-Zang wird zwingen. Ach so, ja klar. Und er schließt sich dann an. Schreien in der Geschichte voran, indem sie die Zielvorgaben erfüllen. Die sogenannten Missionen. Ihr Zielort oder das andere Ziel werden durch eine Markierung angezeigt. Sie können Informationen über Missionen auch unter Missionen auftragen. Auf die Pause willst du mal einsehen. Rap-God is real. Dann wollen wir mal. Ich bin immer noch angeschlagen, voll scheiß Tutorial. Dank zu zieh, du Arsch. Doppelmittelfinger hinzu zieh. Soll dich scheiße, Mann. Soll jetzt die neuen Angriffe mal machen? Ich bin echt kein Fan davon, Junge. Drück einfach Buttons. Ja, LPM ist halt ein cooler Dude, ne? Mein Lieblings-Let's-Player mit Dom Tendo. Liebe die beiden. Der auch viel zu verdanken, eigentlich. Dass er Stroh verkauft, ist aber falsch. Das ist falsch, meistens immer, Yifan. Daddy ist falsch, der hat Schuhe verkauft. Nice. Gibt Story-Werte schon mal. Punktabzüge im Gesamt-Fazit, wenn das LP irgendwann kommt. Ausdauer. Oh, nö. Das gab schon ein Breath of the Wild. Die Ausdauerleiste Grüne lehrt sich, wenn sie einen der folgenden Manöver ausführen, ausweichen. R2 habe ich noch gar nicht gemacht. Gut. Dass mir das im Tutorial nicht beigebracht wurde. Fick dich zu, zieh, du Arsch. Vorwärtssprint. X-Wand-Wand-Sprung. Super Mario. Und Sprint. Wenn die Waffe gezogen ist. Wieso kann man Wall-Jump in dem Spiel? Dann gibt es doch Jump-Run-Passagen. Das würde ich ziemlich feiern. Ich mag Jump-Run-Passagen. Alles Klärchen. Zielerfassung. Die ich nicht benutzen werde. Ja, wo ist denn Joachim jetzt? War es einer, wo ich hin muss? Ja, Nintendo Labo, ne? Also, wenn es Nintendo Labo wäre, dann müsste ich jetzt hier ein Schwert aus einer Pappschachtel erstmal zusammenbauen. Da ist Joachim, der neue Charakter. Uh, gab es schon in Warriors All-Stars den schlechtsten Warriors-Game aller Zeiten. Jetzt kriegt er hier meinen neuen Angriff zu spüren. Yeah. Das ist wie in deines Warriors 1, dieser Jump-Attack. Heißt, Warriors 1 kennt eh keiner. Seien, ihr habt das LP von mir gesehen. Scheinmal werden so wirklich die Stärken in Kombos gemacht. Ja, Joachim, willst du ja jetzt liegen bleiben? Vollidiot. Und das war's schon. Ist das so? Erinnert sehr stark an Zelda, ne? Mit den Dreieckdrücken, wie bei Twilight Princess mit dem Finisher, so. Wo Link dann so springt und an das Schwert so im Pimmel rammt. Ja, bei Twitch kann ich das sagen. Bei YouTube wird schon wieder demonetarisiert werden. So, da hab ich irgendwie, ähm, Loot liegen lassen. Gimme, gimme, gimme! Trihard. Gimme, gimme, gimme. Ja, Freunde, ich, ähm, bin sehr neugierig, was die Umgehung betrifft. Also, wir werden nicht nur kämpfen, ich werde mich auch umschauen. Und jetzt, was ist jetzt los? Es ging nicht weg. Hört mir auf mit den Tutorials, ich will das selber rausfinden. Ich hoffe, es wird schwerer, junger ist der Anfang und ich hab auf leicht gestellt. Und es ist immer noch Tutorial. Wir bekommen Erklärung. Wenn man hier failen würde, dann würde man das Spiel direkt schon aus Fenster schmeißen. Natürlich, wir haben sie. Wir haben sie auch gut gebeten. Wir haben sie auch gut gebeten. Wir kämen etwas höher. Ziehen. Ja, das kann ich machen. So. Müsst ihr sagen, ne? Wenn euch was stört. Das kann ich japanisch nur ein bisschen verstehen, vor Animes. Aber lesen kann ich's nicht. Masamune kann das vielleicht lesen, wegen Sengoku oder Sara. Masamune übersetzt, was Tunbi gesagt hat. Du spielst doch immer japanische Spiele. Es gibt auch Enterhaken. Oh, man. Zelda. Tunbi beleidigt mich auf japanisch. Okay. Tunbi Stultus S. Dann kommt der Lateiner. Der Tutorial ist halt. Das ist echt gut. Windows 10 hasse ich. Das habe ich hier auf meinem Laptop drauf. Also wenn's geht, will ich's nicht haben. Windows 10 entsuckt. Wenn man Windows 7 kennt. Das sagt aber eigentlich jeder. Die meisten sagen, ja, Windows 10 kann man mitarbeiten. Ist okay. Aber, Windows 7 ist am besten. Da ich kein PC-Spieler bin. Und nur Huffstone spiele. Brauche ich kein Windows 10, oder? Macht ja nur Spaß, Mann, Tunbi. Nein, ist natürlich alles ernst. Ich glaube, für euch stelle ich auf japanisch. Das ist dann wohl im Sinne von allen. Aber natürlich, ähm, der japanische Untertitel. Gauna. Ich guck's zu sehr auf den Chat. Es freut mich, dass so viele dabei sind. Danke, Freunde. Danke für die Unterstützung. Echt. Ich hätte es nicht mit gerecht. Deswegen bin ich nur beim Chat. Und, oh, ist gut. Ich kenn ja eh die Story. Ist nur für die, die es nicht kennen. Kann man das ausstellen, dass das automatisch weitergeht? Ich hab das immer lieber selber. Ich würde sagen, wir sind alle in dieser Volontär-Armee zusammen. Das klingt gut für mich. Und ich habe eine Gefühl, dass ich wirklich gut mit euch zusammenkommen werde. Hm. Ich bin der gleiche Meinung. Ich würde mich erheb, dass wir alle diesen Weg zusammen zusammen gehen können. Die Green-Yu-Stimme ist auch nicht so geil wie früher. Aber ich sehe nicht, warum es keine Neuheit gibt, um zu hurry. Warum nicht wir zumindest zu feiern, wenn wir uns das scheiße anbauen können. Die erinnert mich an, ähm... Empires. Ja, wem Empires sind wir. Wenn man dann die eigenen Charaktere erstellt und die Voice-Lines nach unten pitcht. Ja, Masamuno, kannst Hauptmenü und Hauptmenü und Ja und Nein auf Japanisch. Also, Dance-Game weg damit. Jo, Nachfahre von Liu Sheng, aber... Schuhverkäufer. I knew there was something special. Ich bin James Faye mit der schlechten Stimme. Hohoho. Das Essen sieht nicht gut aus. Also, allgemein, die Grafik ist in Ordnung, aber das Essen. Guckt mal, Pixelbrei. So, wie kam ein humble Strauss-Salesman... ...ein Drei-Eck? Okay. Ja, wollt ihr, dass ich das vorlese nochmal auf Deutsch? Müsst ihr sagen, ne? Weil sonst... Sonst mach ich das so, wie es eben war. Synchronisiere ich eigentlich mal gerne. Die Zhengfei-Stimme krieg ich besser hin. Muss ich sagen. Auch wenn's arrogant klingt. Passt schon. Okay. Im LP mach ich das aber so. Siehe auch, Overwatch 2. Masamune kann das auf Japanisch übersetzen. Kommt mir leider nur im Hauptmenü raus. Ist one of the greatest honors of my life. It was amazing, to watch you both in action. Mit Hafston läuft's gut, ne? Wenn ich richtig lange spiele, so zwölf Stunden, bin ich ja eigentlich immer Legend. Aktuell Rang 4. Jetzt ist das Spiel da, jetzt ist mir Hafston sowieso erstmal egal. Hafston macht schon Spaß. Hab mittlerweile alle Karten, die ich haben möchte. Hey, das klingt groß. Weil du immer Sengoku, Basara spielst, Masamune, darum. Irgendwann hast du Metal Gear zweimal gespielt, kann das sein? Boah, hab ich mich da verlesen. Ah, jetzt kommt der Schwur. Das ist auch nicht ganz richtig, weil normalerweise war es ja unter diesen Kirschbäumen. Und nicht hier einfach so im Freien. Ah, vielleicht kommt das noch. Da sind die Kirschbäume ja im Hintergrund. Okay, 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 okay. 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 Ich spiele nicht Dragon Ball Fighters. Ich kann keine 2D-Fighters. Das Einzige, was ich kann, ist Smash. Wenn ich's dann kann, ist, könnt ihr euch ausmachen, ob das für euch Können ist. Ich denke, ich bin ganz gut. Ich weiß meinen Namen bei PS4 nicht, also ist wahrscheinlich Meister, unterstrich Simmer, unterstrich Yi. Schreib, Meister Simmer Yi-Fan, ich hab'n Discord-Server, da schreibst du mir eine PN und nach dem Stream guck ich nach und dann schreib ich's dir zurück. Das können wir machen. Kurz, weil der letzte Boss hängt sich auf, ist wie bei mir das Playmobil-Spiel. Hype the Time Quest, ja, ich hab'n Playmobil-PS2-Spiel. Das war aber wirklich gut früher. Und das hat sich immer nach dem Boss aufgehangen. Ich wusste nie, wie das Ending ist. Also manche PS2-CDs waren ein bisschen komisch. Ja, da fehlt der Hype jetzt bei dem Turnier, ne? Gönnendorf. Gönnendorf. Was ist denn der 13er Curse? Der 13er Curse? Achso, du meinst, weil ich immer 13. werde. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Hm, du weißt was, ich denke, er ist... Gönnendorf. Gut dann, wir haben einen Drink. Hm, hm. Im Dynasty Warriors-Spiel Gönnendorf. Ja, das Lustige ist, in Empires erstelle ich mir immer Gönnendorf und Link und so, da sind alle Charaktere dabei. Ja, ich bin Playstation-Kiddy, Xbox ist für mich scheiße, also Xbox verbinde ich nichts mit. Vielleicht kaufe mir irgendwann meine Xbox nur, um die Konsolen zu sammeln, wenn ich viel Geld haben sollte. Aber mit Xbox brauche ich... verbinde ich halt nichts. Die Xbox will ich nur holen für Banjo-Kazooie-Schraube-Locker, weil es exklusiv ist und vielleicht andere Exklusiv-Titel, aber... Vor allen Dingen unterstützt Sony immer mehr diese Warriors-Games. Ja, oder gefällt euch dieser Gönnendorf besser? Gönnendorf. Gönnendorf. Ne, ist er so die Orochi-Stimme. Schließt die Mission, dafür in der Geschichte voranzukommen und Belohnung zu verdienen. Manchmal sind durch den Abschluss einer Mission auch andere zugehörige Mission betroffen. Wenn sie also das Gefühl haben, dass ihre aktuelle Mission zu schwierig ist, sollten sie das Schwachfeld verlassen und eine andere Mission versuchen. Ja, Masamung, da liest es ja. Hoffentlich wird es schwerer. Wenn das zu schwer ist, dann verpiss dich lieber. Hoffentlich wird es schwerer. Das macht nur Spaß, man. Level 3. Ach, ist ja wie im Rollenspiel. Ja, hier sind die Kirschfelder. Schriftrolle erfolgreich abgeschlossen. Ja, wollen wir mal hier im Dorf gucken? Aha. Schriftrolle kann mit Vitalitätspulver gefertigt werden. Mit Verbessern können sie Verbesserungspunkte anwenden. Achso, so kann man leveln wie bei OG, okay. Okay. Und weiß, wenn ich noch nichts leveln möchte. Was ist das hier überhaupt? Spezialangriff? Das ist Stärke, das ist Abwehr, das ist Speed, das Bogen. Für Hoang Jong wichtig wahrscheinlich. Was ist das? Musu? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Okay, jetzt mal einfach auf Stärke. Ach, da steht's. Ah! Simmer ist wieder blind. Simmer ist wieder blind. Ja, Epic Fail. Schon der erste Super Fail. Ja, passt. Ausrüsten? Habe ich schon was? Ne. Ey! Hier sind die Fallen. Im Tutorial schon Fallen. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht. Tiere hätte ich gerne. So einen schönen Tiger oder Elefant oder Fährt, meinetwegen. Red Hair. Gwanyu. Come on, Bro. Real cool. Real cool. Too same, was aber nur ne. Yo, Laszlo, hau rein, Mann. Haut rein, haut rein, haut rein. Keine Ahnung, wie lange der Stream geht. Mindestens bis zwei Uhr. Wie kann ich das zentrieren? Ich will... Ah, okay, das muss ich jetzt so machen. Mhm. Hier wird mir auch was angezeigt. Hier ist doch irgendwas. Wo ist denn der Typ? Hier, oder was? Ja. So anders, Mann. Welcome, welcome, welcome. Es können Gegenstände kaufen, bla, bla, bla. Was kann ich denn hier kaufen? Ach, diese ganz scheiße. Weiß weiß ich, wofür ich das brauche. Lass ich erstmal. Und was mit ihm? Hier krieg ich die Quetz. Krieg ich nicht. Hier krieg ich schon andere Waffen. Wieso kann ich denn hier, äh, Sun Jans Waffe zum Beispiel, schmieden. Das ist ein bisschen merkwürdig. Bis 18 Uhr geschlafen, ja. Perfekt für den Stream, ne, Masamune? Ich wollte mich eigentlich auch erst hinlegen und dann bin ich nochmal runtergegangen im Briefkasten und er war ja scheiß da, äh. Mit dem habe ich gerade gesprochen. Der Chat lenkt mich ab. Wie kann ich denn jetzt die Charaktere switchen? Wahrscheinlich der Art. Da ist es! Da ist es! Strohsandalen, ja, ja. Du redest mit Leo Bay, du Vollidiot. Hat der überhaupt Strohschuhe an? Nö, der hat Stiefel an. So toll findest du, ne? Scheiß Heuchler. Der hat gar keine Strohschuhe an. Ja, Freunde. Ihr könnt mir ja gerne sagen, was ich jetzt machen kann, soll. Aha. Über die Kart können sie das Gelände und die Verfügung von Missionen. Nee, das Gelände. Bla, bla, bla. Hier kann ich Missionen abchecken. Ah, okay. Da muss ich hin. Zhang Bai Qi. Oder ich gehe so in die Richtung Gongsunzan. Ja, eigentlich wollte ich ja in der Mann-Dschungel gehen, aber... Wo ist der denn? Ein bisschen weit. Ich glaube, das wird heute nichts. Leider. Ähm... Das Spiel ist ja gigantisch. Hier ist er in der Mann-Dschungel. Na gut. Symboleinstellung. Ach du Scheiße. Ist das Spiel kompliziert, Freunde. Das ist so das, was wir letztens gemacht haben. Alles klar. Schätze kann man überall finden. Mächtige Feinde. Aha. Laufen da einfach so rum. Wie bei Guild Wars oder World of Warcraft. Alles klar. Das habe ich ja gemacht, ne? Lieblingswaffe ja bei Liu Bei sind es als die Doppeldeutsche. Wollt ihr, dass ich Liu Bei spiele oder go in Yu? Zum Schmieden muss ich. Ja, keine Ahnung. Ist halt kompliziert. Was am ohne? Warum so kompliziert? Deine Sea Warriors 2 war einfach nur draufhauen. Bla, bla, bla. Ja, ich denke... Ja, der Schmied... Ah, ja. Das wird ja angezeigt. Ich bin wieder mal dämlich. Gut, dass ich ja streamen und nicht Blind LP, was? Der Schmied ist hier. Die Karte ist so gigantisch. Die verwirrt mich irgendwie. Ja, aber hier kriege ich ja nichts. Ist alles zu teuer. Lass mich ja nicht abzocken von dem. Fertige ein Juwel an. Das steht's. Hey, get on in here. Donnerjuwel. Jetzt haben wir ein Blitzelement. Gut. Wird aber nicht auf diese Schrottwaffe gepackt. Sind wichtig, um die Sachen zu verbessern. Klar. Aber warum soll ich die schlecht... Nein, ich will auch nicht die schlechteste Waffe hier verbessern. Die suckt doch. Oh, come on. Meinetwegen. Wenn das Tutorial das unbedingt will. Dann gibt's jetzt hier das Donnerjuwel. So war es bei Strikeforce nie gespielt. Strikeforce ist für mich kein Nice Warriors. Das war für mich nur Müll. Aber gut. Ja, muss man sich halt dran gewöhnen, ne? So, jetzt bergweilang. Aber ist ja... Für Dumme wie mich ist stets da immer, was man machen muss. Gut. Haben wir wieder was gelernt. Schon geht's voran, ne? Natürlich. Ja, ich würd mich eigentlich auch gerne umschauen. Einfach so die Welt erkunden. Aber ich mach erstmal ein paar Missionen. Eis-Element, Kenshin. Dankeschön für deine Service. Wir sind hier, um zu eliminieren die Yellow Turbans, als sie verabschieden die Krieg. Du... Die Volunteer-Forsche sind für die Imperial-Armee zu unterstützen. Nicht versuchen, zu sein Hero. Du musst wissen, dass du deinem Ort. Respektierst du deinen Superioren. Und verabschiede, was du kannst, ohne dich in den Weg zu kommen. Okay. man kann fährt rufen ja das fährt ist bestimmt richtig scheiße oder ich mag diese normalen pferde nicht es geht mir schon bei orgy zweimal auf den sack kannst du mal zeigen jetzt kann nicht so genau wie den winz dann komm, wir müssen beginnen! wir werden den Threat-Poze durch den Samurai Warriors 4 mit Masukaze im Chronicle Mode also wenn man Red-Hair schnell bekommen kann schreibt es mir neue Mission verfügbar Vitalitätspulver anfertigen ja, was bringt mir das? was kann ich mit Vitalitätspulver machen? Entschuldigung ähm, ich kann das Pferd rufen mit R1 ne, wie kann ich das Pferd rufen? ey geil ey mit dem Bogen, das gefällt mir aber ich unendlich Pfeile R1 und L ach, das wird bestimmt noch erklärt also ich muss jetzt nicht unbedingt das Pferd rufen aber wenn L2 ach so wie immer ja, aber wenn sich so viel verändert hat, dann ist ja nicht gewiss, dass es so ist er ist doch viel langsamer aber gut, verbraucht keine Ausdauer ne das Pferd hat halt Ausdauer ist so richtig ok, ja stell Leben wieder her hab mir schon gedacht, so wie bei Berserk das ist also, das sind Elemente aus Berserk hab ich ja jetzt äh, let's play oh scheiße Let's Park ging heute online der Enterhaken, ernsthaft? der Enterhaken Zelda ja gut so schnell kriegst du nicht in ein Zelda-Spiel, sagen wir es mal so ja jetzt hab ich hier ne schöne Aussicht, sollte ich nicht irgendwas für den Typen herstellen, jetzt schillt Liobader auf dem Turm ah ist so kompliziert, ey müsst ihr mir manchmal ein bisschen helfen die von der Regierung unterdrückten Bauern haben sich zusammengeschlossen und den Aufstand gewagt, bezwingen sie Zheng Zhao, die Anführer der Gemtour und bereiten sie im Chaos ein Ende jetzt schon gegen Zheng Zhao kämpfen? ne, wir müssen da immer noch die Südwurzel sammeln ist klar wieso sollte ich dann jetzt auf den Turm klettern? das hat doch nix damit zu tun das war sinnlos da sind wahrscheinlich die Südwurzeln nehm ich die mal mit finde ich die ne das sind die nicht was weiß ich was das wieder ist rennen wir einfach zum Ziel Assassin's Creed ja oder Zelda, ne keine Ahnung ich habe Assassin's Creed nie gespielt wo hast du Assassin's Creed nie gespielt? ja ich weiß nicht ich war immer so Oblivion Kind Harz, Harz 4 erhalten, ok um Waffen neue Gegenstände fertigen zu können benötigen sie Materialien wenn sie alle Materialien gesammelt haben, die auf einer Schrift drauf vermerkt sind können sie versuchen das zu fertigen, ja Breath of the Wild halt, ne Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild Mix aus allen Videospielen Assassin's Creed, Zelda Call of Duty mit dem Bogen wo hat Leo Bay der Enterhaken ja Link hat Pause nachdem er Gendorf besiegt hat wenn er sich den geliehen keine Ahnung ich schnapp mir jetzt mal diese Materialien, Schaden kannst ja nicht dummdidididi ich schau dich zu brei ich renne jetzt erstmal nur nach diesen Tafeln, ne scheinbar brauche ich die ganzen Sachen die ich gefunden habe für das Pulver Gucken wir mal Gucken wir mal Xuzi hat Xuhi besiegt Hä, die kämpfen schon, ich will auch kämpfen Musst du nicht mehr die Karte ausgerüstet haben Achso, ja das habe ich gelesen in den Kommentar bei Youtube hast du auch schon geschrieben die Checkkarte meinst du die Türenkarte ich sag mal Checkkarte, weil es lustiger ist Keine Ausdauer mehr Ich hatte schon so viel Spaß bei Sniper Wolf will ja nicht Spoiler, ne, aber das war echt nicht schön Welcome, welcome, Fertigen, das habe ich jetzt verstanden und hier kann ich das Pulver 11 Stück gleich ja eine reicht erstmal würde ich sagen Du, bitte komm wieder Bringen sie nach oben um Gegenstände zu verwenden yeah wie bei Berserk wie bei Berserk da kenne ich mich aus gut Lerners Anfertigen bei Gefreitermelden ja der wollte das Pulver haben, ne weil er sich was verstaucht hat oder so alles klar Wu Agro wurde von Gu Daxian besiegt ich nenne ihn immer so, nicht wundern Kannst du offenbar viele andere Dinge fertigen du sollst mehr Schriftrollen und Material sammeln um es zu probieren ja alles brauche ich jetzt erstmal nicht erstmal mehr Sachen sammeln oder will der auch noch was von mir ja was willst du denn jetzt geh jetzt zu Zheng Zhao auch keine Lust mich bei Gefreiten zu melden ich habe ja mit denen gequatscht er will ja er will ja nichts anderes haben mega merkwürdig ich will jetzt Action erleben man geh ja jetzt hin achso jetzt wurde es erst aktualisiert ja spiel ist ein bisschen langsam neben Quest annehmen ja erstmal nicht ich will in Naman Dschungel Spaß wir sie jetzt erstmal Cheng Yuan Zion denken wir auch Schnellreise das ist gut dass es das gibt dann kann ich ja theoretisch danach in die Burg zurück und neben Quest machen Wegmarken wenn sie Wegmarken berühren kann man da direkt hin das ist cool wie bei Oblivion und wo sind Wegmarken die sehen die aus da vielleicht ich spiele erstmal auf leicht ne also weiß nicht ob ich da jetzt so zwangsweise leveln muss was auch gut ist dass ich das so gemacht habe weil gerade bei diesem Spiel ist es glaube ich sinnvoll erstmal auf leicht zu spielen wenn sich so viel geändert hat ich denke mir was verstanden hat das ist ziemlich cool aber man muss da erstmal reinkommen ne wenn ich auf dem Pferd bin kann ich doch nicht diese Sachen einsammeln oder würde jedenfalls Sinn ergeben schauen wir mal Wann Empires ist ja so wie Empires ein bisschen äh nicht wirklich endlich kämpfen nichts sammeln wir kämpfen wir sind im Kampf endlich Resident Sleeper Ende mal los ey also wenn ich Guern Judo so spielen soll sagt es euch und sagt auch wie ich sehe jeden Bewegungs ich sehe jeden Bewegungs ist es Judo Young oder was ein kleines Scharmützel ob die mir was anhaben können wir sind nicht bei Dini's Voice 3 auch sehr schwer wo die Typen einfach gewonnen hitted haben die normalen Mucke ist schon mal ziemlich gut hey hey you're tearing them up brother was hier Erze ja gut sowas nehme ich dann natürlich mit wenn ich schaufe Weglicht und hier ist Cash gimme 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 kann in dem Spiel kämpfen ja wusste ich auch noch nicht aber jetzt gehts hab ich freigeschaltet das Kämpfen was weiß ich was haltet ihr davon dass es auch nicht nur kämpfen ist viele Zeitschriften und Metacritics und so die haben ja immer rumgeheult dass es nur immer das gleiche ist eh halt immer nur kämpfen aber irgendwie stehen ja die Fans drauf ne inklusive mir auch oh die Rüstung aus Kriegskoß die gibt's auch wieder cool 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 für die die nicht wissen was es ist doppelte Abwehr ok Bisheng wurde besiegt was machst du denn warum lässt du dich denn einfach so besiegen hey Slenderman es gibt ja auch Tag und Nacht ne hier ist doch ein richtiger Slenderwald Jesus merkt man mal wie weit läuft es diese Welt ist ne sind immer noch nicht am Ziel was ist das denn hier gelbe Turbanlager willkommen bei Hyrule Warriors was haben wir hier denn gefunden explosiven Krug wuuu cool den kann ich bestimmt mit einem Pfeil treffen oder explodiert wie in Breath of the Wild also das ist auch von Breath of the Wild hier mit den Lagern warum auch nicht ne die haben ja kein Patent aber ist halt auffällig krieg ich hier auch was dafür wenn ich alle besiege im Lag oh wer ist das denn wer ist das denn das könnte irgendwie ein Offizier sein das könnte das sein Bozang vielleicht steht da halt nicht meh es war kein wichtiger war vielleicht nur so ein einfacher General das würde ja sonst stehen definitiv das war ein Loser ich komme ich komme jetzt gehts los Dorf von Luzang das ist Luzang ja 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 das gibt es ja auch in Deines Wars 5 Schlacht vom Luzang Dorf oder Extreme Legends auf jeden Fall DB5 du bist ShenYuanZie mit deiner fetten Keule lächerlich komm her stimmt ich habe ja jetzt hier das Blitzelement drauf wie geil äh Instant Death ich brauche nicht quästen ne ich mach die Sohle fertig sag mal was du machen mal gucken nicht schlecht ist er besiegt scheinbar nicht Überraschung hier bin ich fehlst du aber der Einheit was geht denn da hinten ab irgendwelche Bauern die sich jetzt die Kaiserlichen Truppen anschließen oder was und hier ist der andere Mami die wurde besiegt wer ist der Mami die habe ich ja noch nie gehört und der ist neu ist der tot ich glaube nicht muss ich wohl noch mal ein bisschen nachhelfen was tot oh mein Gott was hält der denn aus Jesus den Mao das habe ich ja noch nie erlebt kennt ihr noch so einen Song der in DW3 Extreme Legends so mega stark war der müsste auch irgendwo hier sein ist auch einer von den gelben Turban Pfeile ah ich habe doch nicht unendlich Pfeile ah ne es sind besondere Pfeile Feuerpfeile ja Feuerpfeile willkommen bei Zelda hey kann ich das mitnehmen kann ich benutzen auf der Karte wird der Einflussbereiche verbindet mit blauen Linien angezeigt der Einflussbereiche ihre Feinde wird mit roten Linien angezeigt an Orten wo Vereine und Verbündete aufeinandertreffen kommen zu schlachten in dem soll sie solche Orte erobern können sie ihre Armee vorrücken wenn sie ein großes Schlachtfeld erobert haben wenden sich das Blatt der Schlacht zu ihren Gunsten also versuchen sie ihren Einflussbereich möglichst weit auszuweiten ja you don't say ist mir schon klar irgendwie ja es ist wie empires ne da hast du es Masamune empires hier ist es oh ne oder muss ich echte Lebenserzeige machen die mache ich nicht an die mache ich nicht an ich hasse es wenn die so Balken über Kopf haben es ist so mega unrealistisch das haben wir so scheiße gemacht das gefällt mir schon mal überhaupt nicht man jetzt muss ich nach da unten ne das ist jetzt ein Wegpunkt okay das macht Sinn dann gehen wir nochmal zurück ey was ist hier der eigentlich Kong Sun Yui na gut der tut mir ja nichts nehme ich an Jian Yong kümpelt hier rum das soll ein Unteroffizier von Liu Bei kann ich die rekrutieren ich geh nochmal zurück oder wie kann ich zurück gehen ja Bergball lang auf so und her ich guck mich nochmal um nach neben Quests ach jetzt ist Nacht geworden wie cool ich bin ein Kind der Nacht ähm ist es wie in Guild Wars dass die die Quests haben so einen Pfeil über den Kopf haben aktuell erinnert mich das Spiel schon ein bisschen an Guild Wars 1 1 natürlich wo es wo gilt wo es noch gut war ich weiß nicht wo hier Quests sind ich sehe keinen der im Quest hat warum muss ich will die mit jenen reden die Tante vielleicht boah ist das ein Typ sie werden auftreten von verschiedenen Stabungen erhalten wenn sie diesen Auftreten abschließen wirkt es sich zwar nicht auf den Fortschritt der Schicht aus wo sich eine Melone erhalten ja ich habe eine Request based on your abilities ich denke du wirst ihn ziemlich agree der hatte kein Zeichen über dem Kopf und hat eine Quest also irgendwie ah ok ja it's a Trap ist echt so hab ich auch gerade gedacht ich wusste du wirst die Value in das ich freue mich auf deinem guten Report ok Aufklärungseinheit vom Speerhauptmann besiegen ja und wo kann ich die irgendwie aktiv schalten die Quests wo ist es aktiv jetzt ich glaube der schickt mich immer wieder nach Guernhai ja die schicken mich nach Guernhai da habe ich das jetzt habe ich es aktiv geschaltet selber rausgefunden Mann will ich gut Kapper ja dann machen wir mal ein paar Nebenquests also wenn das sich das anbietet dann haben wir jetzt auch einmal ein bisschen gekämpft das wollte ich ja jetzt können wir mal so ein komisches Nebenquest machen komm Pferdchen boah ich will Red Tear haben ich hab keine Lust mehr ob das wäre das ist doch ziemlich slow man ich weiß nicht ich finde es ziemlich slow aber ich habe auch Let's Berserk gespielt und da hast du so schnelle Pferde deswegen scheint es wahrscheinlich nur so das Pferd von Griffiths oder vom Skelettritter die waren ja sowas waren fix unterwegs sogar noch schneller als Red Tear glaube ich wie auch immer er es macht er kann vom Pferd aus die ganzen Sachen einsammeln das Pferd hat so Magneten ziehe ich die Materialien so förmlich an ja gehen sie auf Jagd um diese Türen wie Wölfe und Bären zu besiegen Bogenangrauffe sind bei Jagd auf solche Türen besonders effektiv versuchen sie sich unbemerkt zu nähern ja das kennen wir ja vom Metal Gear wie ich immer erwischt werden wenn sie bei Bogenangrauffe auf den Kopf ja Headshot ach ne hätte ich nicht gedacht Bogenfähigkeit bezeichne ich auch Fähigkeit Bogenfähigkeit 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 ich will ja auch nicht jagen gehen eigentlich ich will ja diese Scheiße da machen ich will ja die Speereinheit besiegen und nicht jagen können es gibt bestimmt noch nie Jagdquests so jetzt kommt mal her ihr Loser Musst du fühlt sich äh by the way sehr sehr langsam auf also wenn man nicht zu oft sehe weil ich wahrscheinlich dann hauptsächlich nur gegen Offiziere anwenden ja ja ach das Pferd kann auch sprinten ok komisch das müsste man so hauen können wie in Zelda und mit den Karotten das war ganz cool boah gimme 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 alter was habe ich hier gefunden ich bin im Paradies guckt es euch an was ist das denn ähm Loot für die Welt gerne was zum Geier ist das denn ey ach du Scheiße und hier gibt es Gold ah das wie in äh DW 8 Empire hast du gekennst sei mit so einem Kreis steht immer für Geld hat ja gut funktioniert ach die wollen nur spielen die Wölfe machen die viel Schaden soll man die ernst nehmen man sollte sie ernst nehmen hä alter diese Wölfe kriegt man irgendwann so eine Fähigkeit dass man nicht mal umgeworfen werden kann wie ihn besorgt ich hoffe es selbst wenn ich einen mit einem Pfeil verletzt hätte würde er doch direkt die ganze Crew zu sich rufen oder oder nicht so sind doch Wölfe ah ich weiß nicht wie das mit dem Geld ist kann sein Masamune kann sein aber ich glaube nicht in diesem Spiel glaube ich das nicht weil es Open World ist ich glaube hier hat das Geld einen Sinn wobei auch der Sinn auf dem Materialien liegt glaube ich vielleicht haben die Materialien mehr Sinn als das Geld das muss man halt herausfinden ja so ist das Pferd schnell hast recht man so ist das Pferd echt schnell na so ist es angenehm danke man für den Tipp so gib mir mal eine Belohnung ich habe zwar da schon so viele Sachen gefunden aber gib mir trotzdem noch eine Belohnung das ist echt eine Trap Enterhaken kann ich hier verwenden achso dann kann ich da drauf ja vielleicht ist da oben irgendwie ein Secret man weiß ja nie man weiß ja nie ja eine Kiste die Box die ich nicht zerstören kann ich hier nicht kämpfen kann guck mal wenn ich ich drück Quadrat dann wird mir hier dann werden mir die Tipps angezeigt ach ich kann sogar schleichen cool kann ich die Kiste kaputt machen? Waffe ziehen L3 da steht es nevermind Schwanzfeder Eisen das war wieder ein Secret das war wieder ein Secret das hier kann ich hier mit den Enterhaken hoch? hier war irgendwie ein Pfeil gerade kann mich natürlich kann mich natürlich geirrt haben aber ich hätte gar nicht so stylisch hier hoch geben müssen da da war ja auch ein Weg hoch ich klaue einfach deren Sachen ne wie ein Zelda mit dem Vasen zerstören nur irgendwie noch schlimmer haben die Angst wenn ich die Waffe ziehe? Gucken ich hab ne Waffe alte Oma ich hab ne Waffe ne ich hab keine Angst ich bin ja der gütige Liu Bei klar können wir das ah Tiger besiegen und Bestienmeister oh noes ah thank you so much du take care oh oh ich ahne Böses ist es aktiv geschaltet? ach Burgtour ist geschlossen weil es Nacht ist willkommen zurück zu The Ledger of Zelda Ocarina of Time ich muss hier halt hier rausspringen yeah Geronimo kann ich muss nur auch mit Kreis aufladen? nein kann ich nicht die Warriors haben nichts mehr drauf außer Zahnbelag Pferdchen ich sollte aber nicht zu schnell jetzt dahin gehen denn wir sollen uns ja da wahrscheinlich dran sneaken kann ich jetzt aha ey der hat mich schon gesehen was? hat der Fernglas benutzt? so ein Arsch meinetwegen solange die Tiger mich nicht bemerken ist mir das egal oh der kann zaubern Mon KS ist er tot? nein ist er nicht sehe ich jetzt schon ah jetzt kommt die Tiger lelelele Tiger von Jiang Dong oh ja ich fliege erstmal 100 km sehr sehr schön ach du scheiße kann ich die schon besiegen? ein bisschen Schiss ich glaube das ist noch nix ich will ja nicht sagen aber die Tiger die kann ich nicht besiegen die sind sehr stark tschüss ich hab noch nen Arzttermin ja was soll ich jetzt machen? also die Quests sind ja jetzt schon zu schwer so geil so schlimmer als bei Dark Souls mach ich jetzt die Hauptquests weiter? Fragezeichen das Spiel ist verwirrend klar kann ich die mit Pfeilen wahrscheinlich auch hinten aber die habe ich ja schon gesehen gehabt Skurenhai bezwingen wollen wir jetzt machen ja man kann Doppelsprung machen ja oder? das war schon immer so bei den Tigern du schlägst sie die können aber jederzeit Konter und dann fliegst du weg die machen viel zu viel Schaden da nützt mir der Doppelsprung ja auch nichts Doppelsprung habe ich eben glaube ich schon aus Versehen mal gemacht kann das jeder Char weil ich kann mir nicht vorstellen dass so ein Xuxu ein Doppelsprung kann das wäre ein bisschen weird kann ich auch auf dem Pferd kämpfen scheint eben nicht so zu sein Minikarte umschalten besiegen mal Gurenhai das scheint ja einfach zu sein das ist ja nur so ein gelber Turbantyp hier haben wir die Öluhren noch kann ich wahrscheinlich platzieren und wie gesagt mit dem Pfeil drauf schießen easy das wäre ganz witzig Jalubu war schon ziemlich athletisch er hat natürlich glaube ich hier eine fette Rüstung deswegen ergibt es keinen Sinn kann ich verstehen aber ich sammle mal kurz den ganzen Stuff hier ein was geht denn da ab das ist ein Secret da gehe ich mal gleich kurz hin das ist ein Lagerfeuer singendes Lagerfeuer Lied das LRGR ja da können wir mal hingehen was ist hier los beim Lagerfeuer hat sogar einen Eintrag auf Karte also das ist irgendwie sehr sehr wichtig neuer Ort entdeckt neuer Ort entdeckt Lagerfeuer das heißt ich kann da jetzt immer hinreisen ah ok sehr schön wie überhaupt Livian wie überhaupt Livian diese Banditen verstecke ich weiß nicht wer von euch ob Livian kennt das letzte Spiel überhaupt das letzte Spiel überhaupt wenn es keinen Floors hat Kastenfallen sie können Gegenstände erhalten indem sie Kastenfallen aufstellen dann einen gewissen Zeitraum vergehen lassen jetzt prüfen sie ihr Kastenfall erneut nachdem sie eine Mission oder andere Aufgabe abgeschlossen haben aha angeln ich kann auch angeln oh Gott ja warum nicht wahrscheinlich wollen manche Leute auch irgendwelche Fische haben in dem Quests oder für manche Sachen brauche ich Fische wer weiß wer weiß muss man halt herausfinden Omega Lul wegen Angeln oder was das war schon in Zelda Omega Lul vor allen Dingen in den äh Remake auf 3DS bei Majora's Mask wo es nur just for fun war ja angeln scheiß drauf hier gibt's ähm Ärger mit der GameTourbahn ich geh erstmal angeln ne scheiß drauf egal was im Land passiert es ist mir egal ich geh jetzt angeln hier ist ein kleines Stamm mit Thursten ich geh mit ich denke damit können wir auch leveln und finde ich gar nichts zum heilen auf dem Schlachtfeld gar nichts muss ich immer dieses blöde Pulver benutzen das wär bitter ich glaub ein Level abheilt mich aber auch trotzdem hier gibt's auch Kohle also Geld heil heil Gifffall finde mal auch ok ist gut Musu weinen werde ich nicht ein Moment drücken sie umgegenstecken bla 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 warum steht das jetzt hier weil ich mich sehr angeschlagen bin hier Musu weinen sammle ich nicht ein weil der gibt voll Musu den sammle ich erst jetzt ein nachdem ich meinen Musu hier verbraucht habe dann sind wir wieder voll easy muss die Ressourcen die man zur Verfügung gestellt bekommt clever nutzen schon haben wir wieder voll Musu vorne easy aber das bestimmt wieder so offizier oder ist es schon guernhai kommt guernhai zu mir es wäre nett ne guernhai ist dahinten das bin ich blöd steht dahinten hier keine Ahnung wie das sein könnte es gibt so viele gelbe Turban ne sieht aber nach einem normalen General aus da zwei von nebeneinander sind Shalom was sagst du denn da ihr Babys Jude nichts gegen Juden aber Shalom ist doch hebräisch oder nicht die Kämpfe gefallen mir besser also die Tiger können wir gestohlen bleiben die können noch ein bisschen warten können noch ein bisschen da rumtigern lass die Tiger Tiger sein ich besiege die erst und dann sammle ich das 1 das schwindet ja scheinbar in diesem Spiel nicht langsam komme ich rein ihr merkt das das war ein cooler Angriff das war so ein Sprintangriff glaube ich verbraucht aber auch angeblich Ausdauer du mit deinem dicken Schwert hast du auch so ein dickes Schwert in Hose lassen wir das oh 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 der hat kein Schwert mehr boah Tag und Nacht vergeht ziemlich schnell na gut ich bin wieder gereist ne daran kann das liegen echt so schnell die Tage vergeben würde wäre ich schon lange tot da ist unser Pferd geparkt ich glaube ich lauf jetzt den Rest des Weges aber wenn man normale hier herum wandert da findet man mehr Sachen kann die Gegend besser auf sich wirken lassen das ist halt ganz cool gemacht ne so kann man sich besser in das antike China einfühlen als man immer diese vorgeschriebene Maps hat hey gold nao ja mein nao Guren Hai bezwingen uja uga buga los gehts schon mal sehen Guren Hai will die alle allein aufhalten oder was als ob ja so ging der hat damals mit studiert bis zu gut der helle bade worte zu lang die waffe geklaut für die nette dich zu haben wieder du arsch dafür musst du bezahlen bezahlen krebs bezahlen das war schon da sieht man wie schwer die tiger quest war weil diese normale quest sie machen immer einfach so im hand umdrehen und tiger aber keine chance immer noch kein level ab also das dauert ein bisschen weiß einer bis wie viel level das geht bis 99 bis 99 nicht gut alles andere ist übertrieben da gibt es ja viele charakter zu leveln also habe ich ordentlich zu tun hier kann ich nicht helfen wahrscheinlich gibt es in den dörfern auch des öfteren my quests aber hier sehe ich jetzt nicht ich kann doch mal zurücklaufen weil hier wird mir so ein geld sagt angezeigt Geld 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 kommt in meinen Taschen das sind Pferdeverkäufer Pferdeverkäufer war auch nicht schlecht du bist das ne ja der hat mir so eine scheiße ja Masamun da hast du es das Geld ist mega wichtig du kannst ja auch die Materialien kaufen muss nicht so rumlaufen in der Weltgeschichte kannst du für Geld alles kaufen streuerfall der sich im Flug aufspalt wie habe ich das denn zu verstehen das erinnert mich an Frontschwein da gab es so eine Granate fast genau in das Text fällt rein ja habe ich ich wusste schon ich wusste schon dass es genau so enden wird ich wusste schon bevor ich das Spiel überhaupt kennengelernt habe wo ich die Facecam hin platziere oder den Greenscreen ich habe irgendwas falsches gegessen ich muss immer was trinken tut mir leid macht ja nichts ja Livestream oh was geht denn hier ab direkt neben dem Dorf was wir gerade gerettet haben uncool verpisst euch aus dem Weg die sehen schon die Sterne ja schäfigen zählen kannst du hause wärs mal lieber im Bett geblieben was goodbye hey warum hält der soviel aus ich mag das nicht wenn ihr soviel aushaltet goodbye wenn er das überlebt der fress sich jetzt ein Besen ok er hat es nicht überlebt Leute der Spur ist so aus Empires der Spur ist aus Empires hier sind Truhen beziehungsweise Kisten das sind keine Truhen Kisten Topaz Diadem was das hier schön ist was ist das hier ah berühren berühren einfach nur ein Reisepunkt aber warum hier ist das Dorf ich kann auch direkt zum Dorf reisen es ergibt keinen Sinn Empires ja also das ergibt keinen Sinn hier ist ein Wegpunkt ein Schnellreisepunkt direkt neben dem Dorf also was das soll weiß ich nicht meinetwegen vielleicht nur demonstrativ damit man lol habe ich hier gerade ein Level abbekommen damit weil ich einen Zaun zerstört habe dann zerstören wir jetzt Zäune wenn das levelt ist ja wie ein Sengoku Basara wo die wo man für das Kisten zerstören auch levelt Nein Spaß man wir machen vernünftige Dinge wir zerstören keine Kisten und Zäune war nur ein kleiner Witz ich könnte natürlich jetzt wieder zurück die Ziege nochmal versuchen wir haben ein Level abbekommen aber ne 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 noch nicht ich mache erstmal hier ein bisschen weiter Rettung der Bauern Liu Bei kümmert sich ja immer so um die Bauern soll er machen was haben wir denn jetzt hier schön das mittlerweile Kastenfalle und mittelgroße Falle nur mittelgroß oh ist das ein Elite Boss das sind doch die Grünen das sind doch eigentlich meine Leute was wollen die denn von mir jetzt was wollt ihr mau am was wollen die ich töte meine eigenen Truppen was bin ich denn für ein Verräter richtiger 31er das ist glaube ich nicht gut was ich hier mache egal ich will nur leveln tut mir leid Epic Fail tut mir leid tut mir leid lauft nicht die Wey nach er töte euch irgendwann nicht pullt jetzt hier den Lubu auf schwer kriege ich wahrscheinlich auch mehr Erfahrungspunkten nehme ich an ne nur damit ich schon mal weiß stimmt voll Simma Yi ist Cancer oh ne ja gut aber der Synchron Sprecher ist by the way gestorben der Alte der Van Db5 war gut der Englische fand ich oder? was mein ihr? der Van Db5 war der Beste Simma Yi Moment da ist ein Battle da will ich irgendwie hin da will ich kurz nochmal vorbeischauen oder muss ich da sogar hin? ne da unten muss ich hin aber das interessiert mich hier das 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 sind so Kreuzschwerter Gucken wir mal achso ist wieder so ne Basis ja gut oh ist es sogar meine Basis ja das ist meine Basis die angegriffen wird oh ne verteidigen war die gerade weil ich die kaum Gegner sehe muss ich sagen Machao ist bestimmt besser auf dem Pferd als Reiter von Xiliang das haben die wahrscheinlich extra so gemacht dass jeder Charakter ehemals sein Spezialgebiet am Anfang direkt verstärkt hat sehen wir auch mal ein bisschen den Pferdekampf ne? ist der tot? jo aber der droppt ja nicht mal was der gibt jetzt was schönes ja das Pferdekämpft ist mir wieder zu langsam was lieber so oldschool ich bin gespannt auf was ich dafür kriege weil aktuell hat es sich halt nicht gelohnt ne? ey was bist du denn für ne feige Sau? ich glaube ich spinne und da ist so ein gelb Turbondtyp drauf ich ich fasse es nicht mit Enterhaken kommst du schneller hoch als wenn du normalerweise die Leiter hochkletterst ist gut zu wissen extra deswegen ausprobiert das war's das war's das war's ja nichts zu geben also werde ich äh zukünftig nur wieder diese Außenposten lol Masamun alter wenn ich zu jeng jau wahrscheinlich schon geben würde ist wie im breath of the wild wenn du direkt zu Gannon gehst wirst du wahrscheinlich bitter scheitern wie lange ist das Spiel jetzt? seit 6. Februar oder so Masamun ne? alter ist echt nicht normal aber wenn es Spaß macht warum nicht eine tote Welt aktuell wie in breath of the wild oh das sieht cool aus ach so ich muss mit oh jetzt wird's interessant ich muss mit dem Schiff hier rüber muss jetzt den Fährmann bezahlen und wie krieg ich das Pferd darüber lol level ey Masamune bete dass man nicht hier so viel leveln muss ey bitte nicht ja Fährmann wie geht's ach der muss der nimmt kein Geld ja danke die viel mal dankt ach das wird gecutt finde ich nicht so gut ich hätte es besser gefunden wenn man sich das anschauen könnte diese schöne Floßfahrt oder Bootsfahrt und es die Möglichkeit gegeben hätte das zu skippen wenn man es einmal gesehen hat dann skippt man es wahrscheinlich immer aber ich hätte es gerne einmal gesehen das finde ich ein bisschen schaden naja ist halt so das Spiel musste ja irgendwann mal rauskommen ne und lang genug gewartet auf dieses Spiel ähm ok wir sind gleich da hier über die Brücke ja ja muss ich man könnte mal sehen wie weit ausgebereitet diese gelben Tourbahnen sind ne sind quasi überall sind quasi überall extrem krass das sind auch meine Verbündeten ja ja manche merken da ist immer schneller das ist mega krass ich habe es halt vor Amazon Prime und es kam erst um 4 Uhr mittags bei mir und ich wohne schon in eine große Stadt wo die Post eigentlich pünktlicher kommt eigentlich naja ist ja egal besser spät als nie wäre nur cool gewesen wenn ich es schon am Samstag gehabt wenn ich es halt am Samstag schon gestreams ist ja klar aber es ist bestimmt wieder so ein Wegpunkt ja das ist praktisch diesmal ist er praktisch ja sehr schön das setzen wir natürlich auch zum Ziel oh es gibt sogar Erfahrungspunkte setzen wir zum Ziel diese Wegpunkte alles zu finden und jetzt sagt ihr bestimmt oh du hast bestimmt schon einen vergessen ja kann ich aber auch nachtreten natürlich noch finden ich will sie nur irgendwann alle gefunden haben das ist Fakt hier ist auch irgendwas zu finden aber ist mir jetzt egal ich will jetzt wieder kämpfen kämpfen man kämpfen viel zu wenig doch muss gerettet werden natürlich natürlich rette ich den kann ich den auch dann spielen kann ich den dann freischalten ich mag Dong-Ju voll gerne wahrscheinlich nur eine andere Story ne das ist die neue Kombos man es einmal verstanden hat mega easy man aber ich weiß nicht ob es das gebraucht hat eher nicht so aber ist besser als Renbu in DW6 ich finde das normale Kombosystem natürlich besser aber besser als der Rennbummel sind wir mal ehrlich sind wir mal ehrlich kann man sogar aufladen interessant ja Zhuge Liang sieht so aus wie in DW4 habe ich schon gesehen also die Charakterportraits habe ich mir tatsächlich angeguckt das sehe ich jetzt aber auch nicht als Spoiler tut mir leid das ist kein Spoiler wenn ich nur sehen will wie die Charaktere aussehen ne das ist kein Spoiler man alles was ich über das Spiel wusste ist dass es Open World ist und wie die Charaktere aussehen ja hab das klar geht das mal Samune tot tot Sprintattacke wie kann ich die machen was ist das hier überhaupt niederschlagen hab ich noch nie gemacht hau ich die Gegner einfach nur zu Boden ja das machen die Tiger immer mit mir vielleicht soll ich das bei den Tiger machen keine Ahnung die Tiger lass ich erstmal da stehen in Level 10 können wir vielleicht nochmal zurück gehen dauert noch ein bisschen na was geht da oben so ab das war episch der chillt da erstmal auf Burgmauer nice Angriffshauptmann rück vor das ist natürlich ein ernst zu nehmender Gegner ne der Angriffshauptmann wer schon Angriffshauptmann geworden ist hallo der muss es drauf haben ich kriege ich jetzt erstmal um die Suche zu spüren ja das ist die Rolle aha ja wie ein Hyrule Warriors halt was ist das extra Musu Angriff nice ja mach Dreieck mach dein Fangstoß wie ein Twilight Princess die sind eigentlich die Sprunge Angriff in dem Spiel ja sehr schwach glaub ich zumindest das aber man kann ähm nach den Sprunge Angriffen die normalen Kombos waren das sind neu das ging früher nicht interessant äh äußerst interessant läuft Rettung der Bauern gelbe Tour beim Puyang auslöschen oh jeden einzelnen besiegen nein ich glaube ich muss nur da hinten hin wo die Schriftrolle ist aber komm die jetzt auf Weg liegen die besiege ich auch wollen zwar heute noch was sehen aber ganz ehrlich kommen die besiege ich jetzt diese Fliege ey seht ihr das behinderte Obstfliege will man mal einmal sich gesund ernähren kauft Orangen zack Instant Obstfliege da was ich noch für Spiele auf PS4 hab ja sehr viel Resident Evil Doom Doom will ich auch irgendwann LP hin wahrscheinlich nach Metal Gear Solid Metal Gear Solid gut Stichwort habe ich auch für PS4 den fünften Teil halt Sonst Warriors Games Berserk das mag ich ziemlich bei Samurai wohl das hat der King der Marz ein nur sowas nicht so viel halt Sonic muss ich mir noch holen Sonic Forces das werde ich mir noch holen definitiv ist auch schnell durchgespielt das kann ich mir gerade in der LP hin zack heute ist es abgehakt ich müsste es mir aber noch kaufen ich habe Sonic Forces noch nicht schön mit Knuckles Show me the way ey was ist das denn I don't believe in Magic ach so das ist hier Giftgas oder was uncool ey das ist uncool ich glaube hier brauche ich die Double Jumps ich werde sie benutzen kriege ich das Rord kaputt und nicht der Anschein ja es hat fast ausgelöst wir können nichts mehr so machen wie das retorten die Gelben Turban die Texturen sehen übrigens sich scheiße aus von dem Fass warum stellen die Gelben Turban hier in unserem Gebiet solch komische Ritual Dinger da auf ey aber die haben das Gebiet glaub ich schon eingenommen gehabt waren hauptsächlich Gegner drin ne thank you we've not been forsaken after all this victory was made possible due to your efforts ne rainbow six glaub ich ein Shooter und normal Shooter weiß nicht das ist nicht so meins ich spiel keine Shooter nur Grusel Shooter und Metal Gear Solid Metal Gear Solid Shooter ähm ich weiß nicht ob man das als Shooter bezeichnen sollte ne Metal Gear Solid und Shooter ist wirklich nicht die richtige Bezeichnung vermitteln ihr sollt Ritualwerkzeug in je zerstören uuuh Ritualwerkzeug all day zerstören ach Dong-Ju retten das meint ihr? das meint ihr? da retten wir den jetzt würde ich sagen ah das kann man sich auch anzeigen lassen dann sieht man wo die Action abgeht Guandu ja man versteht das immer nach und nach besser ne das Spiel ich merke das schon kehrt jetzt auch das Leben hier wieder ein? ja hat glaube ich den Anschein so eine verdammt große Stadt Jesus Christ warum? oh ja eh wir bis mal irgendwie in der Reiche ah ich muss jetzt in den gesamten Map dieses komische Rüstwerkzeug zerstören übrigens die Pferde konnten in den alten Nice Boys Teil nicht die Treppen hoch gehen NEIN Enterhaken jetzt hab ich einmal wieder auf den Chat geguckt und fall direkt die Burg runter da ist doch was drinne nö nix doch Würzmittel war da drinne wow Würzmittel Meckes Ketchup oder was kann ich gerne darauf verzichten Würzmittel ja wir müssen jetzt hier hin aber wir retten jetzt Dong Ju wisst du das? was hier noch schön ist ich geh jetzt erstmal zu dem Häuschen sieht ziemlich einladend aus habe ich jetzt hier eigentlich einen Schnellreisepunkt habe ich nicht na gut hier war eine Wegmarke doch hier ist glaube ich Schnellreise gewesen ja passt schon alles sehr weird für mich noch krass kann springen das Pferd nichts oh gimme 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 PogChimp PogChimp I love it das hat sich wieder gelohnt immer nahe vom Burgen gibt es irgendwie so ein mega krass Erzvorkommen das war ein Omega Lull Moment ja 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 der Spring hat ein bisschen Delay ist ja klar immer ein bisschen Delay meinst du wo ich da die Burgmauer untergeflogen bin ja das war echt Omega Lull das war Fail Epic Fail alles Clashen dann würde ich sagen schauen wir uns mal hier oben hier ist wieder ein Lager gibt wieder Erfahrungspunkte los gehts let this battle start in your face und goodbye jo er ist Geschichte das wirkt einfach viel schwächer ne als der andere der Dreiecksangriff ist besser liegt aber auch daran weil wir da Blitzelement drauf haben nicht vergessen wollen habe ich auch Sprungattacke Sprung und Dreieck habe ich nicht doch das ist die Sprung und Dreieck ne ist es nicht oder ne habe ich nicht wirklich warum habe ich das nicht muss es freischalten oder so wie sieht es eigentlich mit Ex-Attacken aus ich glaube man kann Waffen kaufen und da steht Ex dann drauf ne muss man auch erst freischalten alles ein bisschen komisch mal gucken ob blocken in dem Spiel noch wichtig wird weil in alten DWs das A und O wenn ich geblockt hast war es am Arsch möchtest du es wieder mitnehmen vielleicht erst wenn alle Gegner weg sind und hier ist noch ein Gift Ball nehme ich natürlich gerne mit wäre cool wenn die Gift Attribute nicht bei Naman-Soldaten wirken würden weil ja die kennen ja das Gift Illuminatis überall das Dreieck das ist so wichtig ach Illuminatis sind die Besten so ist das ach doch die Sachen verschwinden nach einer Zeit ahhh das Lager ey ich bin aber auch wieder zu geizig mit dem Usu ne warum soll ich für die Usu wasten ey ich kämpf schon gar nicht mehr im Lager der Typ wird durch ganz China geschleudert der Typ wird durch ganz China geschleudert der Typ wird durch ganz China geschleudert kann ich jetzt das fast mitnehmen ja es darf kein Kampfgeschehen sein es ist wie in Kingdom Hearts du kannst ja King Hearts auch glaube ich die Truhe nicht öffnen wenn da Gegner in der Nähe sind sowas da oder im Englenspiel war es auf jeden Fall so kann mich auch täuschen ich meine es war Kingdom Hearts Ja Guren Yu what a show brother er ist irgendwie meilenweit davon ähm weg und weiß dass ich hier abgehe ja ne ist klar aber es war in den alten Nice World teilen auch nicht anders ich finds immer wieder lustig what a show brother hab ich einfach mal bei WhatsApp geschrieben ne oder bei Twitter gepostet ne ich nehm das Lager hier easy auseinander und Guren Yu dann what a show brother Ja Masamune spiel mal Hearthstone da spielst du nicht im Sack ne Hearthstone ich weiß nicht es ist so ne Sache es macht zwar Spaß aber muss so viel Geld da reinstecken also ich kann keinen wirklich raten mit Hearthstone anzufangen da 1500 Euro oder so schon drin stecken in dreieinhalb Jahren oder wie lange ich das spiele trotzdem 1500 Euro man das wär mal ein guter PC gewesen ich hoffe ich level hier ganz gut ne ey der hat was gedroppt 200 Gold gimme 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 boah was hier alles gibt Jesus aber wir nehmen erstmal das Lager ein dann kann ich immer noch die ganzen Materialien einsnacken und dann wollen wir mal Dong Zhuo retten das wird cool das ist natürlich ein weiter Weg ne ja stimmt Leoway kann ziemlich viel mitnehmen das ist richtig wie der Pokémon Protagonist ne der das Fahrrad einstecken kann und alles in seinen kleinen Rucksack ja das ist auch unlogisch das ist wohl richtig das Riesenfässer bei JinCfei fände ich es gar nicht immer unlogisch aber bei Xuxu warum nicht die sind halt stark ne ich weiß zwar nicht wo die es lagern aber theoretisch könnten die es auf Schulter packen JinCfei und Xuxu wäre es gar nicht immer so unlogisch bist du der letzte du bist das letzte du bist das letzte ich weiß so wenn der besiegtesten sammeln wir hier den ganzen Müll ein und dann gehen wir zu Dong Zhuo du musst du wahrscheinlich wieder den Fährmann bezahlen bezahlen oh ich kann ja auch schnell reisen gucken wir mal was sich anbietet hier guck mal du bist du jetzt kriegst du also kannst gleich wieder behalten es gibt hier nichts mehr zu besiegen ja doch die sind auch noch da ach ach ich bin zwar geizt mit Musu aber komm seems gut doch warum nicht gleich so und Musu Pod hehe warum bin ich geizt mit Musu wenn es direkt Musu Pod gibt ne als ob ich es geahnt hätte I'm the next Uri Geller the next Uri Geller der russische Uri Geller Freunde ok keine Meldung du hast das Lager eingenommen ne warum auch wenn hier schon wieder neue Gegner sind urach Resident Sleeper wieso kommen hier immer wieder neue Gegner wo waren die die ganze Zeit da jetzt hat es gesagt was wurde erobert nichts dafür bekommen nice da lacht mein Herz das Spiel belohnt mich zu wenig ich will belohnt werden ich will Erfolg erzielen und diese Fliege die hole ich mir jetzt die Kammerjäger ruft hier ist ne Obstfliege einmal Orangen gekauft direkt gepanisht so jetzt guck ich mal ob ich hier schnell reise ja schnell reise bietet sich an wir gehen zu diesem Punkt äh ziel festlegen kann ich jetzt auch da hinreisen ich will da jetzt hin ich will da jetzt hin guam zong oh zz junge oh 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 dr pepper beste cola by the way product placement und so spaß gut dongzhu will immer noch gerettet werden alles klar oder wollen wir jetzt einfach rein rennen und oh das war nicht gut nein das machen wir natürlich nicht ähm wir machen das alles schon so wie es ähm sich wie es die Richtigkeit hat man diese Fliege ey ich raste aus ey mach ne biege Fliege ah das kennt keiner mehr Tex Avery Show bin halt ein alter Hase pfff scheiß Fiek haha ich will doch nur deines Warriors neuen spielen das ist gerade neu rausgekommen aber ich glaube die Fliege will das auch spielen oh nein sind hier wieder Verbündete die ich umbringen muss ach ne das sind diesmal Wildtiere uuuh uuuh auf der Jagd ich glaube die Rehe sind schon ne da ist es ist mir ein Headshot ha in your face bitch geil also das macht Spaß jagen das gefällt mir jetzt schon hochwertiges Hirschfell erhalten habe ich es nur bekommen wegen Headshot kann sein kann nicht sein er geht zu Jeng Jawa will ich eigentlich nicht hin hier ist wohl ein Secret oder wieder eine Falle ja ist eine Falle oder ne Perlenschnalle Tigerfell Tigerreißzahn Hühnerfleisch Ostfleisch hochwertiger Fisch nicht schlecht waren ziemlich seltene Materialien man muss nicht angeln man kriegt die Fische auch so wenn man Glück hat alles klar für Berserk was habe ich dafür bezahlt ich glaube 20 Euro bei Ebay er steigert ich kaufe meine Sachen immer auf Ebay um Geld zu sparen warum nicht Moment hier sind noch mehr hier sind noch mehr ah ja Konsolen und Shooter das ist natürlich bitter hat getroffen wo war das der Netshot und der ist jetzt einfach verschwunden ja ne ist klar könnt ihr dem Friseur eurer Oma erzählen das muss echt rot sein ne stehen geblieben es wird nur ein kurzer Stich äh lol das hat mich ja mal wie getrollt das Reh rennt direkt vor meine Nase obwohl ich hier einen Bogen hab das ist doch keine Headshot also ich spiel meinetwegen ich nehm es natürlich danken an im letzten Moment bewegt sich immer das Viech normalerweise müsste ich nicht treffen aber ich treffe oh was bist du denn für einer mit Dolchen Bon KS das sind schon wieder meine eigenen Leute wieso muss ich die umbringen sind wahrscheinlich Banditen aber warum in grün die Banditen waren sonst immer gelb hatten dann ein eigenes Design oder lila lila Banditen und ein unglaubliches Display von Skill wenn es etwas gibt du möchtest nimm es Jongju ja wie kann ich dir helfen mein Freund ich komm gleich zu dir erstmal besieh ich diesen Assi noch aus dem Weg abschauen ja Berserk kann ich auch wirklich nur empfehlen also Let's Play ist ja jetzt heute beendet das ist wirklich klasse das Spiel keinen Cent bereut und Berserk ist wirklich klasse es gibt zwar wenig Charaktere aber das Spiel alles in allem hat richtig Laune gemacht ich ignoriere also das Spiel lenkt leicht ab vom eigentlichen Geschehen wenn man hier rumläuft dann macht man immer was was man gar nicht machen soll ich gehe jetzt zu Dongju Freunde ihr wollt es ja auch sehen Moment hier wird mir noch was angezeigt hier ist bitte so eine Geheimtruhe boah wie es leckt nicht von mir aus Freunde vom Spiegel aus Riesentruhe boah wir können bestimmt richtig viele Sachen jetzt herstellen ich hab schon so viel gefunden am Ende ist es gar nicht viel ne es kommt mir nur so viel vor aber so ist es natürlich in der Wildnis das ist schon realistisch wenn du ein bisschen rumläufst du findest du auch Sachen das ist schon korrekt gemacht erinnere mich so ein bisschen an Oblivion da gab es so eine Quest sammle das Nierenwurzel da musste man 80 Nierenwurzel finden und die waren in der gesamten Welt verstreut es war mega schwer man musste auch teilweise die Nierenwurzel von Leuten klauen du musst da einbrechen und musst die Nierenwurzel wegnehmen das war fies oh ein Aussichtsturm auch wieder Wien Zelda Breath of the Wild ne mit den Türen mit den Chica Türen ja das beste ist auch Metal Gear Solid 3 stabile Metallausrüstung 3 Schlangenfresser bester Name yeah das geht alles automatisch hier juhu ah das deckt glaub ich die Gebiete auf ne ja 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 wie in Breath of the Wild oh Freunde die haben sich sehr inspirieren lassen sehr inspirieren lassen und das ist nicht zu viel interpretiert ah das steht Level 8 scheiß doch ich bin gut ich bin Level 7 ich schaff das bin ich vor vorgestern muss ich Level 8 sein ich wette jetzt Dong Ju oh mein Gott der Shed war weg die Krise er ist jetzt wieder da keine Angst so ja eigentlich ausgestellt sich mein PC automatisch abstellt mein Laptop hat es trotzdem jetzt gemacht geht es hier zu Dong Ju Jo Dong Ju ich glaube Jubei mag zwar nicht dein Freund sein Jubei kämpft für Frieden du bist ein Tyrann aber heute machen wir mal eine Ausnahme was ist denn das so hier auf Karte wahrscheinlich Spezialquest das markiert den Raum von Spezialquest oh das kann das kann interessant werden Freunde ja wollen wir mal oh ja hier ist ordentlich was los es ist eine große Schlacht geil endlich mal die Stimme von Dong Ju finde ich gut weil wir jetzt so viel über die Stimmen gehatet haben die finde ich gut die passt Zhang Ba besiegen und Dong Ju wetten ey bomben Stimmung Kia was geht ab das ist Zhang Bao dahinten das ist gut zu wissen dann komm mal her mein Freund schleine mal ihn in Luft Kombo in ihn da liegen wieder Giftpfeile vielleicht nehmen wir die für einen ganz starken Gegner oder für die Jagd für die Jagd kann ich mir vorstellen dass es gut ist aber nicht dass wenn man Fleisch findet dass es da auch vergiftet ist das wäre natürlich super realistisch das war ja so im Breath of the Wild wenn du irgendwie Gefroren äh Fleisch äh in der Eiswelt platzierst dann ist es auch direkt eingefroren da hat es gefrorenes Fleisch gehabt ich weiß nicht wie realistisch dieses Spiel das sieht welchen Giftpfeil verschießen ist ja auch das Fleisch eigentlich vergiftet oder nicht eigentlich schon die Gäste die im Weg der Virtue stehen werden verlieren diese Gewalt wurde möglich wegen deiner Erfurt wirklich impression Loll wie sieht hier an Young denn aus ein fantastisches Display wenn es etwas gibt du möchtest nimm es alles klar Dongshu wäre geil wenn ich die jetzt freigespielt hätte Jesus oh es gab ordentlich Level ein Level actually aber viel Erfahrungspunkte halt sehr schön was hat mir das jetzt gebracht dass ich den gerettet habe einfach nur so auf jeden Fall cool war mehr los als sonst bei den kleinen Stammmützeln allgemein ist es so dass du viel rumläufst in dieser Welt erstmal da und da wieder so ein kleiner Fight aber so richtig viel abgehen tut es eigentlich noch nicht in dem Spiel nur eben gerade bei Dongshu das war ganz cool hat mir gefallen den Tigermeister vertreiben nein den vertreibe ich immer noch nicht ich will das nicht machen kann sich selber vertreiben ich mache es nicht guck mal hier sind noch mehr Missionen irgendwie Gott aber ich schalte die natürlich erstmal aktiv wieder steht eigentlich immer welches Level das empfohlen ist steht da nicht schade doch Level 6 da steht es Level 6 ja gut war ich damals nicht jetzt könnte ich es natürlich machen aber wir machen erstmal die Ritualscheiße da ja es ist mal was anderes ne das Open World System ich glaube mein Vorfazit zum Spiel wird sich bewähren ich glaube es ist ein gutes Spiel aber es ist kein Night's Warriors können wir nicht sagen dass es wirklich Night's Warriors ist wenn man ein Open World hat und kein Massenschlachten und ständig Action hat das ist ein geiles Spiel glaube ich aber es ist einfach kein deines Warriors das ist doch Fakt oder? oder sehe ich das falsch? ich sammle Sachen ein gerade und guck mich um Farme Quests muss ich das in deines Warriors tun? nein muss ich nicht aber hier in diesem Spiel in diesem guten Spiel was kein deines Warriors ist ist kein Hate ne? ist nur eine Feststellung vielleicht kommt das ja noch alles aber ich glaube da nicht dran keine Ahnung ihr habt es scheinbar ja schon länger gespielt ich habe es halt gerade erst jetzt reingelegt das Spiel naja Open World Spiele sind eigentlich immer gut und mir gefällt jedes Open World Spiel Oblivion, Breath of the Wild eigentlich auch Skyrim aber ich finde Skyrim so viel schlechter als Oblivion wo sich viele immer von Triggern lassen weil viele hypen ja Skyrim so ich habe nie gesagt, dass Skyrim schlecht ist aber ich finde es halt schlechter deutlich schlechter so als Oblivion Oblivion, die gesamte Story finde ich besser durchdacht mit den Toren, bessere Atmosphäre, innovative du hast die große Kaiserstadt weil Skyrim sind meist nur so kleine Städte das finde ich dann schon ein bisschen fragwürdig warum man das nicht so gemacht habe wie in Oblivion generell ja, war es besser durchdacht fand ich mehr innovative innovative Ideen in Oblivion aber das triggert halt viel deswegen sage ich das nicht so gerne mit Skyrim ja man, das wollte ich dir sowieso sagen mit Wertu ausstellen was lustig ist ich sehe ja noch die Bewertungen und du ja wahrscheinlich auch bei deinen Videos und das Interessante ist seitdem die Bewertungen ausgestellt sind habe ich 10 bis 12 Likes auf dem Video so viel habe ich sonst nie also irgendwie hilft es ja und außerdem Bewertungen bei YouTube jetzt mal Realtalk lehnt euch zurück holt euch Popcorn Realtalk Bewertungen bei YouTube Bullshit Bullshit Manipulieren den Menschen wer zum Beispiel ein Video ist von Justin Bieber bestes Beispiel sauviele Dislikes wer Justin Bieber nicht kennt ja solche Menschen soll es geben der wird direkt manipuliert sieht oh 37.000 Dislikes nur 5000 Likes hm der müsste ja scheiße sein brauche ich mir nicht weiter angucken geht aber trotzdem Dislike manipuliert durch Videobewertung deswegen sollte man sowas ausstellen weil es einfach Mist ist weil man wirklich wissen will wie die Videos bewert werden ich stelle mir die Werte aus und hat dann eben halt ein objektives Urteil darüber das war jetzt Realtalk warum ich gehatet wurde das ist so ein Kiddie das ist neidisch auf meine Videos aus dem gleichen Grund wurde Masamune gehatet so ein kleiner 12-Jähriger der sich cool fühlen möchte und Aufmerksamkeit will hat einfach mal irgendwelche Videos meint dass ich dann getriggert bin im Grunde genommen hilft mir das ja ne jeder Dislike gibt Aufmerksamkeit das checken ja viele nicht und das ist die Hintergrund Story dahinter also einfach nur Bullshit also Kiddie es hat gemeint dass dieses Kiddie mit abgefilmten Videos ja mit der Handy Kamera genauso eine gute Qualität habe ich gesagt alter bist verrückt und seitdem ja fing das da an mit dem Have nur deswegen nice oder? aber ist mir egal wer tut sie aus kann keiner sehen und juckt auch geil würde diese Person bei Twitch im Chat kommen würde sie sowieso direkt gebannt werden entweder von mir oder Masamune oder was das boah wie viel money hier ja diese Leute sind ja auch diese Kiddies man ja das lustige ist diese Person wollte ja auch jeden irgendwie dazu bringen mich zu hey das lustige Ritualwerkzeuge zerstören immer noch aber hier geht doch die Action ab ganz ehrlich ich glaube ihr wollt es auch ne das war lieber hier hingehen vor allem wir sind ja auch direkt hier hier sind wir ja komm wir machen erstmal das Lager und dann können wir immer da noch hin ja tropas die Idee pernschneider achso das ist wie ein Halfstone ne die Materialien mit anderen Farben sind wahrscheinlich selten gelb ist wahrscheinlich super selten legendär wie ein Halfstone kann ich das Fass mitnehmen? ja ja ist echt unlobisch einfach mal in den Taschen stecken ne so ein riesen Fass ja ne ist klar ja ne ist klar ja ne ist klar ja gut das ist der richtige Weg jetzt bin ich langsam drin ne ihr merkt das jetzt läuft's und wenn's läuft dann läuft's wir können natürlich auch zurück zu den Tigern aber erstmal mach ich jetzt hier das Lager dann ähm machen wir das mit den Ritualfässern und dann machen wir die Tiger dann gibt's die Rache boah wenn ich Bock hab mach ich das ich hab halt immer zu tun ne ich bin ja leider kein Fulltime YouTuber mit Fulltime YouTuber wäre würde ich das auf jeden Fall immer machen ne so ein Einkaufsvideo oder so warum nicht ich hab ja auch andere Sachen zu tun ne und drei Videos am Tag die sind halt schon anstrengend würd auch gern mal wieder Simmerzeit blind machen aber die Uni und hast du nicht gesehen die rufen halt immer ne und drei Videos an sich schon immer hochzuladen ist schon ziemlich viel Arbeit ich glaub'n die wenigsten aber es ist wirklich viel ja was Masamu gesagt der Typ hat auch noch 30 Accounts gemacht es ist schon mega Hobbylos oder 30 Accounts mal alter ich bin schon zu faul was weiß ich noch einen Account zumal ich hab wollten wir mal einen Fake Account für Twitch erstellen aber ich war zu faul nur einen einzigen Accounts mal und der Typ hat 30 Accounts über GG ich hab' keine Hobbys keine Freunde nix ja vieles Badman solche Leute sind aber schon eigentlich bemitleidenswert also wo ich in dem Alter war ich mach dich Freunde und ich war nur so ein kleiner Dörfler ne ich wohnte in so ein Dorf mit 1000 Einwohnern und hatte ich trotzdem acht Freunde oder so in dem Dorf das war schon ziemlich krass aber gut aber gut ich bin ich der Typ ist der Typ wenn auch jeden nur Hateds kein Wunder dass man dann keine Freunde hat ey ich mags bei Nacht zu kämpfen ich bin so ein Nachteule Freunde kann ich das immer Nacht werden lassen wenn Stark ist kann ich das dann wieder so zurückspulen oder so wie in Zelda wie in Ocarina of Time Tag und Nacht wechsel das möchte ich haben also bei Nacht zu kämpfen ist mega stylisch bin auch immer gern damals von Smash Turnier mit dem Auto gefahren nachts immer ne epische Atmosphäre ah das ist aber nur so ne kleine Schramitze ich dachte hier ging richtig die Action ab ach so ich muss mehr nach in diese Richtung ja ah da ist ne Burg da muss sie rein Goodbye my Lords ist da wirklich so gemütlich am Boden oder spielst du das nur so ich sehe wie viel Geld wir haben 9800 oder ich weiß nicht ob das viel ist ich finde Geld 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 und dann finde ich noch mehr Geld und immer wieder finde ich Geld oder so vor als wäre ich schon Millionär ey ich würde gerne in dieser Welt leben ey ich habe ja auch 8 Jahre Schwertkampf gemacht und so könnte ich mir auch Geld farben ne würde ich die auch einfach alle niedermachen easy steht der nochmal auf ah du Arsch ist immer so angetäuscht aus der dunklen Ecke beobachtet er mich oder was meinst du Tryhard mag den Nachtmodus bestimmt auch weiß ich gar nicht ob der sein Fächer hat ich hab's vergessen weil zuziehen ist ja ein Witz der existiert für mich nicht mehr mit dieser Waffe wenn ich mehr die Karten hatte ist er nicht mehr zuziehen ist einfach so die Spiel scheint sehr umfangreich zu sein Jesus Christ bis jetzt du ich hab Jahre vergangen hat er ja welche Fächer denn den Pferde H Fächer oder den aus Dice 2 S5 oder 3 bis 5 wäre gesagt weil in Dice 2 S2 hat er ja nur ein Schwert gehabt Dice 2 S1 gab es ihn nicht nur Juggly Young hier ist ein Offizier gerne frisst das for my aspirations und direkt level up für den Eindrucksfall muss man warum verbraucht er manchmal mehr und manchmal weniger musst du weil ich loslasse wahrscheinlich ja das wird sein das ist jetzt so ein bisschen wie Samurai Warriors ich darf nicht loslassen wobei es war ja eigentlich schon immer so oder ja nehmen wir mal der aus 3 bis 5 das ist gut das ist der beste Fächer gewesen ja Masamune was soll ich denn im Berserk sagen im Berserk habe ich glaube ich 13 Millionen dann wirst das Geld nicht los das Geld hat keinen Sinn im Berserk aber naja hier ist ein Offizier das haben noch die gelben Tourbahnen im Kopf hier Stroh aber sie sind wenigstens sozial sie geben Stroh ein Zuhause Spaß ich merke die gelben Tourbahnen eigentlich hier ist auch ein Offizier draußen ich glaube in Nacht kann man die Gegner besser überraschen das habe ich mal gelesen vor allem ist es wie Metal Gear Solid so dass die da oben auf Karte so ein Sichtfeld haben das hat das ganz cool gemacht ja Samurai Warriors 2 habe ich leider nie gespielt ich habe es zwar aber ich habe es nicht gespielt ist angeblich das beste Samurai Warriors ja Leo Bay hat jetzt die Stroh Schuhe gemacht und ich ich fand den Typen immer noch am besten ähm ja Leo Bay ich bewundere dich ich habe auch die Schuhe gekauft ich liebe diese Schuhe die Schuhe aus Stroh und da hat er Lederschuhe an das war der geilste Moment im ganzen Spiel bis jetzt das war schon episch also war so ein mega Omega Lul Moment wow 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 wie cool wie cool wie hab ich das denn gemacht vor hinten so als Stock Wieso kann ich das nicht einsammeln? Ach so, als Leben. Ah, ja, ja. Das sind die Fleischbällchen. Die Grafik ist zu gut für mich. Ich kann die Fleischbällchen nicht erkennen. Früher war ein verpixelter. Ehrlich. Gelbe Turbane bei Nacht, by the way, Freunde. Habt ihr was, ne? Habt ihr was. Dann können wir auch Ruan Du mal bei Tag erleben. Uh. Wir müssen halt diese Burg hier klären, weil dann können wir da hinreisen. Erst dann bekommen wir den Wegpump, glaube ich. Mhm. Sonst noch wer? Freiwillige Form. Da liegt noch Geld. Kann ich denn da einfach Geld liegen lassen? Ich als Geldgeller Sack. Was war ein Dice, 2, 3 Extreme Legends? Ach so, bei Nacht, gelbe Turbane. Stimmt. Stimmt. Gut aufgepasst. Schon wieder vergessen. Stimmt, stimmt, stimmt. Das war, glaube ich, die erste Schlacht, ne? Chang Zhao. Kann das sein? Die W3 Remake. Ja, wäre natürlich episch, ne? Ist das eins meiner Lieblings-Dice Royals-Teile. Eigentlich mein Lieblings-Dice Royals. Aber ich hätte keine Lust, die Charaktere nochmal zu leveln. Und auch nicht die Zeit dazu. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, nicht die Spielstelle zu übertragen. Deswegen würde ich es mir kaufen, aber würde es wahrscheinlich nicht spielen. Viel Spät, man. Habt die Zeit nicht mehr. Ich hoffe auch, dass man in diesem Spiel irgendwie für Geld die Charaktere leveln kann. Das ist mal eine feinde Sache. Guren, du auch. Ja, ja. Guren, du sah gar nicht mal episch aus. Bei Tag, jetzt wo du sagst. Ich glaube nicht, dass es Lage hier sinnvoll ist, einzunehmen. Ich lasse es. Gehe die Fahrt einfach weiter, ignoriere das. Oh, da wollen wir mal durch den Wald laufen. Ich glaube, hier findet man mehr Sachen. Ich lauf mal hier durch. Keine Wölfe, kein Tiger, nix. Ich freue mich schon auf die Revanche gegen die Tiger. Ja. Nee, DW1 war kein... Also, DW2 war kein Remake von DW1, by the way. DW1 ist halt DW1. DW1 wäre eigentlich episch. Jetzt mal Realtalk. Das würde ich mir auf jeden Fall gönnen. Mein Fing mit allen neuen Charakteren jetzt. So ein 2D-Fighter. Ich kann solche Spiele zwar nicht gut. Ich weiß nicht, das wäre auch episch, oder nicht? So ein Tekken-Fahrschnitt. Ich weiß immer noch nicht, was bringt hier des Banditen, umzubringen. Wow, warum wird mir dann Schiffe angezeigt? Wow, 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 wow. Interessant. Hey! Der hat es nicht besser verdient. Kriegt jetzt immer zu. Der hat immer richtig aufgemuckt. Yo, klar. Was ist das für einer mit Zimmer-Chao-Schwert? By the way, gut, dass es so ein unique Charakter wie ein Leo-A-Spiel, der nicht irgendwie eine Klon-Waffe bekommen hat. Ansonsten würde ich wahrscheinlich nur am Fluchen sein. Warum wird mir hier was angezeigt? Ah, da. Warum soll ich denn zum Hafen? Geh ich nicht hin. Ey, magst du so eine Herausforderung, es muss? Weil da noch ein Wegpunkt ist. Warum sind immer Wegpunkte an Stellen, wo man sowieso hinreisen kann? Sinn. Ah, wie gesagt, dann können wir da ja gleich hinreisen, aber ich mache jetzt erstmal diesen Scheiß. Bin je. Oh, Moment, Moment, Moment. Den Turm sollte ich vielleicht erst aktivieren, damit ich das Gebiet hier aufdecke. Like in Zelda Breath of the Wild. Magst es gegen die Banditen zu kämpfen. Ist eigentlich genau so sinnlos wie zu angeln, ne? Einfach gegen diese Banditen zu kämpfen oder Söldner. Was es darum mal sind, wird ja nicht erklärt. Keine Ahnung. Was ist mit den Typen hier? Wollte keiner in der Meie haben? Ist das so ein schlechtes Krieger? Ja, sind es. Hier haben wir die Antwort. Und den Weg haben wir nicht. Einfach auf der Karte. Viereck. Viereck. Okay, habe ich gemacht. Hör mal hin. Eben hat er so gesagt. Dinner! Er isst diese Banditen hier zum Dinner. Das ist New Base Abendessen. Da wieder Dinner! Ach komm, scheiß auf die Banditen. Jetzt wird es mir zu eintönig. Jetzt ist es. Ritual soll ich da endlich kaputt machen. Wir kommen hier gar nicht voran. Das Spiel lenkt echt ab, Mann. Tut mir leid. Jetzt ist egal, was hier ist. Ach nee, wir wollten ja zum Tu haben. Ähähähähähähähähähäh. Banditen haben mich so vom Pfad abgebracht, was das war, dass ich das schon wieder vergessen habe. Alles Klärchen. Wunderbärchen. Oh, ist das ein Pferdestall oder so? Scheint ein Dörfchen zu sein. Cool. Und noch mehr Banditen. Ja, nee. Ist klar. Kriege ich das als Wegpunkt? Aber ist hier ein Wegpunkt? Nicht, dass ich wüsste. Das ist ein verlassenes Dorf. Wo du wahrscheinlich von den gelben Turm überrannt und jetzt wohnt er keiner mehr. Show me the way. Ja, die Mini-Map verwirrt mich. Sieht immer so nah aus, aber ist immer der übelst weite Weg, actually. Oh, hier fliegt sogar ein Schmetterling dran. Diamant. In Wrath of the Wild ist das Seltenste, was man finden kann. Ja, muss ich ja gar nicht hoch, oder? Doch, ich glaube, wenn man oben ist, dann wird mehr aufgedeckt, weil man sich einmal einen Überblick verschafft. Ich mach's. Diesmal nicht mehr in den Endtagen, um euch das auch mal zu zeigen. Schöner Anblick. Ich sehe Bäume. Und Eisberge. Ja, Gongsuns-Sans-Gebiet. Das ist ziemlich eisig. Da wäre der nächste Turm, aber wir gehen natürlich jetzt nach Ye. Ohje, Mini, wir gehen nach Ye. Ja, es wäre wahrscheinlich schlau, sich hier die ganzen Lootboxen zu holen. Aber es ist zu langweilig für euch. Information über das Gebiet, Arten. Anhäufer von Harz, Anhäufer von Gegenseng, Hartz IV oder was? Ein Moment, ich muss mal wieder was trinken. Nicht, dass mir jetzt die Dr. Pepper wieder hochgeht, wie in meinem allerersten Stream. Ja, ja, ja. Hier. Seht ihr das? Die will schon wieder. Ja, ja. Sind wir gegen die Dr. Pepper. Und sie ist hochgegangen. Oh, mir egal. Ich habe eh nicht so einen Durst. Fail. Ich habe verloren gegen die Dr. Pepper. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber beim ersten Livestreams bin ich hier richtig hochgegangen. Da war ich pitchfatsch nass, Alter. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts außer Bäume und Berge. Ja, es sah wie ein Breath of the Wild ein bisschen. Eine tote Welt. Eher gesagt, eine große Welt. Und so groß, dass es eben halt in manchem Gebiet nichts ist. Wehe das Clip da mit der Dr. Pepper. Ich hoffe es euch. Spaß. Ich wüsste euch natürlich nicht. Ähm. Wenn das keine Falle ist, klicken wir auf die linke Seite, auf das Touchpad. Linkseite auf den Touchpad. Dann suchst du ein bisschen raus mit der Mini-Map. Oh, das ist aber sehr nah. Ah, okay. Das ist super weit weg. So und so. Ich denke, das ist das Beste. Aber so hatten wir es, ne? Kann das sein? Na, müssen wir sehen. Wenn ich zum Beispiel zum Turm gehen möchte und ich sage, die Map ist mir zu groß, dann zoome ich ran. Dann kommt diese Verwirrung nicht mehr zustande. Hey, Ritualwerkzeug zerstören. Wo sind die? Hallo? Sind ja gar keine Gegner. Wo sind denn die Gegner? Mann, ich habe Duas. Ich kann die Cola nicht öffnen. Ah. Ja, dachte ich auch. Ich wusste gar nicht, dass man den auf zwei Seiten betatschen kann. Das Touchpad. Guck mal, wenn ich rechts betatsche, kommt das hier. Karte. Normalerweise drücken wir Options. Das ist echt weird. Mega weird. Ich spiele vor, in dem R-Knöpfer als andere Spiele. Ah, das ist ein bisschen verwirrend, ey. Ich mache jetzt die Karte mal groß. Für die Stadt ist das definitiv sinnvoll, wenn auch der Weg so schön angezeigt wird. Ich bin Mainstream und gehe nur auf den Hauptstraßen. Ich bin Mainstream und gehe nur auf die Hauptstraßen. Jo, Laszlo. Wieder da. Hast du auch Overwatch gespielt wie die anderen? Alle spielen Overwatch. Ich sehe das immer, wenn ich Halfstone spiele, Lul. Just don't touch it. Zerstört. Wie in irgendein Zelda-Spiel, wenn man die Vasen zerstört, dass man dann auch dafür aufkommen musste. Welche war es nun mal? In irgendeinem Oracle-Game, glaube ich. Ja. Oh, was habe ich mal in meine Rack-Folge gesehen? Da konntest du aber nicht. Der wurde dazu gezwungen, das zu spielen. Aber ganz witzig. Ich kenne mich nicht aus in der Overwatch. Nicht, dass du das längst. Ähm. Manchmal lagts vom Spiel aus, wenn das meins. Ich weiß ja nicht, ob es bei... Ob es jetzt an manch... Ob es jetzt generell immer lagts, sonst liegt es am PC und ich streame schon 720p. Es wird halt Zeit, ne? Es wird Zeit für einen vernünftigen PC, man. Der ist ein bisschen outdated. Was haben wir hier denn? Ach so, was die Wegmarke. Guck mal, jetzt leuchtet es aber ja hier nicht mehr beim Schiff. Gut, dann vertreiben wir jetzt den Tigermeister. Müsste ich sonst zu Zheng Zhao? Tatsächlich schon. Oder wollen wir zu dem Hafen gehen? Ne, das ist eigentlich Schwachsinn, ne? Gut. Tigermeister vertreiben. Los geht's. Good Song. Östliches Dorf. Das Spiel leckt, ja. Hat Koi mal wieder versagt. Ich weiß nicht. Was haltet ihr davon, dass es ein bisschen leckt? Nur weil ein bisschen Grafik jetzt mehr drauf ist im Spiel. Ist halt Open World, ne? Deswegen, äh, kommt es zu den Lecks, weil quasi der ganze Bereich gerendert wird. Das ist das Problem. Aber irgendwie man da was anderes machen muss. Die Render Distanz hätte nicht so groß sein müssen, ne? Wäre es nicht zu diesen Lecks gekommen. Ja, das ist so ein blöder Season Pass. Das kennst du ja von Breath of the Wild. Den müssen wir noch holen. Ich war jetzt aber noch nicht in den Shop. Ich wäre jetzt offscreen, oh Mann. Ich hole mir natürlich den Season Pass, egal wie teuer der ist. Ist ja klar, ne? Muss ich ja als Fan. Und wenn der dann da ist, dann gibt es auf jeden Fall vollstehers LP irgendwann. Oh, diese Tiger, ey. Ich habe immer noch keine Chance gegen die. Lol. Ich renne jetzt weg und knall mir die mit Bögen ab oder so. Wir sind die so overpowered. Die Tiger sind ja echt broken. Was kann man gegen die machen? Das kann es doch nicht sein. Guck mal, die Arbeiter werden ja zur Tiger überfallen. So kann ich die Fallen auswählen. Ja, mach mal eine Falle dahin. Wurde die jetzt da platziert? Scheinbar nicht. Keine Chance gegen die Tiger, wirklich nicht. Scheiße, ey. Was ist das? 4 X-Pam gegen die Tiger, als ob hier. Kann ich die Schwierigkeitsgarten nochmal runterschrauben? 4 X-Pam, okay. Ja, aber du hast ja irgendwann lag. Das ist ja die Sache. Muss wahrscheinlich... Moment. Wie heile ich mich? So schon mal nicht. So. Machen wir es so. Zack, zack, zack. Double Jump. Zack, zack, zack. Ja, aber dann kommt irgendein anderer Bastard von Tiger. Das sind einfach zu viele. Das sind halt Feiglinge. Die greifen in der Gruppe an. Die fühlen sich nur in der Gruppe stark. Ich kann die Angriffe canceln mit X. Das ist ziemlich geil. Merke ich gerade. Ja, okay. Hat echt funktioniert. Braindead. Ich spiele zu clever. Mein Lieblings-DW-Teil ist DW3. Aber der Objektiv-Best ist für mich DW5. Das Spiel leckt bei mir aber auch. Lass los. Das ist ja das Lustige. Auf TV-Karte. Was unabhängig vom Stream ist. Boah, das war echt schwer. Das war eine Level 6 Quest. Seriously. Schar wechseln. Schar wechseln. Ja und wie. Vor allen Dingen Google News auf deinem Level 1. Kannst du ja nicht mehr machen. Schar wechseln. Speichern wir mal ganz gut. DW5. Das ist halt das Beste. Das ist halt das Beste. Die Maps waren ziemlich geil designt. Ich mag das mit den Lagern. Ich finde das der beste alte Teil. Und auch der aktuellste. Also von den ganz alten Teilen. Auf PS2 ist ja logischerweise der aktuellste. Weil DW6 kam ja eben mal für die nachfolgende Konsole raus. Und DW5 fand ich echt perfekt. Und Extreme Legends. Mega geile Extraschlachten dabei. Ich weiß nicht. Die DW5 feiere ich wirklich hart. Ich weiß aber vor anderen, dass die DW5 sehr, sehr gut finden. DW3 finde ich persönlich am besten, weil ich damit aufgewachsen bin, glaube ich. Aber es ist natürlich auch ein gutes Spiel. Für die Damen in die Zeit vor allem. Ich bin schon lange umgezogen, Laszlo. schon über ein Jahr. November 2016 bin ich umgezogen. 11. November war ich, glaube ich, das erste Mal hier in dieser Wohnung. Muss Quest noch bei der Anfangsstadt abholen. Meinst du, du hast Dorf? Wir haben uns echt schon lange nicht mehr gesehen. Da habe ich einen Turm vergessen, Omega-Lul. Wie hat man wieder Zeit, Mann? Aber, ja. Smash-Turnier ist immer so teuer, Mann. Und so weit, vor allem, ne? Früher war das nicht so weit für mich. Und früher hatte ich ein Auto, jetzt habe ich kein Auto. Jetzt müsst ihr Deutsch sparen. Deutsch sparen ist unbezahlbar, Junge. Und jetzt sagst du, ja, du hast Studentenkarte, ja, aber nur bist du aus einer Brücke und dann nicht mehr. Sad ist das Problem, wie ich immer zu sagen pflege. Jetzt lag die ganze Zeit vom Spiel aus. Just saying. Ich merke es ja auch. So, weil der Sound laggt. Ja? Ich wollte es nur nochmal herausgestellt haben, weil ich das nie so richtig erwähne, wenn es laggt. Wenn ich die ganze Zeit sage, es laggt, es laggt, es laggt, dann mache ich mir das Spiel ja noch schlechter. Na? Wieder Spaß haben. Der Turm ist immer megageil. Ist schon auf dem Berg. Und dann noch so ein gigant-schroher Turm. Wow. Wow, was ist da hinten für eine Stadt? War ich da schon? Moment, Moment, Moment. Nö, aber ist ja schade, ne? War ja immer lustig, Laszlo. Sollst du mir auch nicht übel nehmen, aber ich finde es schade. Ich finde es schade. Ah, ich... Da sieht man richtig, wie dumm ich am Anfang war, ne? Und wie viel ich dazugelernt habe. Hier ein Turm vergessen, da ein Turm vergessen. Überall was vergessen. Ich kann kotzen. Ja, komm, wir holen das ganz schnell nach, was ich vergessen habe. Hui! Rutschen. Wow, das war ein Lex. Habt ihr das gesehen? Jesus. Oder Gennendorf. Ja, aber im Pool haben alle mit Gennendorf kaputt gemacht, damals auf Smash-Studien. Feels Batman. Oh, Masamuna als Obmann. Das glaub ich dir nicht. Ich bin auch durch die Demo draufgekommen. Das ist ja das Krasse. Hatst du auch die Demo mit den Nanman-Dschungel, Junge? Da konnten wir Huangai nehmen, Jenji und glaube ich noch einen Char. Weiß aber nicht mehr, wen. Hier ist noch ein Wegpunkt. By the way, es gibt hier auch Erfahrungspunkte. Das ist wie in Guild Wars 2. Ich mag Guild Wars 2 nicht, aber es ist halt wie in Guild Wars 2. Ich hoffe, es gibt auch Wegpunkte, die mega schwer zu erreichen sind, dass man irgendwie hier Jump'n'Run-Passage machen muss. Das würde ich richtig feiern, weil ich bin ein großer Jump'n'Run-Fan. Hier ist ein Haken, heißt das Quest. Falls ja, gehen wir da mal hin. Ach, das ist er wieder. Ja, mein Lieblingschar bis jetzt. Welchen Teil hast du denn zuerst gesehen? Ja, Hyrule Warriors hat viele auf Dice Warriors gebracht. Das finde ich auch gut. Das habe ich damals schon prädikt. Das Lustige ist, jetzt hört mal zu, ich habe... Boah, die Legs, ne? Es ist wirklich vom Spiel aus. Ich habe Hyrule Warriors gehabt, bevor es angekündigt wurde. Nämlich bei Dice Warriors 6 Empires. Ich habe da Zelda-Charaktere erstellt und habe mich immer so gefragt, Mann, wäre es geil, wenn es Zelda-Charaktere geben würde und es wie in Dice Warriors wäre und dann kamen Hyrule Warriors. Und es war einfach nur mega episch, ne? Hyrule Warriors habe ich zu 100% gelöst. Mega lang gedauert. DW7. Okay. Ich hoffe, du hast DW3 geschaut. DW3 ist richtig viel. Das hat mein Lieblings-DW. Die Orogy Games nicht zu unterschätzen, ne? Orogy Games in der Regel sogar besser als Nice to World. Stellt euch mal vor, jetzt, jetzt Real Talk. Stellt euch mal vor, diese Welt, diese Open World im Orogy-Universum. Das wäre top. Das wäre top. Shaoyun war dabei. Ja, war klar. Masamunu. Immer Shaoyun. Ich sage nur DW9-Intro, ne? Mit Shaoyun, wo er nackt ist am Anfang. What the fuck, ey? Ich habe Angst vor meiner Cola, ey. Der ganz Boden klebt. Morgen kann ich wischen, ey. Laszlo hat den Omega-Lul-Moment verpasst. Ich habe Dr. Pepper geöffnet. Ganze Cola kam mir entgegen. Oh, kann ich hier hoch? Jetzt kommt Jump-Run-Passage. Enttagen? Ne, keine Enttagen. Damn. Ich komme hier hoch. Ich wette, es gibt einen simplen Weg, aber ich will jetzt mich hier hoch schieben. Der Ehrgeiz ist da. Leider komme ich da nicht so einfach. Oh, enttagen. Sheet, sheet. Like in The Legend of Zelda. Oh, er verkackt. Alter, er verkackt. Nichts drauf außer Zahnbelag von hier. Aha. Nice. Ey, ist das geil. Genau sowas wollte ich ja. Wahrscheinlich gibt es einen viel leichteren Weg, aber so stelle ich mir das vor, dass man zu manchen Wegpunkten im späteren Spielverlauf kommen muss. Bloß guckt nicht mein als Warriors Orchie 3 LP. Es ist cringe. Nein. Nein. Bitte nicht. Du kennst nicht das Warriors Orchie 3 LP. Wieso hast du das weitergeguckt? Jetzt meine ehrliche Meinung. Wieso? Es war so cringe und so schlecht. Nur der Rewe bei Argon Location. Ja, aber du bist doch dein Näher. Das ist ja kein Problem. Aber ja, musst du halt so zwei Kilometer wahrscheinlich latschen mit einer riesigen Tasche wie ich. Ist halt nicht so angebracht, ne? Oh, Dr. Pepper ist mega episch. Alle, die das mal getrunken haben, trinken das nur noch. Inklusive mir. Mann ey, wieso kennt ihr mich alle von diesen schlechten LP? Ist doch nicht normal. Ja, wollen wir nach Chengdu? Nach Shu. Äh, nach Shu Chengdu. Chengdu müsste Chengdu müsste hier irgendwo so sein. Ja, hier so. Das könnte Chengdu sein. Das hier. Fünf Minuten, das geht ja noch. Also ich brauche bis zum Edeka zehn bis 15 Minuten und das muss ich halt alles schleppen, ne? Ach, Kochikatsu ja auch. Breath of the Wild und hier kann ich Zeit vordrehen. Nice. Dann kann ich es quasi die Nacht werden lassen. Das ist echt wie im Breath of the Wild. Junge, Junge. Die haben sich so viel abgeguckt. Oh, was beraten im Breath of the Wild ist ja auch sehr wichtig, dass man was berät. Durch die Nahrung werden ihre Fähigkeiten für begrenzte Zeit erhöht. Verschiedene Oh, erhöht die EP für einen langen Zeitraum. Geröstetes Gemüse hole ich mir richtig viel von. Da können wir besser leveln, Freunde. Das heißt, wenn wir den Zheng Zhao Fight machen, dann werde ich vorher dieses Gemüse fressen oder was es auch immer ist. Und dann leveln wir richtig schnell. So levelt man hier also. Ja, ich trinke auch keine Cola sonst. Nur Dr. Pepper. Das will ich auch keine Cola. Selbst im Whisky schmeckt die viel besser. Na ja, jetzt wollen wir hier und Zheng Faye nicht mit Obelix verwechseln. Ach, hat der schon das gegessen automatisch oder was? Weil da unten steht jetzt was. Geschwindigkeit erhöht. Für 29. Aber wenn das gegessen hat, ist das auch nicht schlimm. Dann weiß ich ja, dass er das automatisch frisst. So eine Art. Yeah. Die weite, weite See. I see it. Ich glaube, würde ich das jetzt nicht live streamen, würde ich erstmal überall hinlatschen und erstmal alles aufdecken. Aber das ist wirklich im Sinne des Erfinders. Das ist der letzte Turm, den ich jetzt aufgedeckt habe. Wir müssen noch dem Bauer das melden. Dann haben wir das Quest auch hier abgeschlossen. Das werde ich jetzt machen. Oh! Gib mir, gib mir, gib mir Loot, 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 Loot. Hier gibt es richtig viel. Kann man auch schwimmen? Ja, sehr wahrscheinlich nicht sogar, ne? Ich gehe da jetzt nicht baden. Geh baden! Äh, heute nicht. Das ist kein Warmbahltag. Na, was ist hier drin? Eisen. Das kann man auch essen, ne? Eisen braucht der Körper, ja. Jo, lass ihn doch auch rein. Wo sehe ich, wo der Questgeber war? Das nehme ich nicht mehr im Kopf. Hier wahrscheinlich, ne? Weil es da leuchtet, ja. Da müssen wir hin. Pferdchen! Wir brauchen nicht. Ich hätte aber jetzt auch hinreisen können, aber es ist so ein kurzer Weg gekommen. Ja, ich streame eigentlich nicht. Weil ich mit der Qualität der Streams nicht zufrieden bin. und das ist jetzt eine Ausnahme. Wenn ich einen besseren PC habe, dann vielleicht. Ich streame eigentlich nicht. Und wenn meistens nur Hearthstone. Also jetzt wird ich eine große Ausnahme. Ich hoffe, mein Bruder sucht die Teile auch wirklich raus, weil er hat auch viel zu tun. Kann ein bisschen dauern. Aber dieses Jahr wird es natürlich irgendwann noch was. Mitte des Jahres soll das auf jeden Fall spätestens der Fall sein mit dem besseren PC. Da ist der Typ in der Ecke. Brauchte mir jetzt nicht schäumen, ich habe ihn gesehen, Omega Loodle. Ja, mach alles kaputt. Genau. Gibt ja auch Erfahrungen. Ah, YouTube kommt ja regelmäßig was. Hast du mir überhaupt was gegeben, du Bitch? Ah, Erfahrungspunkte und Pilz oder so. Genau, das Sneaky, die Ubey. Ah, ich würde am liebsten was klauen. Wie in Oblivion, Und jetzt die alte Damen will klauen. Schade, dass es nicht geht, Mann. Das wäre echt geil. Gibt es dir sonst zu zeigen, viele Quests? Ich habe ja keine Ahnung, Dude. Mitten in der Burg liegt erstmal so Eisen rum. Ja, nächst du, Eigentlich, ich habe eine Request für dich. Du hast ein wenig Zeit für mich? Ja, ich habe das auch gesehen, auf Karte sind so drei Ausrufzeichen, Striche oder so. Das sind dann wohl die Quests, habe ich jetzt auch verstanden, also jetzt bin ich auch drin, brauche halt ein bisschen. Wenn ich mir jetzt mir den Anfang des Streams angucken würde, würde ich wahrscheinlich Krebs kriegen, so wie ich mich da angestellt habe, aber jetzt geht es halt. Ich nehme die jetzt alle mit, die Quests, so dann mache ich die alle hintereinander und dann bringe ich die alle weg und dann gucken wir mal, dann können wir Zhang Zhao schon machen, würde ich sagen. Ich lese mir jetzt gar nicht durch, ich mache es gleich in Ruhe. Gut, die Vandalen besiegen. Vandalen, das Volk gab es wirklich bei den Römern, glaube ich, in der Nähe. Hallo, hast du kein Quest? Arschloch. Dann hat der ein Quest. Sprichst leicht, leicht gehetzt und unter Druck gesetzt. Vielen Dank. Ich hoffe, das ist nicht all zu viel Träume. Habt ihr höchste Zeit? Ja, ja, ja. Er klingt irgendwie unter Druck gesetzt, weiß auch nicht. Ähm, ich schaue mir das jetzt mal in Ruhe an. Also, Rekruten ausbilden, sehr schuldig, Level 6 Quest. Ähm, die Rekruten so lange ausbilden, bis sie zufrieden sind. Das sieht dann aus, das war das zuerst mal. Ach, da kann ich mich direkt hinwarpen, ernsthaft? Easy. Was sind die Rekruten? Da wollen wir mal. Da bekomme ich Truppen, wie geil ist das denn? Das sind wirklich Schuh drum, das sehe ich. Ich glaube, was anderes sind wirklich nur Banditen. Nur Bandieren hier. Aus dem Weg, man. Alle tot? Oh, wir sind stark geworden, man merkt's. Kuten haben hier ihren Mut wiedererlangt. Kuten sind noch nicht zufrieden, die wollen die mich verarschen. Dann kriegt ihr jetzt meine Free Power. Boah, this isn't even mine. Wasamuda, Alter. Du sollst nicht mal Werbung für WO3 machen. Das kommt irgendwann. Nach WO2. Dann gibt's vernünftiges Epic. Ja, da wird das alte gelöscht, Papa. Wo3 werde ich wahrscheinlich mit Face Scammern, mal gucken. Ich muss sagen, ich habe ja einige Wario Swatch 2 Parts mittlerweile, oh shit, Wölfe. Mit Face Scammer aufgenauert. Aufnahme ist ein bisschen leckend, ein bisschen. Bin da nicht ganz mit zufrieden, aber ich lade so vorne. Ich lade so. Man kann's nicht anschauen, ne? Aber ich bin nicht ganz damit zufrieden. Das liegt halt am PC. Die Zeit, dass ich einen neuen kriege, man. Ich kann's nur immer wieder betonen. Es sind halt zwei Teile, die erneuert werden müssen. Es ist halt nur ein i4 Prozessor. Es gibt mittlerweile i16 und den werde ich auch kriegen, auf jeden Fall. Kostet 850 Euro, Jesus Christ. Ja, mal gucken, ob mein Bruder irgendwie billiger drankommt. Uah. Keine Lust auf die Wölfe jetzt. So, das haben wir gemacht, ne? Die Ruhlen sind trainiert. Ja. Nächsten Raubzug aufhalten. Die Vandalen besiegen. Kann er direkt hinreisen. Dann machen wir das so, oder? Bisschen komisch. Den Weg immer skippen, aber ich glaube es ist auch in eurem Sinne. Ja, man. Ja, stimmt. Smash müssen wir mal irgendwann streamen. Aber erst, wenn ich bessere PC, aber auf jeden Fall Masamune. Aber dann machen wir das mal. Das wird lustig. Hä, ich soll doch hier hin? Hier ist doch gar nichts. Alle großen Vanditen Wannen besiegen, die den nächsten Raubzug planen. Das sind doch keine Vanditen hier. Das sind die Haaren. Das sind die Kaiserlichen Haarentruppen. Das Quest, scheiße, man. Ich glaube nicht, dass ich das mal haben will. Ich mache lieber das erstmal. Oh ja, ne, das ist glaube ich nur das Quest abgeben, ne. Ich steige schon wieder nicht durch. Ja, ja. Ja, ja. Die nächsten Raubzug aufhalten. Alle großen Vanditen Wannen besiegen, die den nächtlichen Raubzug planen. Lesen muss man können. Das ist nur in Nacht. Und da sind noch mehr Rekruten zum Ausbilden. Da kommen, da rennen wir jetzt gerade hin. Run for your life. Kommen die Materialien eigentlich irgendwann wieder? Respawnen die nach einer gewissen Zeit? Wird ziemlich realistisch. Ach, die Fliege ist wieder da. Ich habe so Durst, ne, und ich kann die Cola nicht öffnen. Ich habe die nicht geschüttet oder so. Das ist Dr. Pepper. Schmeckt zwar mega geil, aber da ist so viel Druck drauf. Sind das Banditen oder Wölfe? Ich habe immer noch Angst vor TIGER. TIGER waren echt richtig stark AXENZO REHE. Äh. Ich habe so schön gelauert, ne? Ihr verpisst euch jetzt einfach. da ist auch noch ein Questgeber. Ich habe es richtig verstanden. Oder hiermit lasse ich es nachwehren und dann beginnt das Quest. Das kann auch sein. Nee, es ist wieder was anderes. No, gut, machen wir das. Warum nicht? Das eine geht nur in Nacht. Glaube ich zumindest. jetzt mal die Rekruten ausbilden. Jetzt bin ich wieder hier. Ich dachte, es ist außerhalb, dass man noch mehr Rekruten ausbilden muss. Ich meine, wir haben hier schon welche ausbilden. Das reicht jetzt, oder was? Das ist mir noch nicht ganz ersichtlich. Ihr merkt das, ne? Das ist sehr verwirrend. Ich glaube, alle Quests gleichzeitig zu machen, das ist Mist. Bin ich multitaskingfähig? Das geht nur in Nacht. Das habe ich jetzt verstanden. Und das andere, was wir jetzt hier noch hatten? Keine Ahnung, Mann. Alles gemacht. Ich check's nicht. Dann gehe ich jetzt zum Lager Feuer, lass Nacht werden. Dann machen wir noch das Quest und dann gucken wir mal. Dann besiege ich glaube ich Zheng Zhao. Bitte mal Zeit, ne? Nein, ich will schon hier die große gehört haben. Na, wir müssen's Nacht werden lassen. Nacht. Ja, weil Lubu kann man noch nicht besiegen, oder? Muss man weglaufen, das soll mal so in jedem Dunst, am Anfang. Kann man auch noch gar nicht schaffen, oder? Ich lauf da weg, tut mir leid. Im LP sehe ich immer so souverät aus, ne? sind die KFC gelevelt, am Anfang laufig weg von Lubu. Es ist einfach so. Ich weiß nicht, vielleicht ist das aber auch so ein Lappen wie in DW2. Guck, jetzt sind hier Banditen, glaube ich. Das muss echt nachts sein. Ist natürlich cool, dass es nachts gibt. Mit Tageszeit. Das hat was. Vielleicht kämpfen war gegen Zheng Zhao. Und dann sollte ich vielleicht dieses Ding los fressen. Das war mehr Erfahrungspunkte bekommen. Sollte auf die Pferde Ausdauer achten. Ein Angriff aus der Dunkelheit starten? Nein! Einfach truff. Los geht's. Liste und Tücke ist nicht mein Ding. Hallo? Oh, der Leck. Das lag nicht auf Stream. Das war insane. Der Leck war echt eklig. Der erste Leck, der mich richtig getriggert hat. Pass auf, der Kiyomori Fight in der Samurai Story, der wird noch viel viel schlimmer als der Lubu Fight in Allstreet 2. Alter. vor der Burg vor der Burg so spart man Zeit naja es geht relativ fix wenn man sich mal ein bisschen auskennt an. thank you so much. I have your reward right here, of course. Oh, never got Omega Lull Pferd. Ähm. Ähm. Das Pferd befriedigt die Burg mal. Och, ja, jetzt was geruht. ist, jetzt ist gut. Hat Spaß gemacht, ja? Geht's jetzt gut? Man will's nochmal. Ja, voll Lioubei wegrennen, ne? Aber mit Burg Mauer Sex haben. Danke. Also müsste einer Clip mehr. So lustig war das. Gut, ähm, jetzt gibt's jetzt gibt es ja, den Zheng Zao Fight, endlich. Ja, Maizamune, ne, streamen wahrscheinlich nicht, aber morgen, morgen, morgen mach ich nichts für Uni, morgen, das gilt natürlich für alle, ne? Also, ihr könnt alle dem Discord-Server beitreten, ich bin morgen da, ich bin morgen da drin, morgen streame ich nicht, morgen spiele ich das Spiel weiter, klar, aber ich bin die ganze Zeit da, ihr könnt mit mir quatschen, wenn ihr wollt und Zeit habt, einfach in den Discord-Server beitreten, in der Endcard von jedem meiner Videos ist immer quasi der Code für den Discord-Server drin und in der Videobeschreibung finden wir auch immer den Code, easy, geht ganz einfach, ja komm, machen wir es uns einfach, gehen, ne, ich glaube, ich reise lieber hier, ist ein schnellerer Weg, Dorf Lusang, ich weiß, ich weiß, dass es keine Lust ist, Ryo, aber für die anderen Flanken, ne, wenn du auf die Karte nach unten rechts geht, kannst du auf die Karte Wim-Wai-Truppen sehen, hier ist Sao Zou und Sun Jiyan, ah ne, Shaoyuan ist das, Gott, wie sieht der denn hier aus, und Cheng Pu, und Sun Jiyan aber auch, das ist doch Zau Zau, ja, die sind alle hier, ja, stimmt, soll ich da hingehen oder was, ist das wichtig, yeah, so schnell wie es licht, Gott, egal, fest, hier, hier scheiß, ich sag mal ganz schnell, hier scheiß ich, hier scheiß ich, hier scheiß ich, hier scheiß ich, aber dank für die Info, ist halt cool, hier sieht man die, ist ganz cool, ne, man kann die anderen Reiche immer sehen, wie die interagieren, was die gerade so treiben, ja, und, lauern, und bogen, und, kein Headshot, es ist verschwunden, im Nichts, tatsächlich, die ersten Versuche bei Jagd waren so gut, ne, und mittlerweile, das ist epic fail, nur noch, ja, scheiß Viecher, wie einer verscheucht jetzt, die Hirsche, yeah, Headshot, noch ein Headshot, whatever, für mich war es kein Headshot, aber, wenn das Spiel meint, die W9 ist sehr gut, aber slow, und es fühlt sich nie an, wie ein neues Warriors, aber wie ein gutes Open World Spiel, hat sehr viel von Zelda Breath of the Wild, und ein bisschen was von Oblivion, mit den ganzen Sidequests, also sowohl Mischung aus Zelda, und Oblivion, und Deinste Warriors, ja, es gibt, ähm, hier gewisse Türme, Ryo, kannst du hier Türme aufdecken, kannst du mit Chica-Türmen vergleichen, wenn du auf so einen Turm gehst, entdeckt man einen Bereich auf, genau wie in Breath of the Wild, du kannst hier in der Wildnis, überall rumgehen, kannst jagen, und Materialien sammeln, wie in Breath of the Wild, und es gibt mehrere Pfeile, und Giftpfeile, und hast du hier gesehen, das ist alles, ziemlich Breath of the Wild mäßig, nur mit der Historie-Elementen halt, bin halt immer noch, bei Aufstand der Gelben Turban, nach drei Stunden, also ist schon bemerkenswert, das ist schon bemerkenswert, das Kombosystem gefällt mir nicht so gut, aber ist besser als in Dv6, das ist ein bisschen awkward, selbst wenn man sich daran gewöhnt, ich finde es einfach nicht so gut umgesetzt, das Kombosystem war besser, und diese neuen Kombos sind actually, ziemlich wichtig, dass es slow ist, meinst du, die FPS, die Lacks, oder, allgemein, dass es slow ist, wieso, Breath of the Wild ist ja auch slow, meinst du, dass es nicht flüssig läuft, das ist so lag, ja, da wird es bestimmt, hoffentlich, Patches geben, Patches the Pirate, müsstest du kennen, als Havestons-Spiele, naja, das sind FPS-Drops, und tatsächlich nicht von mir, wäre von mir, wenn ich 1080p streamen würde, aber ich müsste leider, 720p machen, 30 FPS, weil es nicht anders geht, das Spiel läuft sowieso nur an 30 FPS, ist ja das Traurige, aber naja, Patches, Patches, das lustig ist, ich habe, bevor das Spiel kam, noch ein bisschen, Temporal gespielt, kein Game verloren, mit Patches, mein eigenes Deckbild, Patches funktioniert irgendwie immer noch ganz gut, nur kannst du halt nicht in jedes Deck packen, aber Temporal geht echt noch mit Patches, ich brauche nicht die Frozen-List, mit dem Gift und so, und den Krabben-Tags, aber Standard bin ich eh nur Rang 10 gewesen, also, bei Hearthstone jetzt aktuell, ja, DW8 hat auch ein bisschen geleckt, aber nicht so geleckt, nicht so wie das Spiel, das stimmt nicht, nicht ganz so heftig, aber es ist alles coole bei alten, da ist die Frozen-List, die haben wirklich nicht geleckt, die haben nicht geleckt, haben sie nicht, vor allem in DW2 nicht, weil die Grafik einfach mal so scheiße war, man muss sagen, das war eines der ersten PS2-Spiele, kein Wunder, es ist noch nicht so bombastisch war, das war das erste Warriors-Game, wie man es heute kennt, so in dem Stile, wobei das ja schon wieder was Neues ist, aber ihr wisst, was ich meine, es war schon revolutionär, Dino's Royce 2, das darf man nicht haten, kann ich das jetzt aktivieren, wäre ziemlich cool, ja, man muss die Schwerter weggesteckt haben, ja, berühren, berühren mit den Figuren, mit Wohlen, mit Wohlen, mit Wohlen, wer will Stress, hä, Freiwillige vor, hey, was greifst du mich an, was macht der denn da für Kicks, ach, hier ist noch ein gelber Turban, gar nicht gesehen, ja, keine Angst, das Let's Play, das Spiel ist besonders nicht sofort, wenn es noch Patches gibt, dann, ähm, wir können Let's Play starten, wenn es fertig gepatcht ist, mit allen Erweiterungen, DLCs und, 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 direkt mit DW3, mit DW3 habe ich auch angefangen, aber DW2 habe ich nachgekauft, und mit 16, oder, mit 17 nachgekauft, mit 17 habe ich DW2 gespielt, das erste Mal, aber ich glaube, mit 18 kam schon LP, von DW2, interessant, eigentlich nicht interessant, aber ich, ich tue zumindest so, ja, brennende Gebiete, ich habe DW8 gar nicht mehr so in Erinnerung, das tut mir leid, DW3 Synchro war so gut, ich meine, guckt, guckt euch mal aktuell bei Metal Gear Solid rein, Metal Gear Solid, deutsch Synchro, da war die deutsch Synchro, sehr trashig, die zeigen, wie man es nicht machen sollte, der Endboss bekommt einfach mal die Synchronstimme von Dr. Neo Cortex, was überhaupt nicht passt, OtaCon, mega trashige Stimme, und viele mögen nicht mal den, ähm, den Commander, jetzt muss ich hier irgendwie gucken, wie frisst, wie fresse ich jetzt die Sachen, die ich, ähm, hergestellt habe, Gegenstände, ja, okay, okay, wo ist das jetzt, ich muss es jetzt fressen, dass wir mehr Erfahrungspunkte bekommen, Sheriffsbilder, angefangen für eine gewisse Zeit, brauche ich nicht, wo ist das, ich will das jetzt essen, wo ist das, Steuerfall, explosiver Fall, cool, gibt es auch, Twilight Princess, normaler Köder, Ölurne, wo sind die Sachen, die ich hergestellt habe, habe ich die automatisch gefressen, habe ich die jetzt echt gefressen, oder was, ist ganz wichtig, Freunde, weil hier gibt es jetzt ein großes Battle, bei mir nicht online, wenn ich wach bin, aber erstmal brauche ich eine Stunde, heißt, war jetzt auch PSX, das ist PSX, der Emulator, ich habe noch nie einen Emulator benutzt, mit Playstation Emulator, ich bin echt Konsolen-Gamer, wo finde ich jetzt das, was ich hergestellt habe, das ist wirklich super wichtig, Freunde, wählen, schriftfreund, Material, nee, das ist das, was wir so gefunden haben, Playstation 1, war das Fighting Game, meinst du, ja, es war cool, für eins der besten Fighting Games, vor allem nicht für die Dame, die Zeit, ich finde es gut, ich bin nur schlecht in solchen Spielen, ich kann sowas nicht, ich kann nur sowas mehr Spaß, da bin ich ziemlich stark, Pflanze, Erz-Ehlstein, Tier, Handel, geschrieben, verkäuflich, wofür ich die Sachen, die ich hergestellt habe, hier, ne, nee, das habe ich wahrscheinlich schon gefressen, ne, ja, Smash ist kein Fighting Game, ja, deswegen bin ich da so gut drin, das ist es, deswegen bin ich da so gut drin, ja, habe ich scheinbar gefressen, also ich weiß nicht, wie ich sonst vorankomme, steht ja auch 9 Minuten 40, ist wahrscheinlich der Timer, also man frisst die Sachen automatisch, das finde ich nicht so schön, rough the white, kann man sich das einstecken, das gekochte, was eigentlich unlogisch ist, das ist hier realistischer, boah, hier sind Frame Drops, guckt es euch an, alter, Jesus, ja, es muss wirklich gepatcht werden, also sowas in DW8 nicht, da könnte man keinen Bären aufbinden, ja, dann leveln wir jetzt richtig heftig, ne, oh, Joe Tsang ist wieder da, der neue Charakter, Freunde, guckt es euch an, wie er vernichtet wird, wie er keine Chance hat, wie es ihn im Grunde um Boden stopfen, oh, Winde, wins, obey, MicroMans, alakir, der Wind, der Ort lässt grüßen, oh, Joe Tsang hält doch was aus, Gott David, blitz, 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 da bist du schockt, kann ich den überhaupt besiegen, er schließt sich ja später an, das sollten ja die meisten, das ist ja auch nicht wissen, aber irgendwie, er ist so megagroß fressen, er hat keine Chance, aber letzten Endes kann ich auch nicht daumenkriegen, doch jetzt ist er glaube ich weg, oder ist das der Finisher, ja, und direkt level up, ja, es ist also aktiv, das was wir hergestellt haben, zu viel, wir, ja, ich habe mich wirklich gar nicht spoilern lassen, Ryo, für manche sehr lächerlich, aber ich habe mich wirklich gar nicht informiert, habe nur die Charaktere mir angeschaut, mehr wusstes vor dem Spiel, nö, Guan Yu chillt hier in Puyang, trinkt eine Tasse Tee, Dong Zhuo, übt hier Tyrannei aus, und Cao Cao und Zunchihan, die gammeln hier irgendwo rum, Liu Bei macht alleine, der Aufstand der gelben Turban, Omega, Lul, ja, der Base, der Enemy, der Schlag, ganz meine Rede, das ist eine ziemlich große Burg, Jesus, und da sind Goodies, ich weiß nur nicht wo, entweder auf der Burg, oder hier um Ecke, die Musik leckt sogar manchmal, Jesus, 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 das ist eine große Falle, mittelgroße Falle, große Falle, jede Falle, in alle Größen, für jeden was dabei, ob kleiner Penis, mittelgroßer Penis, was, habt ihr nicht gehört, nicht gehört, es ist nicht besser, anderen zu helfen, ja, aber warum, ich müsste ja das hier machen, steht da ja, ich mache das, was verlangt ist, wenn Cao Cao jetzt nach Hawaii fliegt, sich in Urlaub gönnt, das ist ja seine Sache, aber ich soll ja den Aufstand der gelben Turban machen, das war meine Meinung, ich kann durch die Wand schlagen, ich bin mein Gott, ach ja, dieses Spielchen, komm ich hier drauf, Enter, yo, Zelda lässt grüßen, guckst du an, Ryo, Liu Bei hat's, von Link geklaut, den Enter an, ist halt echt so, alle down, nö, der steht noch, last man standing, ja, weil, ihr habt's mir jetzt immer noch nicht gesagt, ich kann mal Lumia besiegen, ungelevelt, Alter, guckt's euch an, was ist hier los, ach so, das ist ein Blitz von Zheng Zhao, deswegen sieht das so komisch aus, das erinnert mich natürlich an Berserk, mit Garnischka, am Ende, das ist echt wie Garnischka, das ging mir da schon auf den Sack, ja, genau wie Garnischka, also hat Koi ein bisschen vom Berserk abgeguckt, ist ja auch ihre eigene Marke, war ja auch von Koi das Spiel, nicht bis Empires, alle wollen auch immer Empires, ich weiß gar nicht, ob's Extreme Legends gibt, vielleicht nur als DLC dann, für dieses Spiel, in diesem Stil, Extreme Legends, ich glaube, es wird's nicht geben diesmal, sehr schade, für die Falle durch diese animierten Porträts, sieht auch ein bisschen Greenscreen-mäßig aus, ne, von, ähm, von den Charakteren, oder bin ich da drüber mit meinen Face, als ob man weiß nie, Koi ist ein bisschen komisch in letzter Zeit, ich freue mich, es ist ja auch Warriors All-Stars-Fuhr, Kappa, jetzt ist es Zeit, um den Angriff zu den Angriffen zu nehmen, vor allem, vor allem, ich höre alles und verstehe da, alles hier und in einem Geo 2-Pfad, hast du gesagt, es ist Basara-Zeit, war es auch eine Anspiel, weil es ist der erste Part von Sengoku Basara, ja, das stimmt, was am Unis, das war wahrscheinlich wegen Goemon Ishikawas Waffe, oder, weil das heißt, Kai Basara, die vierte Waffe von Goemon Ishikawa, Animoji bei iPhone, was ist denn Animoji, oh, oh, vor allem, ich bin zu Oldschool, die Soundlegs, ey, nicht von mir, ich muss immer wieder wehen, das geht mir so leid, Monka ist mühselig, das Spiel müsste für die nächste Konsole schon programmiert sein, das ist nicht lag, glaube ich, das ist eigentlich, hier habe ich voll viele Goodies liegen lassen, meint ihr, ich kann mittlerweile meinen Dr. Pepper öffnen, ohne dass es so hoch geht, ich habe echt Angst, man, ja, Street Fighter gibt es immer 1000 ergänzende, und das ist so wichtig, das sind halt diese Fighting Games, warum Grund mehr Fighting Games zu hast, nur ein paar Charaktere mehr, ein paar Maps mehr, oder so, das war's, mein Face ist echt da, wo die Charaktere sind, ja, was lustig ist, das ist einfach, ja, wobei, ich könnte es da unten hin machen, die Facecam, wobei, da ist Liu Bei ja immer am Kämpfen, ne, das ist echt schwer, bei Dines 2 ist, die Facecam richtig zu platzieren, an Warriors Games, weil da ist was, da ist was, da ist was, wobei, der K.O. Zähler ist gar nicht mehr da, ne, könnte ich unten in die Ecke packen, soll ich die unten in die Ecke packen, Boys? Es gibt keinen K.O. Zähler mehr, hab ich gar nicht festgestellt, meint ihr, ich soll die Facecam nach ganz unten packen, unten rechts in die Ecke, dann mach ich das, müsst ihr mir nur sagen, dann mach ich das, ganz wie ihr meint, das mit ein paar Klicks, Mausbewegung ändern, oben links, ne, oben links scheiße, ach ne, Moment, da sind nicht mehr die, ähm, Lebensleisten, ne, ah, es hat sich so viel verändert, Freunde, ja komm, dann mach ich das gerade, aber bei Discord wäre ich auch angeschrieben, die ganze Zeit, da hin, ne, immer sagen, wenn euch was stört, alle wollen oben links, okay, ja, da unten ist der K.O. Zähler, wie ist es da manchmal da, manchmal nicht, ist es komisch, das Spiel ist einfach zu neu für mich, Neuland, das Internet ist Neuland, Angela Merkel, K.O. Zähler, ich will hier nicht durchrushen, ne, ich will alle killen, könnte auch J.C.O. direkt lane, und ein Easy Game, ne, machen wir nicht, wir sehen wir hier einen Gegner, scheint auch gut, Level zu bringen, Läuft, da ist das Kombo, was war das, weil hier ist eine Kriegstrommel, wie in Warriors Orchie, da unten rechts, ja, und dann, und dann wollen alle wieder oben links, dann bin ich die ganze Zeit, ganz stream, nur am verschieben, Greenscreen, verschiebe, stream, hat was, ne, 24 Stunden Stream, nur, den Greenscreen von A nach B zu verschieben, spannend, spannend, ist hier irgendein Secret, nope, ah, die Karte spoilert mich ein bisschen, also es ist zwar schön und gut, dass man sieht, wo was ist, aber es wäre natürlich cool, wenn man wirklich alles selber inspizieren müsste, aber ich habe natürlich nichts dagegen, das so ist, was ist hier für einer, Alter, sieht aus sein, oh, Jinxuan, das war einer der vier Anführer, der Jinx Province, was macht der denn hier, wo ist ein Jinxuan, der müsste eigentlich hier irgendwo sein, hier so, war ich glaube noch weiter südlich, was ich gezeigt habe, war Liubiao, Xiangyang, als ob ich meinen Bart rasiere, da kommt immer mehr, das wird nur länger, das rasiert nicht, wenn ich den Bart auch abrasieren würde, würde ich aussehen wie ein 16-Jährer, obwohl ich 23 bin, GG, aber ich mag den Bart auch, das hat so ein Dice Warriors Partner, da haben viele so, die im Spiel auch, ich feier das, und ist Anti-Mainstream, weil es nicht so viele haben, scheiß Mainstream, ja, wie Liubai, aber der kriegt ja auch später den Bart, Ryo, den Bart muss man erst freischalten, das ist geil, man muss den Bart freischalten, irgendwann kommt die Mitteilung, du hast den Bart von Liubai freigeschalten, Trey gessen, ja, schon mega episch, würde wie Xuxu by the way aussehen, ohne Bart, Spaß, Mann, wieso fülle ich den Musu nicht, irgendwann kriegst du bestimmt Items, wo du den Musu einfach aufpushen kannst, den Tag warten, das mitnehmen, so, da hinten, wir nehmen natürlich das nur ein, da haben wir glaube ich, die äußeren Durkmaun, alle geklirrt, können wir in den Innenhof gehen, und da war nur Cheng Zhao der erste, Endboss kann man sagen, Endboss, ja, bei Majora's Mask wäre es eben halt im, Dschungeltempel da, der Udolver, und hier ist Cheng Zhao, weniger Lebenswunsch, weil älter geworden ist, ja, ja, außerhalb der Burg ist auch noch was, aber ich denke, das ist zu much, wenn ich das mal alles einnehme, sind nur so einzelne Trummen, aber guck mal, die Haarentrummen, die helfen ja wenigstens, nicht wie Zau, Zau und so, kaiserlichen Haaren, dies war das, guckt euch Cheng Zhao an, jetzt seht ihr das ja, diese animierten Porträts, richtiger Dackelblick, sieht aus wie so ein Hund, Hundeface, Franker Z, Wer ist Cheng Neo Zhao, hab ich noch nie gehört, neuer, sagt Gu Si, der später den Kaiser entführt, oh, das gibt's bestimmt in der Wei-Story, wo er den Kaiser retten muss, Das ist der Letzte, oh, yow, fall down, das ist wie im Leben, manchmal geht man hoch, und manchmal fällt man, ne, auf und ab, und goodbye, mein Lord, wenn man den Sturz überlebt, dann fressen die ganzen Besen, kann man zusammen Dreck und Staub, nicht irgendein, auf dem Geheimweg oder so, ist mega cool hier oben, weiß ich doch nicht, wie lange ich für das Story brauche, ist ja blind, oder soll ich das wissen, mega lange, ne Woche, wenn das alles so lang geht, brauche ich safe ne Woche, oder nicht, für eine Story, wenn's fünf Stück gibt, fünf Wochen, großer Spielumfang, ist schon mal ein mega Pluspunkt, scheiß umfangreichste DB, da ist noch irgendwie ein Goodie, diese Burg ist auch mega groß, muss man sich aussehen, sie ist derjenige, der wird die Welt retten, aber nicht den Job, dann eher deine Mutter, Insektenköder, Fischköder, ultimativaköder, 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 jetzt seid ne, für Zheng Zhao, soll ich mich durchrushen, dann soll ich mich mit den Verbindeten hier weiterkämpfen, ich kann's nicht mehr abverraten, ich muss jetzt dran, eigentlich, na komm, ich kann's nicht mehr abverraten, ich bin ungeduldig, das ist immer so weit, ich bin ungeduldig, los geht's, Zheng Zhao Kampf, yeah, aus dem Weg, abschauen, hab keine Angst vor dem, oder so, absolut nicht, ah, das ist aber irgendwie so ein Pott, den müssen wir erst weg machen, boah, das geht hier ab, Moment, 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 ich hab keine Angst vor Zheng Zhao, ne, aber erstmal, ah, man kann hier nicht weit, dann nice, der Pott muss erstmal weg, ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn der hier ist, kann ich den nicht weg machen, katz auf, nirg mal leid, Zheng Zhao, hättest du mal ein bisschen besseres Material kaufen sollen, hier, die Lidl Qualität, ist das, ah, so schwächt man Zheng Zhao, so nehme ich mir eine Schwierigkeit, aber wahrscheinlich ist es wirklich verlangt, mit ungelevelten Charts, auf jeden Fall Pflicht, die Sachen zu, ja doch, der leuchtet richtig, hier musst du die Krüge erst zerstören, zum Glück verfolgt er mich nicht, komischer Fight, nein, ich hasse die Lebensanzeigen, die Lebensanzeige, wieso, es muss ein Patch geben, dass man die Lebensanzeige für Offiziere einstellen kann, weil, ich hasse die Lebensanzeigen, die triggern mich, das war eh viel cooler, jetzt weißt du nie, wann er tot ist, ist ja realistisch, kannst du ja im echten Leben auch nicht sagen, ja, wenn ich ihn jetzt, zweimal getroffen habe, ist er besiegt, klar, wenn ich ihn in den Kopf abgeschneide, ist er wohl besiegt, aber, ihr versteht, was ich meine, ist halt realistisch, da so, lege ich viel Wert drauf, sagt er und spielt Dice Warriors, wo Charaktere zaubern können und so, ja, ja, ich weiß, trotzdem, lege ich da Wert drauf, vielleicht sollen wir den mal zu Boden werfen, mit dem R1 plus X Angriff, R1 und X, jetzt liegt er auf dem Boden, ja, mehr kannst du auch nicht machen, da fehlt mir der Move von Dice Warriors 1, dieser Sprung Angriff, zack, 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 und alles ging daneben, war fast alles, mit Zeit, dass er mich zufrisst, oder? Läuft, der hält viel aus, aber ist halt cool, jetzt weiß ich nie, wann er darum geht, ist ja ungewohnt, dass man die Lebenserzeige sieht, ich verstehe, was ihr meint, aber er ist tot, glaube ich, kam inzwischen Sequenz, ja, ach komm, das war ja billig, ich meine, ich habe ihn geschwächt, aber der Kampf war mega einfach, schalte ich den so frei? Ich mag Cheng Zhao, sein Moveset könnte es ziemlich geil sein, übrigens, Cheng Zhao, Head of the Yellow Turbans, ist hier ein Secret, hier ist doch eine Truhe, das ist ein bisschen auf Wurtmauer, jetzt kommt wahrscheinlich Katzi, Magdor Pfeffer Versuch 2.0, guckt mal, die hat immer noch so viel Druck, das ist der Kampf der Imperialen Armee, es ist unzurechtbar, für mehr Voluntier-Truppen, die hier in den Platz setzen, wir sind hier, um einen Rapport zu machen, wir haben Zhang Zhao, und die Yellow Turbans, von dieser Lande, ja, Porgas, wir haben es geschafft, Cola ist offen, was du sagst, stopp spouting, solche patently ridiculousen Lies, Countrybumpkins, wie dich, können sie nie zufrieden, ihren Liedern, wir sprechen die Wahrheit, unsere Armee, led by Master Liu Bei, hat Zhang Zhao, das stimmt wirklich, weil die anderen haben nichts gemacht, ihr habt aber auch nichts gemacht, Guen Yu und Zhang Fei, Naja, aber die Tiger waren nicht einfach, deswegen, muss man halt aufpassen, ne, mit Tiger waren mega schwer, selbst auf leicht, für Lubu muss ich auf Anfänger spielen, Omega Lul, äh, jetzt kommt diese Szene, die ich schon in den Nice Voice IPs gesagt habe, Liu Bei hat keine Anerkennung bekommen, obwohl er ziemlich viel gemacht hat, bei Game 2 war eine Rebellion, Master Magistrat, deine Worte sind inappropriiert, und nicht respektiert, sag mir ehrlich, zu Jun hat ihn eigentlich die ganze Zeit gehatet, also Liu Bei, nicht so ein Magistrat, sag ich zu Jun, wie du die Weg der Welt wissen willst, Ich bin hier, um eine Indikation, von deinem Fehlte zu deinem Post, ich erwarte eine Subsidation, für die Probleme, die ich hier habe, um hier zu kommen, ein Penalte für dein Respekt, und eine Apolosung für deine Vorbereitschaft. Du meinst, dass du eine Beobacht hast? Als Prefekt dieser Bereich, all die Income, die ich habe, hat sich geholfen, von Taxen, die Vorbereitungen zu vermitteln. Ich kann nicht einfach das wertvolle Geld an dir geben, nur um meine eigene Hände zu schützen. Wäre cool, wenn wir jetzt richtig Kohle kriegen würden, aber... ...die scheißen auf uns. Aber nichts hat sich verändert. Die Regierungsfraktionen haben einfach den Rolle der Persecutor. Dann müssen wir einfach die Arme wieder einmal. Ich bin sicher, dass dein Geheimnis nicht noch nicht verletzt wurde. Bruder... Wenn es nicht genug ist, um die Turbans gelben, dann gehen wir einfach weiter zu den Magistraten. Wir folgen dich, wo du gehen kannst. Danke, beide. Die drei von uns werden kämpfen, bis unsere Träume erfüllt werden. Okay. Hauptquest geschafft. Hat nicht gerade vier Erfahrungsfragen gegeben, what the fuck. Glossar Eunuchen! Sie gibt's doch! Die zehn Eunuchen kommen jetzt. Oh mein Gott. Dann ist das Spiel geil. Man hat sie vor allem nicht mal Shaodun freigespielt? What the fuck? Yeah, Shaodun. Oder die kann man jetzt in der Schuhstory spielen, nehme ich an, ne? Ah, Huanggai. Ich bin kein großer Huanggai-Fan mehr, seitdem ich so alt geworden bin. Dongzhu! Oh mein Gott. Das ist immer verlockend, jetzt Dongzhu zu nehmen, man. Auch wenn ich seine neue Wacht für nicht mag. Und Zheng Zhao auch. Wie kann man eigentlich die Charaktere wechseln? Wer ist das denn? Das ist HanDang. Wer ist das? HanDang. Nur in der anderen Story ist schade. Alles klar. ChengPoo, neuer Charakter natürlich. Alter Wu-Veteran. Immer an Sunjians Seite gekämpft. Super treu. Und hat auch ganz gute Dienstzimmer erwiesen, ne? In früheren Wu-Schlachten. ChengPoo. Für die, die ihn nicht kennen. Durch die valianten Efforten der Imperial- und Voluntier-Force, Zhang Zhao, Founder der Weg der Frieden, wurde verletzt. Die Yellow-Turban-Rebellion wurde beendet. Aber die Hoffnung für Frieden nicht zurückgekehrt. in der Kapitel von Luoyang die Eunuchs gegen die Faktion die von den Relativen des Emperoren verletzten. Das benutzt als Entschuldigung, Yuan-Chao und andere verletzten das Imperial-Palasse, um die Eunuchs zu töten. und beginnt, um die Kontrolle und die Lande zu tyrannisieren. Der Lord sollte beginnt, um zu fühlen, dass er sich in einer anderen Story mit Dong Zhumann fühlt. Dann bin ich, ähm, okay. Dann sind wir gut Chi. Wer die C9ungen gibt's nicht. Ey, dann krieg ich einen Anfall. Werden so oft ausgelassen. DW4 gab's denn. Definitiv. DW8, Extreme Legends. Definitiv. Dann weiß ich noch nicht mehr genau. DW5, glaub ich, auch Extreme Legends. Ja, DW5 auch. Ja, DW5 auch. Das ist Gong Sun Sun. Ja, der hätte auch ein eigenes Design kriegen können. Von ihnen kriegen wir die Anerkennung. Da ist das, was du meintest. Strohverkäufe, was natürlich nicht stimmt. Strohsandalen. Eigentlich. Ich fühlte mich, dass ich einfach nur aufzuhören, in meinem einen Umfeld von diesem Tumultuos Land. Ich habe diese neue Freunde, und wir waren als volunteers. Ich verstehe. Also, was ist es, dass du aufzuhören, indem du aufzuhören, in diesem Zeitpunkt der Krieg? Ich will, die Heilung zu den Suffern. Das ist alles. Das ist alles? Es kann so leicht sein sein, aber deine Anerkennung ist tatsächlich ein leckeres. Ja, das ist das Ehrgeiz noch viel heftiger. Ja, aber ich werde ja jetzt die Story nicht einfach unterbrechen. Hauptsache, ich kann die Zehn Oinuren irgendwann noch machen. Das ist halt... Ich finde, das ist schon... Ziemlich witzig, es wird auch im Anime sehr oft thematisiert, und ziemlich lange. Vier, fünf Folgen sogar. Zehn Oinuren, und es wird halt immer verschwiegen, und ich weiß schon warum. Schon wichtiges Ereignis, ne? Wie da die Kaiser von den Oinuren da manipuliert wurden, und so das Land in Chaos war. Ich weiß nicht, ich finde das ziemlich wichtig, es wird immer so verschwiegen. Wenn man jetzt so ein Dice Warriors macht, was quasi so ein Gesamtwerk darstellen soll, das alles beinhaltet, dann darf das natürlich nicht fehlen, ne? Äh! Antat auf den Tyrannen! Hauptquest! Dong-Ju umbringen! Naja. Und gegen Lugu-Versagen, ich weiß. Gibt's hier Quests? Da hinten gibt's Quests. Oh, was haben wir hier für eine Stadt? Ja gut, jetzt sind wir natürlich hier irgendwo nirgendwo, ne? Ei, 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 ei. Freunde, was meint ihr? Soll ich den ganzen Weg mal zu Fuß ablaufen und gucken, was hier so alles ist? Oder soll ich jetzt wirklich nach Lujang gehen? Nee, oder? Come on! Soll ich von hier aus, äh, das erkunden, aber von hier aus? Ich würde tatsächlich am liebsten nochmal nach Je zurückkehren und den Turm besteigen und den ganzen Kram hier eintragen in der Karte. Nee, also da warte ich jetzt mal auf euch. Und macht das, was ihr sagt. Wenn ihr jetzt meint, ja, geh nach Lujang, dann geh ich halt nach Lujang. Aber ich würde eigentlich am liebsten jetzt mal hier alles eintragen und gucken, ob wir hier auf ein Quest oder so stoßen. Na klar, kein Hauptbildschirm. Ja, Moment. Nein, ich schneide kein Best-Off. Bin doch nicht verrückt. Den lade ich komplett hoch, aber ich muss dann nach, ähm, neun Stunden einmal kurz den Stream unterbrechen und dann geht's sofort weiter. Nach neun Stunden. Dauern noch ein bisschen. Da steht's. 3,30. Also sechs Stunden noch. Weil, du kannst nur zehn Stunden YouTube-Videos hochladen. Aber wenn der Stream länger ist, dann habe ich ein Problem. Versteht ihr? Hier. Ich soll jetzt zur Hauptbildschirm. Ich habe gespeichert. Stand da, ja. Gut. Lujang besser. Ach. Geh nach Jeh zurück. Ja, jetzt haben wir zwei Meinungen, ne? Ich glaube, ich geh nach Jeh zurück mit einem anderen Schar. Wie wär's damit? Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder Liure. Wie wechsel mein Schar? Kannst du versuchen, auf der Hauptbildschirm zu gehen und den Schar zu wechseln? Hauptbildschirm war ich. Kann man fortsetzen, aber dann bist du wahrscheinlich direkt wieder Liure Bay. Voll echt weird gemacht. So ne Scheiße. Ah, das haben wir jetzt gesehen. Charakter wechseln, Freunde. Hilfe. Bin Liure. Ausrüstung, krass. Alles Liure Bay. Vielleicht kann ich gar nicht den Schar festlegen. Das wär natürlich richtig scheiße. Muss ich alles mit Liure Bay die ganze Zeit machen. Es kann doch nicht sein, dass ich nicht den Charakter wechseln kann. Ja, was ist denn das für ein Laden? Natürlich, aber der muss ja alles neu spielen. Hier steht ja fortsetzen. Oder nicht? Dann sind ja vielleicht die Bereiche nicht eingetragen. Oder doch? Natürlich, da wo ich Liure Bay, aber das war ja am Anfang. Da hatte ich noch keinen Spielstand. Ich geh jetzt in je erstmal ein paar Sachen eintragen. Aber muss ich wirklich schon die Gewissheit haben, dass ich da nicht alles normal spielen muss. Und dann müssen wir ja wieder aufstände in der Gelder Tour bei uns machen. Dreieinhalb Stunden ging das jetzt. Das können wir ja eigentlich nochmal machen. Das wär cool, wenn das alles gespeichert bliebe, was man hier eingetragen hat. Dann mach ich das. Klar. Finde ich aber persönlich ein bisschen scheiße. Oder was passiert, wenn ich den Ju jetzt anspreche? Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Ne, kann ich nicht. Mann, ihr Lappen. Ich will nicht spielen. Aber du lässt mich ja nicht. Moment, Moment, Moment. Freunde, Freunde, Freunde. Es gibt ja ein Tutorial hier. Beziehung verbessern? Aha. Steht nicht mal was, Lul. Charakter wechseln, bitte. Alter, ihr geben ein zu jedem scheiß Infos, ne? Aber ihr sagen nicht, wie mein Charakter wechselt. Vielen Dank auch, Koi. Das ist schon arg lächerlich. Ja, hab ich auch gedacht, Mann. Das ist richtig bad. Ich kann jetzt nicht im Stream googeln. Das könnt ihr ja machen. No offense. No offense. Ja, ist echt so mit einer Taste oder sowas. Wäre voll cool. Wenn das nicht geht, müssen das echt patchen, Alter. Es geht ja nicht so weiter, ey. Naja. Was ist das hier für ein komischer Punkt? Was ist das hier für ein komischer Punkt? Ich trage jetzt noch ein paar Worte ein. Es gibt Erfahrungspunkte und ist generell ganz cool. Ich finde es auch blöd, dass wir immer nur einen Charakter sehen. Ist ja klar. Jetzt hoffe ich das gut finde. Der hat schon lange gewechselt. Vor allen Dingen würde ich auch lieber mit Guanyu jetzt gerade spielen, irgendwie. Das kann sein. Ist das kompliziert. Warum macht man es so kompliziert? Da haben wir einen guten Yu. Kann man nicht. Zhengfei. Kann man nicht anwählen. Das ist echt doof. Kannst nicht die Charakter wechseln. Also ich weiß noch nicht wie. Vielleicht muss man es ja erst freischalten. Das wäre ja super lame. Ist das Überrest von Gelbtour waren? Lol. Oder waren das Yu und Chaus Truppen schon? Das kann auch sein. Das sind Banditen, die ignoriere ich jetzt. Aber ich möchte eigentlich zu diesen Häuschen. Ich bin jetzt vorbeigeritten. Das ist da. Das könnte ein Reiterstall sein. Bei Oblivion beispielsweise sind ja auch vor den Städten immer irgendwelche Reiterstelle. Mal schauen. Gucken wir mal. Was ist das hier? In jedem Gebiet gibt es Orte, die Verstecke genannt werden. Wenn sie ein Versteck erworben haben, können sie es jetzt nutzen und per Schnellreise hin bewegen. Ah, das ist so ein Haus. Das habe ich auch gelesen, dass man ein Haus kaufen kann. Das ist natürlich geil, ne? 30.000 Gold. Haben wir nicht. Ist glaube ich am Anfang auch nicht sinnvoll, oder? Ein Haus zu kaufen. Ich weiß nicht. Ist ziemlich billig. Also wir haben das fast. 10.000 fehlen. 2 Drill haben wir. Ähm. Der Aufstand der gelben Turban hat dreieinhalb Stunden gedauert. Nur der Aufstand der gelben Turban. Also das zieht sich sehr in das Spiel. Wenn man Bescheid weißt. Aber ich habe auch Nebenquests gemacht, ne? Wenn das hier schon so angesprochen wird. Naja, habe ich auch gemacht. Ich gehe jetzt erstmal den Turm aufdecken. Oh, das ist ein Lager. Die sind bestimmt overpowered, die Feinde, weil ich hier noch nicht hin soll. Schneegebiet, by the way. Cool. Ich finde aber bestimmt auch, ähm. Pflanzen, die eben halt nur in eisigen Gebieten wachsen. Ich habe echt Angst. Attentat auf den Tyrannen, ey. Das machen wir echt, Mann. Ich habe echt Angst. Ja, ja, klar. Ich habe wirklich viel gemacht. Ich glaube, ich habe so ziemlich jedes Nebenquests gemacht. Ich habe da eh nur wieder eins vergessen. Aber am meisten habe ich auf jeden Fall gemacht. In Mathe habe ich die Hausaufgaben damals nie gemacht, Masamune. Weil ich eh nichts verstanden habe. Warum soll ich da irgendeine Scheiße hinschreiben? Ich eh nix blicke. Naja, das kann man ja auch schneller hinkriegen, nehme ich an, ne. Ich war am Anfall, unwissend. Musste erstmal reinkommen. Ich denke, in drei Stunden kann man das schaffen. Weil ein bisschen gebraucht und mit dem Chat auch interagiert, ne. Aber ich habe halt dreieinhalb Stunden gebraucht. Bin gerade fertig geworden mit Aufstellung der Captur an. Steck mal die Waffe weg, dann kannst du es glaube ich aufnehmen, ja. Einfach mal ins Gepäck heben, natürlich. So ein riesen Fass. Ja, das ist halt kein DW, ne. Es ist nur ein gutes Spiel. Hm. Ganz ehrlich. Man sagt immer Latein ist so totes Sprach. Ich habe Latein öfter gebraucht als Mathe. Real Talk. Das Wichtigste, was man in der Schule lernt, ist Englisch. Allgemein die Sprachen. Und Deutsch ist auch übrigens sehr wichtig. Glaub mal Anfänger an. Ja, klar. Das kann sein. Aber weißt du, ob ich dann auch die ganzen Wegpunkte und so behalte? Das ist halt super wichtig. Wenn das so ist, dann mache ich das, nachdem ich jetzt hier die eingetragen habe, die ich noch holen wollte. Jetzt mal gehen wir noch zum Turm. Warum kämpfen wir jetzt eigentlich gegen Sun Jian's Leute? Was haben die mir getan? Das finde ich nicht cool, dass wir jetzt Sun Jian angreifen. Ja, ja. Ja, ja allgemein auch in der Uni, so. möchte gern hochläsige Fachwörter, kannst du dir gut ableiten in Latein. Und auch in Warriors Orgy, die Mystiker haben ja auch einen lateinischen Namen. Lupus, heißt Wolf und und und. Schon gar nicht so unwichtig, Latein. Als Gamer ist es nützlich, tatsächlich. Und für die Uni auch. Zauzauzleute, warum schlachte ich jetzt hier? Verbündet nach. Mega behindert. Naja. Ne, ich war immer gut in Deutsch. Also, will es nicht angeben, aber in Deutsch war ich wohl einer der besten. Ich war in Naturwissenschaften grottenschlecht, außer Biologie. Das hat mir ein bisschen Spaß gemacht. grottenschlecht, da bin ich ehrlich zu euch. Aber alles, was mich sparen zu tun, war ich echt gut. Ist einfach mein Steckenpferd. Äh, da ist der Turm. Uh, in den Bergen. Oh, vor den Bergen, ja. Cool. Ja, macht Spaß. Zieht sich nur ein bisschen das Spiel, aber es ist ein gutes Spiel. Muss nur ein bisschen was geändert werden. Es laggt sehr oft. Aber das kann man natürlich mit Patches alles beheben. Aber es ist ganz cool. Mir macht Spaß. Alles klärchen. Da hinten ist noch ein Wegmarker. Also, Freunde, nur noch mal zu mitschreiben. Ich werde jetzt diese Orte hier alle eintragen mit Liu Bei. Diese ganzen Orte. Und auch das Lagerfeuer. Und dann, dann werde ich wechseln. Dann können wir die Floß- oder Bootsfahrt dann machen mit Guanyu oder Jingfei. Keine Ahnung. Ich probiere es mal einfach. Wenn der Fortschritt weg ist, müsst ihr euch noch mal ein Aufstand der Elm Turbane geben, ne? Just saying. Das ist halt... Ihr spielt mit dem Feuer, sagen wir es so. Ihr spielt mit dem Feuer. Ich würde es nicht machen, wenn ich es privat spielen würde. Aber ich mache es für euch. LOL. War es gerade ein Walljump. Das war ein Walljump. Ich will es jetzt nicht immer forsen. Ich kann mir übrigens auch Wegmarker setzen, was ziemlich praktisch ist. Sollte ich öfter nutzen, weil so weiß ich eben halt, in welche Richtung ich muss. Sehr clever. So wie öfter man jetzt. Es ist natürlich nur demonstrativ gewesen. Ich weiß, dass ich es machen soll. Behalte ich nicht die Punkte. Das ist aber Kenzer, Alter. Er musste ja mit allen... Wie viele Charaktere sind es? 80? Mit 80 Charakteren alles wieder eintragen? Alter, was? Das ist selbst für mich zu viel. Das ist uncool vorhin. Das ist nicht geil. Was sind das für Dinger? Das ist wieder eine Lage. Da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf. Ne, ich gehe nochmal runter dann. Dann ignoriere ich das. Tut mir leid. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Level 12. Wo ich nichts gemacht habe. Omega Lul. Der DB10 wird Open World sein, wenn das hier gut läuft. Je nachdem, wie hier das Spiel ankommt. Ich habe mir den Metascore noch gar nicht angeschaut. Gibt es bestimmt, ne? Kennt einer von euch diesen Metascore von dem Spiel? Gibt es den schon auf Metacritic? Das wäre interessant zu wissen. Bei Warriors Orgy 3 Ultimate hat die besten Metacritic Wertungen. Hat glaube ich fast 90% gehabt. Was für Warriors Games mega heftig ist. Bei Metacritic geht nicht gerade freundlich mit Dinos Warriors um. Aber Warriors Orgy 3 Ultimate wird klasse bewährt von Metacritic. Ich denke nicht, dass wir das toppen können mit diesem Spiel. Hilft doch kein Open World. Ja klar, aber ich kann ja nicht mit jedem Charakter diese Wegpunkte eintragen. Das ist ein mega Känzer, Alter. Wie gesagt, ich bleib dabei, ne? Ich werde das jetzt hier eintragen. Diese Punkte und dann wechsle ich den Charme. Wenn es scheiße ist, dann ist es scheiße. Dann habe ich Pech gehabt. Das fragt mich so ab, dass die Badienten so aussehen wie Schuh-Truppen, Mann. Fühlt sich so an, als wenn ich meine eigenen Leute abschlafen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Voll die epische Mucke, obwohl sie nur so einfache Banditen sind. Du weißt ja nicht, ob es rauskommt. Was meinst du, DW-10? Als ob die nicht weitermachen. Das ist genauso wie Mario Party, wo es so mittlerweile auch schon... Elf-Talent? Gibt es elf oder nur zehn? Das elfte kommt eh dann... Naja, ich glaube, es gibt nur zehn, ne? Oh, da kommt es schon eins für Switch. Es gibt ja mehr Mario Parts. DS und Island Tour und Top 100, ne? Klar, aber ihr wisst, was ich meine. Nein, ich will nicht die Zeit vordrehen. Lagerfeuer ist eingetragen, sehr schön. Was ist das eigentlich für ein Torbogen? Das sieht aus wie der Arc de Triomphe. In Paris. Nein, ich feier kein Karneval. Wird hier in Oldenburg, by the way, auch gar nicht gefeiert. Ich wohne hier in Norddeutschland. Hier ist nichts mehr Fasching. Hier gibt es das nicht. Damals, ähm, in meinem kleinen Dorf, ne? Wo nur tausend Leute wohnen. Wo meine Eltern wohnen. Da wird groß Karneval gefeiert. In so einem kleinen Pistdorf. Aber in Oldenburg nicht. Oldenburg 120.000 Einwohner. Und Kalldorf 1200 Einwohner. Aber da wird kein Anwalt gefallen. In so einem kleinen Dorf, ne? Ja, ist halt echt gut. Nintendo Labo. Yo. Holste dir, ne? Nintendo Labo. Geht schon klar. Darfst du nur nicht im Regen mitzocken. Ah! Der Arc de Triomphe. Was ist das? Ach so, ist das so ein Wachtor oder was? Ja, ja. Ja, was soll man verbessern, wenn es schon perfekt ist? Für mich ist das typische, klassische Dice Warriors System auf der PS2 Version perfekt. Oder Warriors Orchee 3 Ultimate fand ich auch sehr gut umgesetzt. Ich kann das nicht eintragen lassen? Warum nicht? Huh, go on. Darf ich ihn nicht eintragen lassen. Feels Batman. Wie trägt man sowas ein? Wisst ihr das? Bin echt so ein 100% Typ, ne? Ich gehe jetzt einmal kurz auf das Tor rauf. Mal gucken, ob es da angetragen wird. Wenn nicht, denn nicht. Kann man auch nichts machen. Enter Haken. Los geht's. Nee, kann man nicht eintragen, diese Tore. Ich weiß nicht, was die für einen Sinn haben. Wenn hier eine Schlacht stattfindet vielleicht. Hm. Pass auf, wir machen nur noch das hier. Und dann wechsle ich, weil ihr es unbedingt wollt. Hochwertiges Harz entdeckt. Harz 4. Und der Tag gehört dir. Ist das hier? Das Harz 4. Ja. Nice, 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 nice. Ja, das hat sich doch gelohnt, also. Wäre ich jetzt schon zu Guan Yu gewechselt, hätte ich das hochwertige Harz nicht gefunden. Ihr wollt nur, dass ich das nicht finde, ne? Spaß. Ah. What the fuck? Mach nicht das Spiel kaputt. Da war es Lager und da ist der Turm. Hm. Scheint kein hoher Turm zu sein. Bist du es? Nee. Der ist noch viel weiter weg, man. Da ist der. Im Wald wie so ein Förster-Turm, ne? Zau Ang hat Drake's zu besiegt. Nice. Und auch ich ziehe von Lu... Ne, von Lu Bu, wo du besiegt. Zau Ang. Zau Ang sieht man sonst eigentlich nur bei... Bei der Burg Wahn, ne? Zau Ang Ming und Zau Ang. Zau Ang. Nice. Nur Wald. Bäume. Ich sehe den Wald vollauter Bäume nicht. Oh, wo ist das denn episches hier? Yanjin. Ah, das ist für Guandu wichtig. Yanjin. Ja. Das ist ja auch Guandu. Seht ihr es? Und Baima, genau. Die zwei Festungen. Geil. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, speichere ich. Und dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Damit wir den Char wechseln. Spielbare Charaktere zwölf. Nicht gerade viel. Ein Siedler. LoL. Guckt es euch an, Freunde. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? Kannst nur Lioway nehmen. Seht ihr das? Du kannst ja Kapitel 2 in Willioway nehmen. Richtig beschissen. Ihr seht das, ne? Spielbare Charaktere 1. Da habt ihr es. Ja, geht nicht. Ist nicht meine Schuld. Ja, einfach nur warum. Ja, guck. Ich meine... In DV7 war es auch ein bisschen beschissen. In DV7 hat man auch immer so eine beschränkte Auswahl. Ja, das ist einfach nur scheiß. Was kaufe ich mir hier für Spiele, Freunde? Was kaufe ich mir hier nur für Spiele? Koi kann man noch nicht mehr ernst nehmen. Teilweise. Ja, es ist natürlich wirklich beteilbar. Es gibt natürlich massig Abzüge, ist klar, ne? In der Gesamtwertung und im Gesamtbild auch. Das ist halt richtig scheiße. Ja, hätten wir das gewusst, ne? Hätten wir den Aufstand der Game Tour mal mit Guanyu gemacht, ne? Im LP werde ich es da machen. Keine Angst. Ja, ich gehe dann... Äh, den... Ach, ich scheiße jetzt da drauf. Ich gehe hier hin und dann gehen wir hier runter. Und dann besiegen wir Dong-Ju. Gut, machen wir das. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kann man dann nur Guanyu nehmen. Lul. Okay. Ich kann ja jetzt nicht noch mal eine Aufstattung der Game Tour mal machen. Das wollt ihr ja auch nicht sehen. Warum soll... Warum sollt ihr ja zweimal der Aufstand der Game Tour haben? Also ja, das ist ja Bullshit. Lul, vor allen Dingen. Das wurde nicht eingetragen, aber jetzt ist es komischerweise eingetragen. Ich setze mir jetzt Wegpunkte. Ich bin halt so oldschool und gucke immer auf Karte. Ja, das ist sinnvoller so. Hat Red Hair wohl unendlich aus da? Könnte ich mir vorstellen, Mann. Da ist Loot. Komm, mach auf den Scheiß. Toposchneide, Toposchneide. Hier ist Geweih. Hochwertig ist Hühnefleisch. Großfleisch. Hochwertige Fische. Not bad. Ordentlich was. Boah, dieser Hang, ey. Monka ist. Voll Angst, dass ich hier runter purze. Ja, in Real Life wäre übel zu Höhen angst. Im Spiel teilweise auch, aber das... Hat jetzt nichts mit Töne zu tun. Das ist irgendwie eklig, weil es so schräg ist, dieser Hang. Widerlich. Da ist noch ein Türmchen. Der schwarze Turm. Pferd. Wie cool. Wie cool. I hope so. Lager entdeckt. So spiele ich solche Spiele mit Open World. Entdecken, entdecken, entdecken. Triggert bestimmt viele. Ich bin da halt so einer. Ich will erstmal alles eintrauen und dann machen, 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 machen. Boah, geht das hoch. Jesus. Das lustige ist, spiele privat eigentlich kaum ein DW noch. Nur wenn was neu ist, wie jetzt. Oh, ich komme hier gar nicht hoch. Monka. Ich spiele, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Früher hatte ich die ganze Zeit die neuen DWs gespielt, gesuchtet. Am meisten habe ich natürlich die W3 gespielt, ist klar. Scheiße, ey. Muss ich diesen blöden Umweg gehen? Na, meinetwegen. Aber das kennen wir von Skyrim, ne? Diese Hänge, die sind unberechenbar. Also da kannst du nicht gegen gewinnen. Gefährlicher als jeder Endboss. Weil diese Hänge, die kannst du einfach nicht besiegen. Muss ich jetzt gucken, dass ich den richtigen Weg wähle. Ich merke schon, je weiter man kommt im Spiel, desto schwieriger ist es, diese Türme zu erreichen. Wie in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Türme wurden auch immer schwieriger. Keine Musik mehr, by the way. Doch, jetzt kommt sie wieder. Ich dachte, weil wir jetzt so eine gewisse Höhe erreicht haben. Weil ich höre eindeutig den Wind in meinem Kopfhörer. In welchem Spiel? Hier? Hulao Tor 1000 Feinde besiegen. Dann kriegt man Lobu ernsthaft? Du musst ja das ja machen. Wo ist denn eigentlich zu Hulao Tor? Hier vielleicht? Sehe ich noch nicht. Na gut, wenn wir jetzt herausfinden. Oh, die schlagen mir diesen Weg vor. Nee, der ist attraktiver, dieser Weg. Der fühle ich attraktiver. Wir gehen mit dem Boot. Willst du mit mir gehen, Boot? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß, da kann ich hinreißen. Will ich aber nicht. Bin zu faul. Wir rutschen. Wir rutschen. Ich hoffe, Fallschaden gibt es in dem Spiel nicht. Oh, scho, 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 scho. Ah, geht steil, Werk. Ab die Karriere. Ey, es ist geil. Das macht Spaß. Ich will den höchsten Berg erklimmen. Bergding Jun, am besten. Und runterrutschen. Und vermutet es... Achso, in DW3. In DW3 weiß ich es nicht mehr. In DW2 war es auf jeden Fall so. Ich weiß nicht mehr, wie es in... In DW3 war... Ich hab das... Die ganze Charaktere habe ich freigespielt. Da war ich sechs Jahre alt. Bin jetzt 23. Das sind 17 Jahre her, wo ich das freigespielt hatte. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ist ja klar. Wegmarker weg. Sind die auch da. There is the ship. Boah, hör mir auf mit Sorin Otomo, Junge. Der Typ ist genauso schlimm wie Lioshan. Ach, geh baden. Rip. Das Wasser sieht richtig eklig aus. Dann rüber da. Meine Bootswarte, du siehst dich. Boah. Ich ehe einen Durst. Aber Liu Bei, der braucht gar nichts trinken, ne? Kämpft hier, läuft rum. Hat keinen Durst. Wahrscheinlich Wasser geschluckt eben. Im Wasser. Aber wenn man mit dem Boot fährt, dann wird es auch nachts ziemlich realistisch. Ja, DW hat sich aber schon seit DW 6 verändert. Und von DW 6 auf 7 nochmal. Es gibt mehrere große Veränderungen. Von DW 1 auf DW 2 ist natürlich eine riesige Veränderung. Vielleicht sogar die größte. Na, wobei, das könnte die größte Veränderung sein. Dann hat sich DW 5 sogar ein bisschen verändert. Eigentlich schon DW 4, das Waffensystem. Aber gut, das haben sie dann wieder verworfen. DW 5 gab es halt diese Bases. Diese Spezialbases. Aber es war halt keine Großveränderung. Großveränderungen sind halt nur von DW 1 auf DW 2. Und von 5 auf 6. Von 6 auf 7. 7 auf 8 nicht wirklich nennenswert. Von 8 auf 9 ist halt mal wieder sehr nennenswert. Die Änderung. Ich weiß, dass ich den Einfahrt von dem Moagi zu nennen werde. Willkommen in Kapi 2, ey. Mit Zorin Otomo, oder was? Wieso ist das schon eingetragen? Ist das Si-Shui-Tor? Was? Das Si-Shui-Tor und hier ist nichts los? Am Si-Shui-Tor? What? Wir sind beim Si-Shui-Tor und es gibt kein Battle. Ich glaube, dieses Attentat auf Dong-Ju ist auch das Attentat, was Zorin nicht machen sollte mit dem 7-Star-Sword. Was von einem jungen Zorin zu verlieren wurde. Da sollte ich ja Dong-Ju umbringen mit dem Schwert. Ist ja fehlgeschlagen. Und dann kam er erst zu Lao-Tor und Si-Shui-Tor. Ich glaube, das müssen wir jetzt mit Ni-O-Bay machen, was sehr unrealistisch ist. Das müsste eigentlich nur in der Way-Story kommen. Gut, Si-Shui-Tor ist noch in unserem Besitz. Gruselig. Sehr merkwürdig für mich. Ich bewege mich so gerne, ne? Weil früher, zum Beispiel in Boyz-Story, war es die schnellste Bewegungsart. Klar. Heutzutage nicht mehr, aber in meinem Fall mache ich das noch. Intuitiv. Nicht wundern. Was nicht so ist, weil es Nacht ist? Ja, weil selbst in der Nacht wird doch gekämpft. Das siehst du ja hier. Können wir übrigens jetzt mal einmischen. Aber erstmal gehen wir auf den Turm. Können wir uns auch hier einen Überblick verschaffen. Ja, hier ist alles rot. Ne, die sind doch nicht so weit vorgedrungen. Sehe ich gerade. Aber Hu Xiong müsste ja hier sein. Ja, ist übrigens auch wieder richtig dumm von Koi. Hu Xiong ist im Spiel drin, hat ein eigenes Design, aber ist nicht spielbar. So what? Ich hoffe, den gibt es als DLC. 10 vor 10, goodbye. Weil die Design-Szenen eigentlich gut aus. Hu Xiong und Yuan Shu. Aber halt nicht spielbar, ne? Wieder so ein Troll von Koi. Ja, ja. Da bin ich auch schon auf Twitter aufgeregt. Natürlich habe ich recht. Ich habe immer recht. Spaß. Was ist das für eine coole Mucke? Ist das einfach bei Kingdom Hearts oder was? So eine freundliche Musik. Mitten in der Schlacht. Ah, das ist die Musik, die ich haben will. Die E-Gitarre ist wieder da. Ich weiß noch, früher gab es so Spielzeitschriften. GamePro hieß die. Die haben meine Eltern immer gekauft für mich. Und da hieß es so, wo einer Dynes Royals getestet hat, ja, ist ja eigentlich ganz gut, macht Spaß zum Beispiel. Und dann am Ende, eins frage ich mich noch. Was hat eine E-Gitarre im alten China zu tun? Ja. Gute Frage. Aber es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Passt nicht, aber es ist geil. Na, im Grunde genommen passt schon zur Schlacht. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn Death Metal spielen würden, ne? Ist klar. Würde auch passen. Bei Hack and Slays und irgendwie PvP, RPG, MMORPGs kannst du Death Metal spielen, ne? Warum nicht. Aber würden sich viele auflegen. Weil Death Metal jeweils nicht viele mögen. Doom ging ja ziemlich gewagt einen Schritt, aber es hat da wirklich gepasst, weil es richtiges Abgeschlacht von Dämonen war. Da hatten wir ja wirklich richtig heftigen Metal. Ja, Musik macht viel aus. Ja, was? Welche Musik mögt ihr denn am liebsten? Aus welchen Dinosauris? Bei mir ganz klar Dinosauris 3. Brauche ich gar nicht überlegen. Oh, sie zählt nicht. Ich meine jetzt nur Dinosauris. Ganz klar Dinosauris 3. My money now, ja. Koi hat uns alle hintergangen. Masamune! Junge, du holst dir das Spiel doch auch noch, hast du gesagt, am Dönerstag. Ja, sagt Koi auch wieder. My money now, auch bei dir, ne? Also, wenn ich das jetzt sagen muss, ich ziehe am Ende des Streams so ein Resümee. Ich würde es schon empfehlen, zu kaufen, aber es ist halt kein Nice Royals, ne? Wenn man mit der Einsteuer an das Spiel rangeht, ich denke, die Investitionen wird aber billiger mit der Zeit, nehme ich an. Wobei, Warriors All Stars immer noch 50 Euro kostet, Omega Loot. Ja, DW3, haben wir gedacht. Alle 3, 3, 3. 5, 3, 5 ist auch gut, ja. 5, 3, ja. Sehe ich auch so, Mann. Eigentlich waren die alten Tracks besser, ne? Wobei, Moment, Moment, Moment. In welches Spiel war 1000 Suns von Chibi? Ich glaube, da ist nur als 7, ne? Das ist für mich der beste Chibi Soundtrack. So vereinzelt gibt es in neuen Teilen auch richtig gut Tracks. Und Yealing ist auch richtig episch. In jedem da ist es wohl als Teil. Yealing. Beste Soundtrack. In den neuen Teilen jedenfalls. Hier ist wieder ein Turm, da gehen wir kurz hoch. Da waren schon mal. Und dann geht es so langsam, aber sicher nach Dong Zhuo. Dann müsste das wirkliches Rollator sein. Und dann, äh, Seesuitor ist immer so lauter. DW3, ja, DW3 hatte echt was, ne? Tracks haben wir hier am besten. Arena. Also der Marsch Soundtrack, DW3, mega episch. Na Mann, mega episch. Alles, ne? Burk Hefei. Oh mein Gott, Burk Hefei. Mit Waitrum. Mein absoluter Lieblings-Soundtrack. Warrior Scraps, da war's, ja. Gibt dir eine neue ganz wenig gute. Ja, gibt's, ist wirklich so. Deswegen mag ich auch DW8 Empires nicht. Da kannst du nur die neuen Soundtracks auswählen. Ist auch so Failfish, ne? Wisst ihr was, wir machen jetzt mal was Neues. Ich guck mich mal auf den Turm wirklich um. Da ist ein Lager, wisst ihr was? Ich sneak mich da jetzt mal an. Wir probieren mal was. Liu Bei, ey. Wie ein krimineller Gaunerte hier rum. Gwinyu. Verrate mich nicht. Und das ist Jian Yong. Für die, die es nicht wissen. Der erste, der Liu Bei wirklich gefolgt ist. Wehe, die verraten mich jetzt. Man kann die sogar belauschen. Wie geil. Das ist wiederum echt cool, ne? Die Musik hört sogar auf zu spielen, wenn man schleicht. Das ist wirklich geil gemacht. Als ob die mich nicht sehen. Brille mies, Mann. Die haben mich echt nicht gesehen, wie geil das ist denn. Das ist ja cool. Das ist ja mega geil. Komm, das ist echt geil. Das ist wirklich geil. Daumen hoch dafür. Daumen hoch dafür. Wir sind auf Twitch. Das spricht ein YouTuber. Tun wir live. Oh Gott, das war episch. Das war episch. Das macht Spaß. Das war wirklich cool. Das ist ja wirklich. Bisschen unlogisch, aber es funktioniert. Ich will dich hier anschleichen. Du konntest auch so vor, dass man da mehr Schaden macht. Echt geil gemacht. Ja, der DW-Soundtrack ist gut. Aber es gibt nicht so viele Tracks bislang. Aber ich habe mir schon was angehört. Ja, das könnt ihr auch als Spoiler sehen. Aber ein Soundtrack ist für mich kein großer Spoiler. Der Yee-Link-Soundtrack ist wieder legendär. Was war das? Der Yee-Link-Soundtrack ist so eine Mischung aus allen DWs. Kommt mir so vor. Könnt ihr euch anhören auf der Homepage des Spiels. Die könnten mal wieder überraschen, aber... Ich bin vom Kurs abgekommen, Freunde. Ne. Da lege ich mich jetzt nicht mit an. Das ergibt keinen Sinn. Oh, das sind die Dinger vom Berg, die ich schon... Wenn man da reinläuft, dann kriegt man Schaden. Das sind Barrikaden, die sind gefährlich. Wir gehen mal den Hauptweg entlang. Das ist definitiv das Hulao-Tor. Loot, 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 loot. Sechs Lootboxen gönne ich mir alle. Das ist das Hulao-Tor. Guckt euch das riesige Tor an. Definitiv. Bin gehypt. Nachts am Hulao-Tor. Poggers. Vor allem mit dem Pfad. Hier kommt später Lugu sowas von klar. Hulao-Tor. Oh, herrlich. Herrlich. Gänsehaut. Boah, wie geil das aussieht. Jesus. Ich muss zu Fuß begutachten. Alter, das ist das beste Hulao-Tor, was es je gegeben hat. Guckt es euch an. Alter, ist das geil. Alter. So cool. Größere Armee hat. Ja, das liegt aber auch daran, dass wir mit Liu Bei spielen. Der hat am Anfang nur Bauern und so gehabt. Ich denke, wenn man mit Cao Cao angefangen hat, hätten man direkt eine Armee gehabt. Der hat ja direkt Shaoyuan, Shaodun, Li Din, Yu Jin gehabt. Yu Jin. Ruckzuck hat der eine Armee gehabt. Hat nicht lange gedauert. Von seinen Söhnen. Cao Ming, Cao Ang. Easy. Cao Pi bei Guandhu schon. Xiu Huang. Ruckzuck waren die dabei. Changi, Chenji. Oh, hier gibt es sehr viele, ähm, Secrets. Tut mir leid, Freunde. Das werde ich mir jetzt alles holen. Da kann ein geiler Loot drin sein. Elixir. Insektenköder. Ultimativer Köder. Dieser Name. Das war's aber. Ja, diese Lootboxen können nicht mehr. Später kriegen wir die vielleicht gar nicht mehr. Wenn wir hier kämpfen müssen. Nicht nach hinten schauen. Das ist Lootboxen. Aber nicht offen, Mann. Ne, wir haben aber keine Chance. Wir sind erst Level 12. Jesus. Mann, wo ist denn das jetzt? Alter, fallet doch. So was habe ich mir... Ach ja. Wer... Welcher Vollidiot hat hier oben eine Kiste hingestellt? Videospiel-Logik. Aber sowas habe ich mir erträumt. Bei einem Open-World-Spiel. Das ist so Secrets. Irgendwo da oben. Irgendwo überall verschwäuzen. Deswegen freue ich mich am meisten auf's Nan-Mann-Gebiet. Da gibt's Zölen. Da gibt's den Dschungel. Alles ist ungewiss. Überall Wildtiere. Überall Geheimnisse. Das wird am geilsten. Ich liebe sowas Nan-Mann-Gebiet. Wer mich kennt, weiß ja. Wo ist denn die letzte Truhe? Die ist hier drunter, glaube ich. Also müssen wir in das Ruhe-Lautor gehen. What the fuck? Die finde ich jetzt nicht, die Truhe. Wir springen hier mal runter. Können wir da hoch. Die müsste hier sein. Ja, hier im Depot. Oh, die sind echt gut versteckt. Da muss ja was Geiles drin sein. Heimelkastenfall mit Überswahl-Großfalle. Keine Ahnung. Diese Fallen. Ah, das Double-Jump verbraucht so viel Ausdauer. Äh. Omega-Lul wegen der Truhe oder was auf dem Dach? Ja. Definitiv. Oh, ist das der Thronsaal oder so? Thronsaal-Mulao-Tor. Omega-Lul. Komm ich da einfach so rein? Ja. Loot für die Welt. Erinnere mich echt an meinen Guild Wars 2 LP, das ich abgebrochen habe. Sehr viel der Kunden. Oh. Jump'n'Run. Ey, geil. Geil, geil, geil. Genau das, was ich immer wollte, Mann. Jump'n'Run. In deinem ist die Warriors. Oder muss ich da gar nicht hoch? Muss ich, glaube ich, sogar hier runter. Ist auch so ein bisschen wie, äh, in Breath of the Wild mit Hyrule Castle. Oh, da ist da oben echt die Truhe. Ne, die ist hier. Schade. Aber ich glaube, die letzte Truhe, da müssen wir den Jump'n'Run-Parcours machen. Dann. Die ist da hinten. Ja, run for your life. Also, wir wollen hier drauf und dann wollen wir da rüber. Kleine Jump'n'Run-Fassage. Schön. Gab's den 9.2.3 aber auch? Bei Burg Efei. Bei neuen Burg Efei. Wo Xuxu da war. Guck mal, wenn man über diese Brücke springen müsste. Habe ich als Kind nie hingekriegt. Mit diesem Spiel wäre ich überford gewesen als Kind. Definitiv. Ist viel zu kompliziert. Das wäre ja nix gewesen für mich. Vielleicht doch, aber... Ah. Verstand hätte ich nix. Schau'n wieder. Every Game Omega Lull. Every Game. Oh, das hat wirklich ein bisschen Falsschaden gemacht. Oh, oh, oh. Monka ist... Oh, wo geh' ich denn wieder lang? Und wieder hoch. Und es geht nicht. Juhu. Dann muss ich wohl schnell Reisen benutzen. Was gerade nicht geht. Herrlich. Geh' echt da nicht hin. Viel Spatman. Ich hoffe, hier kommen noch die Klippen wieder hoch. Sonst muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Goddammit. Doch, hier geht's wieder hoch. Sehr schön. Show me the way. Wir sind wieder auf dem Weg. Bei Jin's Story gab's Jump'n'Run in DB8. Weißt ich gar nicht mehr. Echt? Voll geil. Ich liebe es. Klar, es hat eigentlich nichts in so einem Genre zu tun, aber wenn man Jump'n'Run liebt, dann freut man sich echt. Weil die findest du über einen Baum. Bald findest du über einen Baum. Kiste. Auf dem Baum ist eine Kiste? Wollt ihr mich verarschen? Das ist bestimmt nur so aus Spaß gesagt. Als ob, ey. Wahrscheinlich da oben, hoch in den Schneebergen, weil Gongsun Zang hier. Hier ist bestimmt auch eine Kiste. Ne? Just saying. Komm, wir tragen den Wegpunkt ein. Dann holen wir den Turm. Und dann gehen wir jetzt wieder das Attentat auf Dong Zhuu ausüben. Sonst scheitern wir jetzt. Wenn's realistisch ist. Ach, Regner sind hier noch. Mein Wegen. Das Wasser sieht mega komisch aus. Wenn wer ist es, weil's so neblig ist? Boah, die haben Mist gebaut. Das Wasser gefällt mir nicht in dem Spiel. Noch ne Truhe. Zwei Truhe, natürlich. No, was? Kisteninvasion. Eine engene Kiste ist Solid Snake drunter. Dim, 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 Da haben wir so mude, Down B, ne, mit Meta Knight, immer in Abgrund, schön Free Fall. Das Beste war noch mit Dong Kong, weißt du noch? War ich gegen das Schild gehauen mit Side B und Dong Kong fliegt erstmal in Abgrund. Ne, mit Neutral B war es. Nein, das ist Perfect Shield, hat Dong Kong so einen Rückstoß, dann fällt er von der Stage. Das Free Fall, kann es sich da machen, so dumm. Gras, ja, was ist mit Gras hier? Ja, weil die so schlecht ist in Warrior Swordgeist 2 oder was? Ich mag die Trotze voll gern. Gulao, zu Süd. Okay, haben wir. Nicht wegschalten, es geht zu Dong Zhuo. Jetzt machen wir die Mission, Hauptmission. Die ganze Zeit erkundet, eingetragen, aber es war mega episch, ne, es war lustig mit den Kisten und so. Jump'Run Passagen, mir hat es gefallen. Ja, auf geht's nach Luoyang. Hahn Hauptstadt. So schnell wie das Licht, gib lieber auf und bekämpfe mich nicht. Ja, und es ist genau, je bei genau. Es ist sonst nichts. Oh, hier kann man wieder Häuschen kaufen wollen wir das machen. Das ist bestimmt noch teurer. Das ist bestimmt das teuerste aus im gesamten Spiel. Das ist direkt bei Hauptstadt, das ist bei Luoyang. Das will ich so aus, bestimmt in den Dschungel. Bis wieviel Uhr streamst du? So lange wie ich Lust hab. Auf jeden Fall mindestens bis 2 Uhr. Wenn ich stream, stream ich lang. Für mich ist Stream wirklich ein Tag mit Leuten verbringen. Also, mindestens 10 Stunden für mich. Das ist meine Auffassung von Streamen. Sehr kontrovers, ich weiß. Das ist natürlich blöd, weil viele wahrscheinlich in die Schule müssen. Macht durch. Spaß. Das kostet auch nur 30.000. Ernsthaft? Bei Luoyang ein Haus zu kaufen wäre cool. Ah, fehlen aber noch 10.000. Ich hab fast alle Lebenquests mitgenommen. Trotzdem nicht genug Geld. Spendet lieber bei Geld. Nur 10.000 Euro. Oh, Megalul. Das ist cool. Mal so ein Moods bist du auch dabei, obwohl er Schule hat. Das ist auch so ein Nachtäule. Aber ich war nicht anders früher. Ich hab sogar teilweise bis 3 Uhr gezockt früher. Und war in Schule immer müde. Ich hab die Pausen mal genutzt zum Schlafen. Und alle haben mich ausgedacht. Ach, Bad Times. Die Pausen waren für mich echt langweilig und unnötig. Für mich war es sinnvoll nutzen, ne? Weil ich in der Pause schlafe. Ah, Schlaf brauchst du nicht. Irgendwann brauchst du dich. Du musst nur älter werden. Na gut, ich hab mich früher auch gebraucht. Und du hast übrigens geschlafen bis 8 Uhr. Shut the fuck up, Spaß. Spaß. Ich hoffe, dass mich Dongju nie bemerkt. Was? Du bist vergewaltigt oder was? Ey, Dongju, hier ist ne Frau. Lol, hab ich dich jetzt gehittet und die heult deswegen rum. Oh, Megalul. What the fuck? Die begeht irgendwann Suizid. Guckt sie euch an. Ich bin so mega deprimiert. Ich kann mit keinem reden. Feels bad, man. Lol, alles Nachtäulen. Ich steck euch alle an, ey. Ich bin auch so ein Nachtäuler. Gefällt euch das Wasser auch nicht in dem Spiel? Mir gefällt das Wasser überhaupt nicht. Alter, hier sind alle am rumheulen. Dongju, Dongju. Kann ich das schlagen? Das finde ich wiederum cool. Solche kleinen gemixt, die machen natürlich das Spiel besser. Oh. Ich bin ein kleines Spielkind. Shots fired. Ah, komm. Ein bisschen Schwierigkeit erhöhe, ne? Wer hat die Schießbude bei Majors Maas geschafft nach 50 Minuten? Ich. Also ist schon anspruchsvoll. Äh, geh da weg. Check Faye. Ja, ist doch nicht mein Problem, wenn du einen Pfeil in die Schulter hast. Ah, ist schlecht animiert. Sieht man nicht, ob der da trifft. Ah, jetzt. Da war wohl was im Weg. Yeah. Immer die goldene Mitte. Ah, Spielkind. Ich weiß. Lass es mir. Ja, 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 ja. Das Wasser sieht billig aus. Ja, ja, ja. Das Wasser sieht billig aus. Ähm, wenn viele Bäume im Spiel sind, sprichst du für viel Leben. Dann müsste es wasser klarer sein. Und ein Dschungel wahrscheinlich auch. Es sei denn, dass es das Giftwasser, ne? Hier müsste eine Menge Ruhe sein. Boah, es dauert noch. Ich dachte, das Spiel ist nicht so umfang... Boah, die Textur manchmal, ne? Ich dachte, das Spiel ist nicht so umfangreich und wir kommen heute zu Mengen Ruhe. Ich glaube, das wird nichts. Schade, Mann. Die Mucke. Das ist die Attentat-Mucke. Remix. Aus Science Wars 8. 9. Naja, also 9 jetzt. Aus Science Wars 8 Remix. Kann das sein? Oder gab es die schon in DW 7? Ich glaube, die gab es schon in DW 7. Sind aber auch noch Lootboxen. Das heißt, es ist jetzt Metal Gear Dynasty Warriors 9. Ich darf ihn hier erwischen lassen, aber sie sind nicht mal Wächter. Na, erstmal hole ich mir die Boxen hier. So viel Zeit muss sein. Zack. Cheng Zhong. Stampf nicht so rum. Du darfst nicht erwischt werden. Mein Freund. Der Löwe sei. Geiler Gong. Wir sollen heilig Dong Zhuu umbringen. Ich läute erstmal in den Gong. Ach, Enterhaken geht hier nicht. Sie ist Batman. Wir sehen XL sogar. Oh, oh, oh. Neue an DWs habe ich am wenigsten gespielt. Ich habe es einmal privat durchgespielt. 200% und dann mit euch. Da oben ist die Kiste. War schwierig, da dran zu kommen. Kommen wir hier vielleicht hoch? Ja, hier kommen wir hoch. Nice. Ist auch schön. Ist jetzt generell vielleicht besser, von hier aus anzugreifen. Als der Hauptweg zu nehmen, oder? Gucken wir mal. Ich weiß ja nicht, wo der ist, der Dong Zhuu. Dahinten ist noch eine Box, aber ich bin jetzt auch nicht so geil drauf, weil die ist sehr weit abseits. Nach Lu Yang wir geben. Ich nehme lieber Hintereingang. Metal Gear, ja. Little Metal Gear hier. Ist hier Dong Zhuu. Ich glaube, wir müssen da erst anklopfen. Das war im Anime ja auch so. Da hat South Storm mit irgendwie quatschen müssen, dass er reingelassen wurde. Ich glaube, wir müssen hier quatschen. Das ist zu, Freunde. Was machen wir jetzt? War das einer von euch schon gemacht? Ah, wir müssen erst mit Wang Yun reden. Epic Fail. Oh Mann, es tut mir so leid. Es ist halt blind. Ich habe es noch nie gespielt. Ist ja auch heute erst rauszukommen, das Spiel. Oh, der Burggraben sieht aber schön aus. Ich erinnere mich an Burke Fae, Times Voice 3. Das Lustige ist, Fun Fact. Im Anime hat Dong Zhuu hier mit Lubu gekämpft. Dong Zhuu hat ein Schwert, Lubu hatte gar nichts. Hat einfach mit Fäusten bezwungen und dann in diesen Burgteich hier geschickt. In diesen Burggraben. Boah, Burgteich, keine Ahnung, was ich sagen soll dazu. Im Anime. Wer Bock auf der Anime hat, Zweitkanal auf YouTube. Simmers Schätze. Da habe ich den hochgeladen. 46 Folgen. Ziemlich langer Anime. Aber gut. Oh, ich sollte hier noch gar nicht sein, ne? Merkt ihr das? Oh. Passt halt ein Tor öffnen. Haoruk. Geh mal zu weinen, Jungen. Hey, was ist mit dir? Oh, hier haben viele was zu quatschen. Ich bin nur ein anderer Soldat, der meinen Weg macht. Lord Dong Zhuu lebt die Times jetzt, klar. Er macht alles, was er in der Kaffee macht. Er war nur ein niedriger Oficial, auch. Er schraubt sich aus dem Weg. Ah, kann ich hoffen, dass ich so Glück habe? Niedriger Beamter? Ja, klar. So eine hohe Stellung hat er früher nicht gehabt. Aber der hat schon... Wie du ja Beamter war, denn? Schon ein bisschen höher. Er war schon immer Herrscher hier, aber in Shang'an. Das heißt, er hat sich halt hochgearbeitet, weil er die 10 Eunuchung besiegt hat. Ist ja nicht so, als hätte er nichts gemacht dafür, ne? Klar, Dong Zhuu ist ein Tyrann und hat Scheiße gebaut und, und, und. Aber er hat sich diese Position erarbeitet. Das muss man mal honorieren, ne? Das wird in keinem deines Reuers honoriert. Das wird nie honoriert, weil Dong Zhuu so ein grausamer Mann war. Oh, Megalull Tube, wieso? Ist YouTube so scheiße geworden? Das sagen ja viele, ne? Ach, ich find's okay. Das kann ich aufschlagen. Viel Span, man. Erstmal Lu Yang kaputt, man. Los, schalt meine Versicherung. Kann man das überhaupt zerstören? Kann man das zerstören hier? Und muss ich irgendeinen Quest machen, damit das aufgeht. Das Problem ist, da ist eine Kiste drin, ne? Das geht nicht auf, Freunde, auch wenn's so aussieht. Viel Span, man. Wie kriegt man das auf? Muss ich jetzt bezahlen? Komm ich da rein. Secret. Muss ich erst dieses am Öffnen, ich sag. Bang Yun. Bevor wir mit Bang Yun reden, hole ich mir diese Box. Die ist bestimmt auch wieder auf dem Dach. Auch nicht. Komm hier nicht drauf, ich kann die Ente halt nicht benutzen, muss ich das jetzt denken. Achso, die Kiste ist auch hier irgendwo. Ah, hier geht's komischerweise. Ist die hier oben auf dem Dach? Nee. Okay. Jetzt komm ich da wieder nicht rüber. Na, komm, dann gehen wir den normalen Weg. Ich glaube, hier sollte ich gar nicht sein, ey. Haben wir irgendwie durchgeschiedet. Wird so gut für dieses Spiel. Ich sollte auch nicht eben bei Dong Zhuu schon sein. Da kam schon die Hinterhaltsmusik. Wir haben noch nicht mal die Missionen angefragt, ne? Haben die nicht mal ausgelöst. Ja, wenn man das Spiel verstanden hat, kann man sich da schon hinschieben. Du bist unser Master, Leo Bay. Bist du nicht? Ich habe gehört alles über deinen Exploiten, um die Yellow Turbans zu schützen. Die Sache ist, Ich habe eine Aufgabe, die wäre perfekt für einen wunderschönen Wunderschönen, wie du selbst. Ja, ich glaube. Ich habe noch nicht zu finden, jemanden zu finden, aber ich fühle mich, dass wir hierher ist, dass wir hier irgendwie verletzend. Willst du, was ich sagen muss? Nein, kein Cup of Pride jetzt hier. Das ist wichtig. Das stimmt, Masamune. Das ist echt immer so, 69. Sehr oft da, 88 auch. Reinschnieken. Das ist nicht wirklich der Ort für einen weckeren Mann wie ich. Es wird gefährlich. Aber will Sie diese Mission akzeptieren, um in den Kastel in Luoyong zu finden und zu finden, Tzau Tzau? Erstmal eine Geschichte, die ich nicht so aus Liu Wei Tzau suchen sollte. Bitte, wir sind alle auf Sie umbringen. Dong Zhuo ist geheimnisvoll, das ist geheimnisvoll. Wir sind gut gelevelt. Dong Zhuo ist geheimnisvoll. Dong Zhuo ist geheimnisvoll. Dong Zhuo war zu diesem Zeitpunkt bei Dong Zhuo und nicht bei Tzau Tzau. Ich rede mal mit noch ein paar Leutchen, wenn ich sie finde. Auf der Karte haben wir hier was angezeigt, aber da ist ja gar keiner. Da ist ja gar keiner. Hier steht eine Sprechblase. Da ist ja gar keiner. Ach, der ist hier. Ups. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich hätte auch gerne eins. Ja, also ganz ehrlich, Freunde. Ich glaube, ich hole mir ein Haus. Just get out. Voraus. Just get out. Ja, ganz ehrlich. Klar, es wäre wahrscheinlich sinnvoll, sich eine bessere Waffe zu kaufen, aber... Come on. Ich will wissen, wie es ist, so ein Hauseinzeug. Das soll ja so sein wie in Pokémon Mystery... Ne, Pokémon Mystery Dungeon in... Diese Geheimbasen von Pokémon Saphir und Rubin. Ja. Ja, der lässt mich safe nicht rein. Über den Palast wachen aufgestellt. So, Juga hat Angst. Oh, ist jetzt echt Metal Gear Solid? Oh mein Gott, Freunde. Ich darf mich nie erwischen lassen. Erstmal eine Runde baden gehen. Boah, das Wasser sieht echt komisch aus. Und wir sehen, Jesus. Schau getrunken. Drecksack. Steht nicht zu seinen Worten. Ja, nach einem sicheren Weg so. Und der Hauptweg ist es nicht. Also, wir müssen irgendwie gucken. Man sieht ja auf Karte, dass da... Die Gegner hier unwesend treiben. Ich würde mich ganz gerne hier nach oben schauen. Hier scheint Pferde zu geben. Und, und, und. Vielleicht gebe ich auch noch Tipps. DW8XL, komm, das kannst du dich als Stimme bezeichnen. Das war Liu Bei-Verschnitt. Er hat, actually, genau so gesprochen wie Liu Bei. Hallo, ist der erstmal hier? Oh, man kann ja viele verschiedene Gebäude da finden. Da muss sich alle mal aufsuchen. Okay. Dann tun wir es mal. Habt ihr hoffentlich nichts dagegen, ne? Wir haben ja viel gekämpft. Viel erkundigt es mal was anderes für so eine Stadt zu besichtigen. Das ist Liu Yang, Freund. Die Hauptstadt. Die größte Stadt. Könnte mit der Kaiserstadt aus Oblivion vergleichen. Scheint auch ziemlich groß hier zu sein. Och, wie süß. Wie süß. Guckt sie euch an. Die Katze. Kann man die auch später kaufen? So eine Hauskatze. Für so ein Versteck. Voll cool, irgendwie. Hat was. Das ging überhaupt nicht. Da konntest du keine Tiere kaufen. Kann mit denen nicht reden. Er klappt, er klappt, er applaudiert für nichts. Oh geil. Wie kann man sich hinsetzen? Ja, solche Interactions vermisse ich. Ist zwar nur eine Spielerei, aber ich würde mich gerne hier hinsetzen. Geht nicht. Ich hoffe, da gibt es noch ein Patch. Ah, mit dem kann ich reden. Ich habe hier ein paar schöne Sachen. Ich habe hier etwas großartiges. Ich habe hier ein paar großen Sachen. Ich habe hier ein paar gute Dinge. Ich habe hier etwas Neues. vor Haus. Ja, das ist alles Einrichtung für ein Haus. Ich habe kein Haus. Jesus. Stierkopfdekoration. 15k. Ja, nee, ist klar. Blaue Flagge, rot Flagge, gelbe Flagge. Liu Bei sagt, fickt euch. Äh, blau, rot, Wei, Wu, Schuh gibt's nicht. Gelbe Flagge, gelbe Tour bei der Yuan Shao. Aber kein Schuh. Ja, ich weiß, hier gibt's eine Schuhflagge. Braucht ihr nicht zu sagen, aber, ne? Ist schon lustig. I appreciate your business. I appreciate your business. Welcome, welcome. Ach, da kann man sich wieder was herstellen. You wanna Kastenwolle, bla bla bla. Verkaufen kann ich auch. Wie viel gibt's da eigentlich für? Eieiei. Gesundheit und Mut zu vollständig her. Eie Heilmittel ist mega heftig, Mann. Gibt aber auch mega heftig viel Geld. Aber das sollte ich nicht verkaufen, oder? Ist ja nicht weg, ich behalte es erstmal. Kann es jederzeit verkaufen. Das bringt nichts. Du, please, come again. Wohin ich's gekauft hab. Oh, are you a hunter? It looks like you caught yourself an impressiver. Hm. Jagdpunkte, äh, ja. Ich will dir was zeigen. Tropas-Diadeen. Ah, dafür lohnt es sich also zu jagen. Bestjuwel, da kriegen wir Giftschaden. Wie geil. Wie geil. 160 Jagdpunkte, das kaufen wir natürlich nicht. Ich behalte Punkte erstmal. Aber es ist schön, wenn wir uns umschauen. Teehäuser. Ah, die gab's ja in Voyage 3 auch. Zeit vordrehen. Aha. Gesundheit kann man hier wieder herstellen. Ja, aber es bringt es ja nicht. Und kochen kann ich hier auch. Ja, ne. Aber es ist ja unnötig. Das kann ich hier mal im Lagerfeuer auch. Das Teehaus bringt nichts. Hä, da drin ist ja auch noch was. Wie komm ich denn da hin? Oder ist es der Jäger? Warst du der Jäger? Ne, münchen. Wo krieg ich denn diese Punkte? Das sind die Ex-Waffen, Freunde. Da kann ich da ne Ex-Waffe draus machen. Ja, gut zu wissen. Jo, erstmal muss ich zumachen. Leobay muss natürlich erstmal zeigen, was er drauf hat. Klar. Ey, das ist sogar ne Quest, ne Nebenquest. Mit jedem einmal zu reden. Daishishis-Waffe. Xuxus-Waffe. Dong-Jus-Waffe. Dio-Chans-Waffe. Und das ist Leobay-Waffe. Ex, ne. Ex 7500. Lohnt sich das? Sind das die besten? Ist das schon die beste Waffe? Das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ne. Die Preise, ey. So verkaufen die ja nie was. Weil sie Wucherpreisen. Oh, Pferde an. Red Hair, Red Hair, Red Hair. Ne, Red Hair haben sie nicht. Ja, diese Dreckspferde interessieren mich nicht. Ich will nur Red Hair. In Luoyang singen sie von den Fangen und den Fangen und den Fangen. Gott. Nicht gerade die besten Worte über Luoyang. Moment, ich will mal kurz gucken. Nicht mal Hexe, mal. Dunkelfuchs? Ist das das Sauzau-Pferd? Rot-Schwarz? Ne. Sind unwichtige Pferde. Wolfsgürl haben wir dafür bekommen, dass wir überall mal vorbeigeschaut haben. Oh, ist Luoyang groß. Jesus. Der T-Weg. Ja, was ist denn nun? Bei Martang bekommen wir Red Hair. Okay. Wollen wir bei Martang einfach hingehen? Ne, ne. Das geht wahrscheinlich nicht. Was will der? Lernen, das Fischen. Oh, nein. Fuck off. Ich soll doch Schuhe umbringen. Ich geh erstmal angeln. Soll ich jetzt echt angeln gehen? Komm, ich geh mal angeln. Da haben wir's auch mal gesehen, ne? Ich geh jetzt angeln. Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Naja, da mein Pferd an, ne? Klar. Kann ich da einfach so hinreihen? Aber Red Hair. Als ob ich Red Hair für 21.292 kriege. Never. Ich glaube, hier ist es besser, wenn wir was nachts machen. Wenn wir Dong-Ju nachts auflauern. Versteht ihr? Dann sehen die uns nicht so leicht. Ich glaube, das machen wir lieber nachts. Dann zaut es auch nicht so schnell. Aber... Ich denke, das Richtige. Hier sind viele Diamanten. Oh ja. Jesus. Gibt's ja auch Goldadern oder so, wie in manch anderen Spielen. Oblivion. Aber Gold ist wahrscheinlich mit am meisten wert. Aber Diamant auch. Deswegen. Lernen das Fischen. Ja, und wie fisch ich? Fischer Spritz. Boah, Level 19. Jesus. Wie fisch ich denn jetzt? Angeln mit Nintendo Labo. Ja. Fisch fangen. Wenn sie bei einem Gewässer sind, können sie einen Köder verwenden. Und Fischfäder. Fischerweise. Aber wie hole ich die Angeln raus? Wahrscheinlich muss ich mir erst eine Angel kaufen. Oh mein Gott. Na, ich habe keine Angel. Ich habe keine Angel. Ich habe keine Angel. Ich habe keine Angel. Was mache ich denn jetzt? Das ist hier natürlich wieder scheiße. Auf Fischfangen gehen. Ja. Hättest du mir mal eine Angel geben können, du Idiot. Lern das Jagen. Das wäre wahrscheinlich einfacher. Das ist mega die easy Mission eigentlich. Aber wenn man nicht weiß, wie man eine Angel kriegt. Ja komm, ich lerne lieber das Jagen erst mal. Habe ich zwar schon gemacht, ne? Ohne es gelernt zu haben, aber. Ja und wo soll ich das machen? Lernen das Jagen. Hier war auch irgendwo so ein Stierkopf. Da. Was wollen die jetzt? Was wollen die jetzt? Wo sind deine Felder? Hättest du mir mal sagen können, ne? Wäre ja ganz cool gewesen. Ah, da sind die Felder. Alles klar. Ja, wir wissen ja, wie man jagt, nur wie man Angel weisen nicht. Also schreibt mir das in den Chat. Muss ich die Angel kaufen? Wie teuer ist die? Wo finde ich die? Muss ich sie wohl kaufen, ne? Yes. Headshot. Easy. Bam. Ha. Headshot. Voll ins Knie. Drei Stück sind es noch. Ah, der Arsch, der verschanzt sich schön hinterm Baum, ne? Ein ganz schlauer ist das. Ein ganz schlauer. Ja, das ist schon cool gemacht hier mit der Steuerung. Ich mag das, das Jagen gefällt mir sehr gut. Komm, Headshot, voll ins Knie. Das ist ein schlauer. Ein schlauer Hirsch. Dann wird es kein Headshot. Hauptsache, triffst, Lioway. Ja, geht doch. Hä, da waren auch noch mehr. Muss ich wohl nicht alle jagen. Hey. Okay. Natürlich werden wir auch reichlich dadurch belohnt, ne? Hochwertiges Sears-Fell. Ist natürlich schon geil. Und der belohnt uns jetzt nochmal. Echt, bin ich? Als ob das so viele gucken. Ich sehe ja nicht, wie viele Viewers gerade sind. Ich bedanke mich sowieso bei allen, die ich zuschauen, ne? Wer mich nicht kennt. Ich habe einen YouTube-Channel. Und da bin ich viel aktiver als hier bei Twitch. Ist einfach so. Muss ich jetzt mal Eigenwerbung filmen. Wenn das so ist. Weil ich halt noch nicht, ja, ich sag bewusst noch nicht, regelmäßig streamen kann, weil ich eben als, ähm, sonst keine Videos ändern kann. Jetzt, wo ich streame, kann ich keine Videos schneiden. Weil dann wird es selbst hier mit 720p lenken. Das ist das Problem. Das ist wirklich das Problem. Obwohl ich mich so dumm anstelle. Guckt ihr hier mir zu, ne? Ich stelle mich wirklich dumm an. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist halt komplett neu. Komplett neues System. Ich bin zwar, alter, das ist Warriors-Hase. Aber wenn sie alles erneuert haben, dann kann ich mich natürlich hier nicht auskennen, ne? Nichts halt ein komplett neues Spiel. Hilft mir auch die Erfahrung von Oblivion nicht. Auch von Breath of the Wild. Da ist nix zu machen. So, wir haben jetzt gejagt. Alles klar. Was haben wir noch? Leckt es bei dir auch weniger, sind wir. Im Spiel. Ja, klar, leckt es weniger. Hier ist ja nur eine Stadt was. Da geht ja nix ab, ne? Kein Kampf. Ist irgendwie klar. Wenn wir gleich wieder kämpfen, dann wird es wieder ein bisschen lenken. Ist einfach so. Ja, das mit der Angel lasse ich aus. Also, müsste ich googeln. Weiß nicht, wie das geht. Wurde auch nicht erklärt. Danke, Colin. Erhalte Informationen über Verstecke. Ich weiß es ja eigentlich schon alles. Das ist ja das, was mich so sehr abfacht. Solange der Adolf nicht mit F geschrieben hat. Übrigens, Funfact. Steht im deutschen Gesetzbuch. Jeder, der Adolf heißt, darf sich umsonst umnennen. Naja, das kostet sonst 50 Euro, glaube ich, wenn man sich einen neuen Namen geben möchte. Aber Adolf machen so eine Ausnahme. Wegen gewissen Gegebenheiten. So 1942 und so. Adolf hat damals meine Geschichte zu dir ja gesagt. Das ist jetzt nicht irgendeine Scheiße, die ich mir ausgedacht habe. Ich mache manchmal zwar Spaß, aber es ist weird. Toll, genau bei dem Typen waren wir schon mal. Eigentlich, ich bin so ein Heer und bin schwul. Äh, nein. Ach, come on. Das war echt jetzt das Quest. Mensch, Mensch, Mensch. 22.000. Ja, ja, ja. Wir nähern uns jetzt hier, Freunde. Es kann passieren, dass wir uns noch so ein Häuschen kaufen. Ich nenne das bewusst nicht versteckt. Für mich ist ein Haus. Just get a house. Faw house. Dieser Faw sind Insider. Ich bin mittlerweile auch ein Meme. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf meinen Channel erkennbar ist. 4 house müsste eingehen. 4, also F, äh, F, L, 4. 4 und dann Haus schreiben. Dann kommt 4 head mit so einem Hausdach über dem Kopf. Das ist ein Meme geworden. 4 house. Just get a house. Ähm. Oh, die Stadt ist so groß. Ja, der Jong-Yui-Tempel ist wahrhaft ein solch malerischer Kulturlandschaftsbereich. Wie man hört. Allein der Anblick. Zum Jong-Yui-Tempel ist nicht weit. Wollen wir ihm einen Besuch abstatten? Ach, das ist ein neues Quest. Huh. Klar. Warum nicht? Habe ich schon Bock drauf. So ein Tempel besichtigen ist schon ziemlich geil, ne? Da habe ich richtig Lust drauf. Oh, das sind wir auch wieder Gegner hinten. Nee, jetzt kommen die Lecks wieder. Wie weit bin ich? Wir machen gerade viele Nebenquests. Also, Dong-Ju muss immer noch umgebracht werden. Mit Wang-Yun haben wir schon gesprochen. Der hat uns schon eingeweiht. Hier wird ziemlich viel erklärt, was die Städte betrifft. Was man so machen kann. Wir haben uns umgeschaut. Pferdehändler. Der hat aber nur Schrottpferde. Jagdpunkte kann man kriegen, wenn man viele Hirsche legt und so. Wie man angelt, weiß ich immer noch nicht. Und jetzt besichtigen wir ein paar Häuschen. Jetzt sollen wir den Tempel besichtigen. Kostet die Einrichtung kein Geld? Die Einrichtung kostet Geld. Haben wir auch gesehen bei Händlern. Die Schuhflagge kostet schon allein 15.000. GG. So viel zum Thema Geld ist nicht so wichtig. Ne, Masamune? Alter, kann ich nicht hier hinreisen? Please. Kann ich nicht. Dance game. Muss doch gehen. Come on. Komm ich nicht hin. God damn it. Hä, bin ich zu blöd zum Reisen jetzt? Hier sollst du hingehen, ja? Ich kann da nicht hinreisen, God damn it. Ah, gut. Wisst ihr was? Nach dem Quest machen wir das Attentat. Aber da richtig viel Action, was? Aber der Tempel interessiert mich auch. Kann man den auch kaufen? Der kostet dann wahrscheinlich richtig viel Kohle. Oh, ist einfach nur so eine Sehensmöglichkeit. Vielleicht kann man dann auch da mal hinreisen. Das wäre ja ganz cool. Ja. Wang Yue, äh, äh, richtig besorgt. Wang Yun meine ich. Wang Yun richtig besorgt. Komm, du musst South-Sof hin. Liebe, der Schicksal dieses Landes liegt in deinen Händen. Und was macht Liebe? Er streift erstmal nochmal durchs Land. Ja, nö. Ist klar. Ist klar. Ich setze mir jetzt so einen Wegmarker. Ja. Ja. Der Fehl ist, dass wir mit jeder Umgebung, die wir nehmen. Ich habe doch gar nichts getakt. Lass mich verarschen, liebe Wey. Du hast nichts getakt. Einfach hier durch. Abkürzung, Beuys. Jetzt sind wir schon wieder beim Hulao-Tor. Guck an. So klein ist die Welt. Das Pferde-Jumprun spielt nun auch in ihrem Mediamarkt. Ich weiß nicht, wo ihr das immer weggeholt. Ich spiele immer aus dem Internet. My area now. Was ist das eigentlich? Aber es ist auf jeden Fall ein Wegmarker. Da kann ich mich da immerhin teleportieren. Das ist super wichtig. Super wichtig, ja. Oh nein. Sag nicht, ich muss den Weg... Oh nein. Das liegt da auf dem Berg, ne? Ja. Okay. Das wird interessant. Juhu. Sowas mag ich. Schwer zu erreichbare Schnellreisepunkte. Muss man sich nicht jetzt einen Weg suchen? Ah, es ist cool. Komm. Das ist doch zu steinig für das Pferd. Bei Breath of the Wild. Die Pferde haben auch keinen Bock, wenn es steinig wird. Oh, ein Surprise-Attack. Achso. Toll. Nice Surprise-Attack. Leg, leg, leg. Das heißt lag. Das ist halt rutschig, ne? Nur die Computer, die können sich hier drauf bewegen auf dem Berg. Ja, ne. Gegen die kann ich nicht kämpfen. Loll. Oh, at the fuck. Guckt's euch an. Ja, ist cool. Enter. So kommen wir hoch. Alter. Da muss ja... ...das One Piece drin sein. Der größte Schatz aller Zeiten. Ist ja richtig schwer zu erreichen. Jesus. Wie kommen wir da hin zu der Lootbox? Ich will unbedingt diese Kiste öffnen. Was? Erstmal gucken. Erstmal gucken. Nicht verzweifeln. Nicht in Panik geraten. Wir gucken uns das an. Ich fühle mich wie in Skyrim. Toll. Ist das Getting Over It? Kennt ihr das Spiel? Getting Over It? Just Get Over It, Forehead. Omega Lul. Shit. Müssen wir es von der anderen Seite probieren. Da bin ich auch. Da bin ich schon hartnäckig. Da bin ich schon ziemlich hartnäckig. Soll ich mich geschlagen gebe? Ich lasse mich doch nicht vom Berg besiegen. Lass mich doch nicht vom Berg besiegen. Alter. Jo, dankbar. Do not ride the snake. Ja. Ich muss auch mal wieder von unten anfangen. Siehst du ja hier. Immer wieder runter. Guck mal, wo ich jetzt wieder bin. Ganz unten. Getting Over It in Dinosaurier's 9. Ja, ja, Koi. Ah, hier haben wir es, glaube ich. Hier haben wir den Schwachbund des Berges. Please. Also, mir macht es Spaß. Auch wenn ihr mir das nicht glaubt. Nur, ich weiß nicht, ob es euch Spaß macht. Ihr könnt gerne... Eure Vermutung... Ja, es wird schon dunkel. Ihr könnt eure Vermutung in den Kommentaren schreiben, wo eh mal man hier hochkommen könnte. Ich bin gerade ratlos. Hier vielleicht. Ja, hier ist der Wegmarker. Ich habe es geschafft. Oder auch nicht. Just get over it. Vorher. Wo hast du den Enterhaken festgemacht? Habt ihr es gesehen? In Luft der Enterhaken. Omega Luft. Ah, Lumba aber gefunden. Also, getting over it, brauche ich mir nicht mehr kaufen. Habe ich ja hier in Dinosaurier's 9. Was ist das für ein Spiel? Das ist schon dein Dinosaurier's Feeling, ne? Kappa. Ich finde es sehr cool, aber... What the fuck, man? Ja! Ja! So sehen Siege aus. Halleluja! Halleluja! Wir sind endlich open! Jesus Christ! Jetzt können wir uns hierhin teleportieren. Ja? Jetzt brauche ich endlich nicht mehr oben. Do not pursue the Buu heißt es. Ja, ja. Do not pursue this mountain, ey. Alter! Ach, Schätzelein. Dieser Berg ist ja... Pfff! Boah! Das gab auch richtig viele Erfahrungspunkte. Ja! Also, Bergsteiger wirst du ja. Reinhold Messmer könntest du hier ein Beispiel annehmen. Ist hier oben vielleicht... Oh, die Lootbox gibt es nur noch. Ich krieg dich, ich krieg dich, du Dreckstar. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Da ist der One Piece drin. Der größte Schatz aller Zeiten. Ich liebe das Spiel. Also, es wird ein bisschen hart klingen, wenn ich sage, das macht sogar mehr Spaß als das normale Spiel. Aber mir macht es mega Laune. Der Schatz... Die Kiste ist sicherlich hier oben drauf. Ach du Scheiß, ist das geil gemacht. Das sind die Jump-Run-Passagen, die ich wollte. Geil. Und ich falle erstmal runter. Ja, wir haben jetzt den Wegpunkt. Ihr könnt mir auch nicht sagen, dass da auch nichts Wichtiges drin ist. Ja, ich kann sogar Wall-Jumps. So krass. Wieso kannst du ja hier nicht den End-Arken benutzen, Liu Bei? Wieso kannst du den End-Arken hier nicht benutzen? Was bist du denn für Versager? Eben konnte er End-Arken in Luft benutzen. Jetzt... Boah! Die übelst schwere Jump-Run-Passagen. Das geht auch weit. Ist das geil! Jetzt muss ich nur wissen, wie ich hier wieder hinkomme. Okay, Berg-Zong. Berg-Zong heißt er. Wer braucht schon Berg-Ting-Zun? Ich hoffe, dass es auch in euren Sinn ist. Das ist jetzt die Mega-Challenge, ne? An die Kiste zu kommen. Da muss was richtig Episches drin sein. Ist die denn wirklich da drauf? Man sieht es nicht, ne? So gut ist die Render-Distance dann doch nicht. Nicht, dass die Kiste dann doch hier irgendwie unten ist. Ne, da ist sie nicht. Die muss hier oben drauf sein. Gibt's keine andere Möglichkeit, drauf zu kommen, ne? Das ist die Kiste. Ich glaube, ich suche erstmal gleich den Tempel auf. Da kann ich mir offscreen wieder die Zähne ausbeißen, weil sowas, das fordert mich ja raus. Es sei denn, euch gefällt das auch. Dann versuche ich es natürlich gerne weiter. Aber ich glaube, die meisten wollen mal langsam weiterkommen hier. Ja, da ist echt irgendwas innig. Oh Mann, ey. Da ist wahrscheinlich ein Legendary Weapon drin oder so. Ist auch so ein Meme. Mist, Legendary Weapon. Die ist da drin. Ah, kriegen wir es. Ich versuche einmal, ob ich hier mich irgendwie langsneaken kann, aber dann geht es wirklich weiter. Ich werde das irgendwie raus, wenn ich da dran komme. Ey, ist das geil. Das ist genau das, was ich wollte. Jump'n'Run Passagen in Dinosaur. Ich kenne einer von euch Guild Wars 2 mit der großen Mauer da. Da gab es auch sowas bei ihm im Schalgebiet. Oh, komme ich jetzt doch hoch? Nice meme. Nice meme. Ja, sagen wir mal. Ja, Klimm-Duo mal im Berg, Song, du Arschkopf. Du kriegst ja nicht hin. Ich auch nicht. Aber du auch nicht. Let's climb Dinosaurier's neu. Ich feier es. Hier sind wir safe. Hier können wir stehen. Komm mal hier hoch. Pogos. Oh mein Gott. Ausdaueranzeige auffüllen lassen. Just get over it, ey. Ausdaueranzeige auffüllen lassen. Und wieder runterfallen. Immerhin die Wegmarke, ne? Aber die Truhe. Ich will die Truhe. Ich will die Kiste ficken. Nein, ich will die Kiste nicht ficken. Aber ich will die Kiste. Ihr versteht mich. Hoffentlich. Da. Enterhaken in die Luft gemacht. Und so hochgekommen. Getting over it is Kindergarten gegen dieses Spiel. Jeder, der lacht, der muss es auch selber erst mal machen. Das ist geil. Das ist einfach so schwer, ne? Wenn ich jetzt die Karte verkleinere, dann sehe ich, dass... Ja, dass die Kiste wirklich da auf dem Berg ist, ne? Sie ist auf dem Berg. Dass es hier wirklich keinen normalen Weg hoch gibt. Ja, jetzt bin ich wieder unten. Schön in den Berg reingelitscht. Nice. So macht es Spaß. Ganz ehrlich. Getting over it ist doch alt geworden, oder? Guckt euch das an. Das ist doch... Das ist doch mal was Neues. Aber es... Es macht keinen Fortschritt, ne? Ich... Ich weiß... Ey, das triggert mich. Ich will da hoch. Ich bin halt wie Zauzer, ne? Ich bin ehrgeizig. Ich f... Was? Ich in der Kiste werde in der nächsten Episode erfahren. Ja, ist echt so. What the fuck, alter? Es ist... Ey, ich bin halt zu ehrgeizig. Es tut mir so leid, ne? Für die, die das jetzt nicht interessiert. Alter, mein Ehrgeiz. Ist wie Zauzer. Was meint ihr? Ist das der richtige Weg, oder? Sollen wir es wieder vom Wegpunkt versuchen? Oder soll ich jetzt wirklich erst was anderes probieren? Enthaken in der Luft. Ja, und die Gegner, die können natürlich hier... Wir laufen. Verarschen mich. Ey, wir kommen hier hoch. Du nicht. Du bist scheiße. Wir sind geil. Ich drücke R1, by the way. Enthaken macht er nicht. Ey, diese Wichser. Koi, Patch, please. Pitch, please. By the way. Nein, du bist nicht fauler. Okay, ich habe gestern die Bude sauber gemacht. Und aufgeräumt. Okay. Aufsichtsweise, ne? Ja, ja, Pogas. Ich glaube, wir sind weitergekommen. Oder auch nicht. Boah, es sieht doch nicht richtig aus, oder? Aber in Skyrim war es auch immer so. Es wäre zu erklären, es war schon immer ein Challenge. Ja, wieder in die Luft gemacht, der Enthaken. Schuhe. Schuhe. Das müsste einer klippen und das alleine wäre schon Gold wert auf YouTube. Das ist das Lustigste, was ich jemals gemacht habe. Man kann hier nicht hoch. Verfickte Scheiße. Verfick doch, Mann. Ich bin doch nur hoch. Ich bin doch nur hoch. Ich bin doch nur hier hoch. Ich bin nur gucken. Nur gucken. Nur gucken. Nur gucken. Ich bin oben. Ich bin oben, Pogas. Und ich kann hier den Enthaken nicht benutzen. Ich bin jetzt eher extra hochgekraxelt. Nur um zu erfahren, dass ich hier nicht weiter kann. Das ist eine Decent Challenge. Und es hat nichts mit Dinos Royals zu tun. Es ist einfach wieder so ein Jump'n'Run Challenge, die mich als Jump'n'Run sucht, die quasi befriedigt, wenn ich das schaffe. Wir müssen das vom Wegpunkt machen. Alter, es ist so geil, ne? Das ist ein Dinos Royals Stream. Wir spielen ein Jump'n'Run-Spiel. Also, hat das immer einer geschafft? Hat das immer einer geschafft und auch den Inhalt der Truhe erfahren? Guck mal, das alleine ist schon so scheißschwer. Hier hochzukommen ist schon so eine Kunst. Oder bin ich hier falsch? What the fuck, was bin ich denn da jetzt für den Scheiß angezeigt? Ach so, ist der Tempel, ne? Da ist der Tempel. Mist, Legendary Weapon. Die ist da drin. Direkt beste Waffe vom ganzen Spiel. Da ist unser Fels. Der Fels in eine Brandung. Oh, guck mal, selbst wenn er da oben drauf ist, ne? Das ist mega noch weit hoch. Wir analysieren mal die Sachlage. Hier kann man mit einem Doppeljump hoch. Nein, kann man nicht. Da ist eine unsichtbare Wand. Ja, sowas finde ich natürlich stark. Guck mal, da zwischenlanden. Nein, unsichtbare Wand. Das sieht so fail aus, ne? Aber es ist eine unsichtbare Wand. Ich drück nach vorne und er geht nicht nach vorne. Oh, Poggers. Mach doch keine Wolle. Champs. What? Ich ziehe meinen Hut. Und gebe auf. Ich werde, ich will euch, es war mega lustig. Ich denke, jeder hat seinen Spaß dabei, aber jetzt muss ich echt weiter, man. Wir hängen hier morgen noch, Freunde. Wir wollen ja jetzt hier nicht getting over streamen, oder? Aber hier ist noch ein Lagerfeuer. Das ist natürlich cool. Ich komme da einfach so hoch. Die Bayeris geht. Ja, genau, ne? Dong Zhuu soll umgebracht werden. Und das gesamte Land ist in Bedrängnis und Liu Bei will unbedingt da hoch. Und am Ende ist so ein übelster Troll von Kreu. Das steht da ein Gold. Ne, wie bei The Ledger of Zelda Majora's Mars. Eine 1000 Rubine eingezahlt hast. Ja, hier hast du fünf Rubine zinsen. Egal, Freunde, wir gehen jetzt erstmal in den Tempel erkunden. Kann jetzt so gut. Na, den gibt es erst in Empire, als wenn ich ihn erstelle. Aber es war cool, ne? Also, ich mag sowas. Bitte mehr davon. Auch wenn ich gefällt habe. Ich möchte mehr davon sehen. Also, ich hoffe, es gibt noch mehr solche Sprungpassagen. Ist halt nicht ganz ausgereift. Wegen unsichtbaren Wänden und so. Aber schon cool. Genau so habe ich mir das vollgestellt mit Open World. Also, wir haben es echt gut umgesetzt. Ich bin positiv überrascht. Ich werde mir immer besser das Spiel. Hat natürlich sein Floss. Wie wir alle schon festgestellt haben. Aber auf seinen positiven Seiten. Licht und Schatten bei Dynastro ist neu. Kleines Lager mal einnehmen zur Abwechslung. Zautos-Truppen helfen uns bei Dway. Sind die blauen. Was am Schlau, meier. Sag mir doch, wie man kann jetzt so gut kriegt. Spaß. Ich lasse mich von denen zerstören. Ach, guck. Jammu-Su gibt es wieder. Cool. Wurde mir nicht vom Spiel gesagt. Aber ich habe es rausgefunden. Ah, Yuan-Jau. Das war der Verwandter von Yuan-Chu. Ah, hier ist eine Box. Die Box. Wahrscheinlich gab es das oben auch drauf. Stellen wir uns das alle vor. War nur eine Geistpille drin. Geistpille? Was sind das für Drogen? Wir haben alle eine Bühne. Alles, alles zu 100%. Ja, ja, die Box. Jesus. Spätestens RLP. Zeige ich euch da im First Try, wie man diesen Hügel erklimmt. Den Tempel kann man hier nicht kaufen. Wow. Da ist das Symbol. Du kannst den kaufen. Ey, wenn der jetzt 20.000 kostet, hole ich mir den. In Jong-Ju-Tempel. Das ist geil. Das ist nicht so eine gewöhnliche Bude. Wobei, die gewöhnlichen Bude sind immer nah an der Stadt. Was natürlich positiv ist. Äh. Box. Die Box. Nicht Konversation, Masamune. Konvention. Otaku-Konvention. Ja. Seien Sie nicht so blöd. Es gibt's, Snake. Der Otacon. Bester Mann. In Metal Gear Solid. So, Wegpunkt kann weg. Wir haben jetzt hier ja einen Typen zum Reden. Und eben als, ähm, in diesem großen Bereich. Aber wie komme ich da jetzt hin? Ist hier der? Ah, ja. Okay. Erstmal ums gesamte Haus rumgelaufen. Ja, auch 30.000. Aber das hole ich mir am ehesten dann tatsächlich. Das ist nahe meines Lieblingsberges. Den wir nicht erklimmen konnten. Just get over it, forehead. Aber das ist auch ein Tempel. Das ist was Besonderes, Mann. Oder ist das der Jong-Yui-Tempel? Das kann auch der Jong-Yui-Tempel sein. Äh. Man weiß nicht, ob das Versteck so gut ist. Ja, das ist doch der Tempel. Oh, das ist doch nur ein gewöhnliches Versteck. Trotzdem, das gefällt mir. Und Wegpunkt haben wir hier. Ja, berühren. Vom Pferd aus. Oder was hast du denn für Gummiarme? Mein Ding. Otaku-Konvention. Ja. Haben wir. Tausende Erfahrungsprobleme. Ein halbes Level. Jesus. Das war geil. Aha. Aha. Die Tragenheit des Jong-Yui-Tempels besänft dir und leutert das Herd. Ja, der Bauer trollt mich. In der Tat. Der Berg Song befindet sich ein wenig nördlich von hier. Die Aussicht von dort ist mir nicht prachtvoll. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, man muss nur erstmal hochkommen. Das ist das Problem, lieber Bauer. In Richtung Berg Song begeben wollt ihr mich verarschen. Am Ende heißt es, erklimme den Berg. Schwerste Quest im gesamten Spiel. Wollen wir nicht hoffen. Ja, von da aus kamen wir ja, ne? Vor dem Berg. Aber es ist nur in die Richtung. Es ist kurz vor dem Berg. Wollen sie einen zeigen. Ja, wenn du richtiges Guild hast, kannst du auch hoch. Wenn ich, denn ich. Dann wird es leider nicht sein. Weil ich aufgegeben habe. Ich komme nicht over it. Das muss richtig verbreitet werden, dass es hier so ein Getting Over It-Ferschnitt ist. Das ist ja krass. Also, Berge in Oblivion und Skreiben waren schon schwierig zu erklimmen im Norden. Aber das hier setzt mir nicht den Topf mit einem weiteren Deckel auf. Das ist insane. Ist das hier sinnvoll, was man hier finden kann? Oh ja, Presse. Noch nie gefunden. Und es ist episch. Die epischen Materialien sind immer gelb gekennzeichnet. Das haben wir schon erfahren. Und die sind mega selten. Die kannst du auch gut verkaufen. Kannst du richtig Knete mitmachen mit den epischen Materialien. Deswegen alles einsammeln. Schaden kannst du nicht. Das ist auch als Jagdpunkt wahrscheinlich nicht, ne? Ja, die mussten mit dem Bogen tatsächlich treffen. Ach, die Arme, ey. Wenn das die PETA Tierschutzorganisationen sieht. Hier ist der Bergsong. Den kennen wir alle, ne? Am Ende komme ich von hier drauf. Moment, das hier war auch der Bergsong. What the fuck? Das ist noch ein anderer? Oh nein, Freunde. Getting all the way, 2.0. Challenge accepted. Ey, das ist hier der Simmer Stream. Der erklimmt nur irgendwelche Berge. So ist es. Der Rest guckst morgen. Yo, hau rein. Viel Spaß beim, äh, zusehen, wie ich hier die Berge erklimme. Nein, wir machen natürlich was anderes noch. Hau rein, Mann. Alter, was zum Geier. Aber ich glaube, das ist so die Noob-Version vom Bergsong. Ja, das sei nix. Das ist ja nix. Das sind wir uns ganz anderes gewohnt, ne? Wir sind wirklich auf den Gipfel. Treibst nicht auf den Spitze. Es gipfelt hier. Alter, Alter. Kann man auch hier hoch? Ne, das kann man nicht. Wo das in Ketten ist? Äh, wieso kann man nicht an den Ketten hoch? Hier muss ne Box sein. Da oben. Ja. Katsching. Ja. Das lustige ist Getting Over. Jetzt kann man nicht einstellen. Die Schwierigkeitsgrad. Hier schon. Ist klar. Richtig bemerkt. Ja. Boah, ich mach's mir schwer. Ich kann den normalen Weg gehen. Aber das wäre ja Mainstream, ne? Ich als Anti-Mainstreamer kann das nicht auf mir sitzen lassen. Aber ich muss es machen. Guck, du kommst hier nicht hoch. Ich kann den Enterhaken nicht verwenden. Ich stehe hier. Enterhaken wird nicht angezeigt. Das heißt... In dem Moment wurde Enterhaken angezeigt. Spiel. Danke. Ich liebe dich auch. Guck mal, wie es mich trollt. Omega-Lol. Ey. Das ist pures Comedy-Gold, ne? Ich beim Werk steigen. One Getting Over. It's true. Kommt bald. Ah, ich meine... Warum Getting Over. Wenn man das sieht, ist doch viel lustiger. Ja, das ist halt der Noob-Weg, ne? Mit Ruhe müsste ich hier drauf sein. Ja. Ja. Yeah. Schaffst du es? Boah, hier hätte ich mehr Secrets versteckt als Entwickler. Nur zwei Truhen. Dance Game. Bisschen wenig. Macht aber Spaß. Das glaubt man gar nicht, ne? Ich bin fast nie im Kämpfen und hab hier so viel Spaß dran. Ich sag's ja. Warriors Orchie. Open World. Boah. Das ist krass. Aber Koi macht ja lieber dann Warriors All Stars Open World. Passt mal auf. Mit Nintendo Labo dafür. Alter, wenn ich jetzt hier runterfalle, ne? Dann beende ich den Stream. Danke, dass ich das nicht tun muss. Seien Sie ja nicht so blöde. Ja, ja. Jetzt können wir uns über hier immer hinreißen. Die Aussicht soll so schön sein, meint der Typ. Stimmt das? Ja, stimmt wirklich. Guckt mal. What? Anderthalb Level dafür. Können wir jetzt von hier aus eigentlich sehen, wo der andere Werk ist? Ne, der ist sehr weit in die Ferne. Wow, wir haben fast zwei Level dafür bekommen. Wir bekommen mehr Erfahrungspunkte für diese Schose als für... Das Kämpfen. Das ist natürlich ne Hausmarke, ne? Der Jäger mit einem Haustiertiger lerne Fischen. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie man fischt. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wie man fischt. Weißt das einer von euch jetzt? Ne, ne? Fischt ihr auch nicht. Das ist das einzige Fest, was mir noch fehlt, glaube ich. Ach so, und der Jäger. Ah, ein Täter im Gutstand auch. Durch Abschluss dieser Mission wird ein sicherer Weg zum Palast nach Lujang offenbar. Das müssen wir machen. Das ist für die Hauptquest wichtig, okay? Durch Abschluss dieser Mission können sie einen Gegenstand beschaffen, der ihnen gegen die Tiger in Lujang helfen wird. Auch geil. Also diese Quests sind sogar notwendig, beziehungsweise sie vereinfachen die Hauptquests. Aber es gibt doch einen Free-Mod. Ja, habe ich gelesen. Also nun, ich weiß nicht, wo ist mir... Ich glaube, bei Disco hast du mir das schon geschrieben. Ich weiß, schreibe ich mal nicht zurück. Muss hier nichts mehr denken. Ja, Lerner Fischen lasse ich dann, ne? Also wenn das keiner weiß. Dann machen wir ja ne Jäger erstmal. Ich will jetzt weg von dem Berg. Kann ich nicht mehr sehen. Darauf fehlen wir erstmal ne Cola. Das Getränk der Bergsteiger. No Product Placement. Sehr wichtig, dass man was trinkt, wenn man streamt. Manche Streamer machen sich so ein Bot. Nennt sich Stay Hydrated Bot. Das ist ein Bot, der einen alle Stunden... Ich glaube, jede Stunde erinnert, dass man was trinken soll. Mega lane. Ich weiß selber, wenn ich was trinken muss. Aber es ist halt ziemlich wichtig. Das Zang. Jetzt ist wieder Nacht und Nacht sieht so schön aus, Mann. Bin halt ein Kind der Nacht, ne? Gut. Das Fleisch erhalten und dem Jäger übergeben. Ich muss mich übergeben. Spaß. Wo ist der denn? Ist der außerhalb der Stadt? Habt ihr das richtig gesehen? Nein. Der ist hier. Okay. Run for your life. Run, 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 run. Run, try hard. Run. Chillig. Das hat mir halt so gemacht, dass er selbst nachts noch Musik spielt. Kann man machen, wie man will. In Ocarina of Time haben sie es nicht so gemacht. Und in World of Warcraft ist es glaube ich so, dass es nachts andere Musik spielt. Ich finde beides ist okay. Wo ist denn jetzt der Typ? Wo ist der Jäger? Wo ist Mick Jagger? Der Jagger. Die Jagd ist beendet. Ich will jetzt meine Belohnung haben. Ja, wie die Musik schon getriggert wird, obwohl ich gar nicht in Burg will. Da ist der. Muss er nochmal zurück? Ja, sorry. Ich kenne mich immer noch nicht so aus. Lu Yang ist wirklich riesig. Auch wenn es nicht so anscheinend hat. Sehr große Stadt. Da ist es. Ja, bei einer Aufnahme geht es ja nochmal so. Es ist ja nur... Ja, du machst halt lange Parts. Aber selbst bei 40 Minuten geht es halt noch. Ach so, du hast dann wahrscheinlich eine Session gemacht. Fünf Videos so oft genau, ohne das zu trinken. Wenn ich LPs aufnehme auf YouTube. Dann trinke ich nach jedem Video einen Schluck. Also nach 30 Minuten sogar. So ist das. Außer bei den Zelda Majors Maas Fahrt mit der Schießbude. Ging halt ein bisschen länger. War schön fähig. So, wir sind da beim Jäger. Toll mit Endhaken, oder? Wer geht schon den normalen Weg? Das ist der Mainstream. Fuck die Mainstream-Shit. Der Jäger ist... nicht da. Seriously. Patch, please. Oder er ist nachts nicht da. Seht ihr es? Dass der Jäger nicht da ist? Ach ja. Oder bist du der Jäger? Nee, ist nur ein Bauer. Ach, come on. Guckt euch das an. Hier müsste der Jäger stehen. Entweder er ist, wie gesagt, nachts nicht da, oder es ist jetzt ein Bug. Ah, Koi. Ihr müsst das patchen. Okay, Attentäter in Ruhestand. Ja, sowas tut mir natürlich leid, ne? Das liegt eigentlich an mir. Das liegt am Spiel. Das muss es sein. Das muss es sein. Ähm. Ey, das Spiel verarscht mich. Jetzt der Typ auf einmal draußen. Die Hauptquest wird mir nur in den Burg angezeigt. Jetzt check ich das. Aber kann ich das nicht ausstellen? Ich will die Hauptquest nicht aktiv haben. Die irritiert mich übelst. Wollen hier Attentäter im Ruhestand machen. So ist es mein Blind LP. Oder Stream. Ich sag schon LP. Ah. So ist es, wenn wir mal fünf Jahre YouTube machen. Wenn wir uns mal in Gebrandmarkt. Na, was geht? Du warst mal Attentäter. Aber dann... Ich nahm ein Aero in den Knie. Nein, wir haben uns auch nicht an Skyrim irgendwie angelehnt, ne? Das Skyrim-Meme ist da. Took an Aero in the knee. Als ob wir es hier aufgreifen. Das finde ich geil. Das ist wirklich lustig. Das ist schon geil gemacht, ne? Also jetzt Real Talk. Ne. Du hast Skyrim zitiert. Ich fände Oblivion besser. Oh mein Gott, I used to be an Adventure like you, but then I took an Aero in the knee. Er hat's gesagt. Come on, bro. Okay, was wollen die jetzt von mir? Vitalitätspulver will da haben. Fünf Stück. Oh, come on. Das ist mir das nicht eher sagen können. Alter. Da ist aber ne Wunde, ey. Nur von der Aero. Ja, jetzt muss ich halt das Pulver schmieden, ne? Das kann dauern, bis ich mich hier wieder zurecht finde statt. Resident Sleever Quest. So ungeeignet. Ihr wollt all das Attentat sehen. Aber das ist wichtig, denn das hilft mir für die Hauptquests. Erleichtert es. Weil er gibt uns dann irgendwie einen alternativen Weg. Und scheint sehr stark bewacht zu sein. Und so oft, wie ich mich in Metal Gear auch erwischen lasse, werde ich mich dann hier auch erwischen. Wenn ihr seht, wie heftig es bewacht ist. Wir brauchen diese alternative Hut von dem. Deswegen müssen wir jetzt das Vitalpulver herstellen. Aber unsere Materialien, die wir alle gefunden haben, sollten leicht sein. Ich frage ich es nur, wo können wir das tun? Weil gefunden haben wir das noch nicht, das Vitalpulver. Oder kann ich das einfach so herstellen? Das wäre natürlich krass. Ich glaube nicht, dass es geht. Das ist Vitalpulver. Doch, ich kann das sogar herstellen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Süßhäule zu Wurzel brauchst du. Okay. Da haben wir die fünf. Da habe ich zwar keins mehr, aber wisst du was? Es ist mir egal. Und wieder zurück. Ja, sowas kann ich nicht wissen, weil man hat uns im Tutorial erklärt, dass du uns eben halt nur... nur an diesen gewissen Handelsposten da craften kannst. Aber scheinbar kann ich so. Gut, dass ich es selber herausgefunden habe. Willst du mein Stealth-Faked sein? Ja. Ja, Masamu, wie ist denn das bei dir? Lachen die Mitschüler da auch drüber? Bei mir ist das halt so gewesen. Bei mir war es halt egal. Ich bin ja immer Anti-Mainstream schon gewesen. Ach, schon so lange her, man. Okay. Das sollte definitiv funktionieren. Lass mich dir ein paar nutzliche Informationen geben. Ich weiß, das sehr beste Ort, um Luoyang zu kommen. Ich habe es immer so lange benutzt. Meine alten Alliaten können immer noch nahe gefunden werden. Du solltest versuchen, einen von ihnen zu fragen. Alter, Verbündete von denen soll ich mir das sagen. Ach, warum? Richtig geholfen hat mir das nicht, ne? Vielleicht ist der Jäger ja jetzt da. Aber es ist immer noch Nacht, ne? Ja, sie lachen. Idioten. Jetzt der Jäger hatte außerhalb. Ach, freundlich, spiel. Ah, weil es jetzt, weil es jetzt Tag ist. Jetzt ist es nicht mehr Nacht. Und ich hatte recht, nachts ist der Jäger scheinbar nicht da. Ah, okay. Okay. Dann machen wir jetzt erst die Jägerquests. Müssen wir jetzt ja eh nur abgeben, das Fleisch. Und dann passt das. Was haben wir hier? Grüße, Souverän. Aha. Noch nie gehört das Material. Aber okay. Wieder mega selten. Oh, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Getschigessen. Oh. Oh. Ja. Als ob die jetzt schon solche Memes involviert haben. Das wäre krass. Aber wenn die so drauf sind, wer weiß, ne? So viele Memes schon. Oh, kleiner, süßer Tiger. Na ja, so ein kleiner ist er gar nicht. Guck mir aber auf jeden Fall nichts. Ja, vielleicht habe ich es sogar genug. Habe ich das nicht sogar, was du haben willst? Scheinbar nicht. Oder doch? Ja, ich habe es. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich wollen die, äh, Rehfleisch oder so. Du kannst Tiger in Luoyang auch finden. Sie sind immer so aggressiv. Und vielleicht kannst du dann mit dem, was du machen kannst. Sie werden Tiger aufbauen. Ein Säktchen erhalten, dass die Tiger mögen? Als ob wir jetzt einen Tiger kriegen, wie geil wir das sind. Als ob. Und ich sehe, gerade mit den Nebenquests senken wir in Schwierigkeitsgrad der Hauptquest. Interessant. Ist eigentlich gut durchdacht. Es ist wirklich gut durchdacht. Was hat der mir jetzt gegeben? Habt ihr es gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Hier kann ich auf jeden Fall Sachen da auslisten. Fischkür, Insektenköder, Kastfalle, Öl, Wurne, Krafttrager, Außerabilder. Ich sehe, ich sehe es heute vollständig wie der, ja. Lüge der, krass. Einmal, egal, blablabla. Hat man nur zwei Musus? Nee, drei Musus. Sag ich vielleicht was zu. Ähm, hat keiner mitbekommen, ne? Was wir hier bekommen? Ah, egal. Egal, egal, egal. Ist ja nicht weg. Oder ist es hier vielleicht Gegenstände? Nee, da sind auch wieder diese Scheißviecher. Material. So, Wolfsfeld, 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 bla, bla, bla. Mann, ich will, dass ich mir die Tiger gehorche. Ich will den mitnehmen, Mann. Die Tiger können wir doch die Schuhe easy umbringen. Bahnscheibe. Boah, was willst du alles gefunden haben? Das ist ja insane. Das ist ja insane. Cool. Duftboil, damals. Der ist es. Ich kann aber nichts damit machen. Ich kann nicht interagieren. Ich habe ihn einfach. Der ist doch wohl wichtig. Oder magst du mich jetzt? Ich habe einen Duftboil. Hallo, Tigerchen. Ich habe einen Duftboil. Kannst du mir mitkommen? Nee, es gibt drei Musus. Normal Musu einfach kreisdrücken. Einfach kreisdrücken. Wenn die Musu anzeige voll ist, ist klar. Dann kannst du wieder springen und Musu anzeigen. Wie immer. Und dann kann man natürlich auch R1-Mann und speziell machen. Das ist auch nochmal extra Musu. Also drei Musus. Wie eh und je. Es wird Zeit fürs Antaten. Boah, dieser Bambuswald. Jesus. Wenn hier besoffen ist, kommt es nicht mehr durch. Und das Pferd. Rareest Parrot. Das Pferd, das Pferd, das Pferd, das Pferd, Pferd. Auf die Pferde plötzlich los. Und wieder nach Louis Young. Ist aber klar, dass es hier viele Nebenquests gibt, Freunde. Denk mal logisch, dass die Hauptstadt. Ist klar, dass es hier viele unsere Hilfe brauchen. Und ich habe auch, glaube ich, mal gelesen, dass manche nur Nachtsquests anbieten und manche nur Tags. Also man wird hier wahrscheinlich noch viel, viel mehr finden. Ach, nur awesome. Ey, da ist noch eine Schriftrolle. Lernen Fischen ist das aber wieder. Das wollen wir eigentlich nicht machen. Vielleicht gibt er mir noch einen Tipp, dann können wir doch noch angeln. Ah, es wird echt mal Zeit, was Attentat machen. Ich will euch auch nicht wieder auf Folter spannen. Die ganze Zeit passiert nix. Wir machen nur Nebenquests. Was cool ist, aber ich wollte ja mal weiterkommen. Ja, du erklärst mir aber auch nicht, wie es geht. Du weißt nicht, wie es geht. Ich weiß auch nicht. Kein Fischfang. So ist das Leben. Und es wird auch mal Regen geben. Pech gehabt. 1030 Gold gibt das. Ah, klasse. Was sind das denn noch für Quests? Bestienvertreiben. Oh mein Gott. Guckt mal, wie viel das neu ist. Oh mein Gott. Das ist ein Nebenquest-Stream. Es tut mir leid. Ich will das unbedingt alles machen. Oder was wollen die hier von mir? Schnellreise. Geht gar nicht. Ach, ich kann das gar nicht machen. Hier mal ist es vertreiben. Wo wäre der denn? Wie das angezeigt wurde? Ne, nur Level 14 wird mir angezeigt. Außerhalb. Ja, ne, Freunde. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Wir machen jetzt noch das Richtige. Wie schar, ja. Was ist denn schar, ja. Da musst du mich mal aufklären. Ja, japanisch wollten wir auch viel, aber die englischen Syngo sind auch nicht diesmal so gut gelungen, aber ich weiß nicht, ob die fahre ist. Ne, ich weiß nicht. Ich lasse erst mal auf englisch. Mal gucken, ob wir jetzt die Dudes finden. Diese alten Rekruten. Sonst versuche ich es einfach so, da reinzukommen. Mit dir haben wir schon mal geredet. Ich versuche jetzt da einzudringen, ne? Ah, hier ist der Geheimweg, glaube ich. Yes. Hier ist der Geheimweg. Perfekt. Ich wollte eigentlich nachts, äh, da einbrechen. Aber wenn es sich alles geben, machen wir es so. Hm, sonst bin ich hier in der Sackgasse, ne? Dance Game. Ja, weil die immer fauler werden von Koi. Wir können dankbar sein, dass es überhaupt eine englische gibt. Siehe, Warriors, Deutsche 3 Ultimate. Wieso ist hier eigentlich das Quest-Symbol, wenn es hier nicht ist? Hier rein soll, ne? Yes. Yes. Ich gehe da jetzt rein. Metal Gear beginnt. Los geht's. Ah, die sind unten. Oder was? Der hat mich gesehen? Auch nichts. Ich gehe gerne auf den Burgenau. Ah, die Vier ist echt schlecht. Bonjour, hat die Tore geschlossen. Wir müssen ja echt gucken, wie wir hier am besten reinkommen. Dann, er sagt auch, wir sollen, ja, wir sollen hier fliehen. Ah, ja, 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 ja. Ich glaube, das muss man nachts machen. Aufpassung, weiter, Mann. Kannst dich mal entscheiden, Dear Bay. Es ist doch sinnvoller, nachts zu erledigen, ne? Ich bin jetzt einmal kurz auf dem Burgenau gewesen. Der Typ hat mich instant gesehen. Nachts sehen die halt nicht so gut, ne? Vielleicht, guck mal, vielleicht gibt es hier noch irgendwie ein Alternativ-Fig. Der Typ hat uns auch einen besseren Weg versprochen. Nix. Das ist nur gesagt, damit wir für ihn die scheiß Quest machen. Mieser Wichser. Ja, und ihr Bay wird nicht müde. Ah, hier ist das Tor. Okay. Aller liebste, mich Metal Gear Musik abmachen, ne? Aber es ist, ich bin zu faul. Ich bin zu faul. Dim, 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 dim. Oh Gott. Da ist doch ein Wächter, oder bin ich blöd? Der bewegt sich nicht. Mich verarschen? Ja, Brother. Vielleicht von hier. Hat mich keiner gesehen. Nice. Und da ist ein Typ mit Sprechblase. Der gibt uns den geheimen Weg im Palast. Äh. Geil. Metal Gear Solid. Vielleicht können wir die auch mit dem Bogen abschießen. Wie geil ist das denn? Dieses SideQuest habe ich mich schon verliebt. Das ist halt wieder mal was ganz anderes. Ja, wissen wir ja, schleichen. Klar. Klar, klar, klar. Kennen wir doch. Ach, das sind Tiger. Deswegen haben wir den Duftboil, dass sie uns nicht zuhören. Wahrscheinlich. Die Tiger sind restlos. Es ist besser, um sie zuhören. Hey, du hast etwas promets. Du weißt, ich habe meine Team sie verliebt. Geil. Die Tiger räumen jetzt auf zu uns. Wie geil ist das denn? Das Spiel ist echt gut. Und hier komme ich in den Palast schon? Ne, da kann ich nicht rein. Boah. Ja, jetzt kommt Jake Lee auch mal hier hin, ne? Ich muss irgendwie auf die Burgenmauer kommen, das will ich anbieten. Oder nicht. Ja, wir müssen ja in den Palasten, ne? Aber das ist von mir am besten. Kann ich hier vielleicht mit den Enter? Oh, das will ich jetzt mal auschecken. Kann ich nicht. Kann ich doch. Kann ich doch. Wachen. Keine Wachen. Da ist ein Wächter. Der wird aber abgeschossen. Das ist einer vor uns. Was ist der denn hier? Und die Box ist unten, da möchte ich jetzt nicht wieder runter. Die hole ich da nicht. Also hier ist super wohl richtig, ne? Hinter Eingang und so. Mal gucken, wo die wenigsten da. Easy. Hier komme ich leider nicht so hoch. Aber hier sind wir direkt im Palast. Genau da, wo wir hin müssen. Ja, das war der Jackpot. Ja, alles richtig gemacht. Einfach zu gut. Können wir hier hoch? Nein, können wir nicht. Aber ich kann hier rein. Hier ist keiner. Ich hole mir aber erstmal die Box. Achso, da muss ich sogar hin. Ah, wir treffen uns wieder. Liu Bei, war es? Die Stimme von Cao Cao ist ja richtig scheiße. Was machst du in einem Ort wie dieser? Ich bin Cao Cao. Ich bin nicht egal, wer das macht. Niemand bringe mir Cao Cao's Hände. Einmal. Entschuldigung. Entschuldigung, aber es ist kein Zeitpunkt, um mich zu erklären. Komm mit mir. Jetzt kommt wieder Action. Der Lubu wird uns wahrscheinlich auch noch verfolgen. Ach du Scheiße. Wir sollen da aus dem Nebenweg flühen. Okay. Hab ich flühen gesagt. Also flüchten, flühen und flühen. Ach du Scheiße. Ich hab irgendwas im Auge. Es tut mir leid. Und I'm out. See you next time. See you later, alligator. Bis später, Atentäter. Schön auf dem Hausdächer, Assassin's Creed. We should be safe here. What were you doing back there? Master Wong-Yun asked me to search for you, Master Cao Cao. He said you were heading for the palace on some sort of mission. Master Wong-Yun sent you? I see. I suppose it's okay, if I tell you. I was in the castle, in order to assassinate Dong Zhuo. Er hat mit den Legenden and Seven Star Sword. Is that right? Dong Zhuo? He is a poison, that is slowly killing off our country. If he is not dealt with immediately, the chaos that started with the yellow turbans will grow worse. Boah, ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Aber die Stimme von Cao 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 geht gar nicht. Die schlimmste Stimme bis jetzt. Also, ihr habt bei Zheng Fei rumgeheult. Die war auch schlimm, aber das ist der Gipfel. However, my attempt failed. And I was forced to flee, when I came across you. I had no idea. I am leaving Liu Ouyang, in order to plot my next move against Dong Zhuo. Liu Bei, if you wish to live, you should probably leave this place as well. Aber nicht so Kenza wie Kenjin Uesugi in Sengoku Basara, oder? Ha, Masamune. Ist doch so, man. Aber trotzdem Ultra Kenza. around Dong Zhuo. You made a name for yourself against the yellow turbans. I would watch my back, if I were you. So, so klingt, als wäre er ein Sterben wäre, oder so. Lumeng ist auch kein... Oh nein, nicht Lumeng. Oh man, mein Lieblingscharakter von Wu. Oh nee, bitte nicht. Thank you for the warning. Weißt du, wie geil Lumeng in DW3 war? Es war Pyro vom Pokemon-Anime, und es hat so gut gepasst, das ist auch zu Lumeng. Es ist einfach der beste Synchronspeier. Noch besser als Mark Hultzmann. Yeah, Level 17. Feels good, man. Zau, zau. So, ich stehe mal starken. Zau, zau. Oh, es geht. Lol, der bleibt auch stehen hier. Yuan Shao, of Qi Province, hat eine Armee, um Dong Zhuo zu schlagen, und er hat unsere Kooperation gefordert. Oh. Also der nobelmeister Yuan Shao hat endlich aufgerissen. Oh, wenn jetzt Guendu kommt, dann werden wir Guendu erst mal nicht mehr wiedersehen. Ich erinnere mich, er war derjenige, der eigentlich die Lettere, die wir bekommen haben. Ich erinnere mich, er wusste, dass er nicht die Möglichkeit hatte, genug Männer zu seinen Kursen zu erzeugen. Also er hat sich entschieden, Yuan Shao's Name zu benutzen. Er ist ein kundig und deviouser Mann. Master Cao Cao, das muss der Plan haben, um Dong Zhuo zu schlagen, die er in Luoyang gesprochen hat. Was willst du tun, mein Herr? Ich glaube, ich glaube, jetzt kommt der erste Kampf gegen Gong Zhuo zu schlagen. Wir müssen jetzt, glaube ich, erst ein bisschen gegen Dings kämpfen. Gegen Yuan Shao. Bevor Guendu stattfand, gab es ehemals im Norden Chinas, im Nord-Osten Chinas, diese Auseinandersetzung zwischen Yuan Shao und Gong Zhuo zu schlagen. Und da lernte Li Bei auch Zhou Yunchen. Das ist nicht ganz so einfach, Li Bei. Dong Zhuo ist eine Grund, für das tiefste Chaos, die die Lande betrifft. Aber die reale Grund ist die Verlust der Angehörigkeit der Han-Kurte. Unless wir können die Gefahr und die Kontrolle der Han-Kurte die Krieg, die dieses Lande, wird nie enden. By the way, weil einer meint, der hinter uns sieht scheiße aus, das ist extra so gemacht, ne, damit man, ja, sich auf die Charaktere fokussiert. Das ist wirklich jetzt extra so gemacht. Ja, für jetzt müssen wir unsere Efforte auf den slagenden Dong Zhuo Li Bei, ich erwarte noch größere Dinge von dir und deine besprochenen Brüder. Dann hast du in der Kampf gegen die yellowen Turbans gezeigt. Also sie ist unser erstes Mal gewesen, Salah. Ich bin bereit. So, erst gegen Dong Zhuo. Ist ja auch eigentlich so. Jetzt kommen wir erst zu Lautor, dann kommt hier der Kampf gegen Yuan Chao. Gong Zhuo sozusagen gegen Yuan Chao. Da chillte Li Bei hier sein Leben. Haben ein bisschen Urlaub gemacht bei Gong Zhuo sozusagen. Hat hier ungefähr, da gab es den großen Clash zwischen, ähm, Gong Zhuo und Yuan Chao. Da hat Zhao Yun viele von Yuan Shaos Leuten zurückgeschlagen, aber dann ging Zhao Yun zurück zu Li Bei. Und Zhao Yun hat gesagt, Jo, Li Bei, du bist eigentlich voll der coole Mann. Und, ähm, ja, wenn du jetzt Lord Gong Zhuo sozusagen verlässt, dann komme ich mit, wenn ich glaube an dich. Und dann ging Li Bei nach Xuzhou. Das müsste hier sein... Ne Bei, hey. Da war Kong Rong der Herrscher. Da müsste es hier sein. Das steht hier leider jetzt nicht. Hier müsste Xuzhou sein. Und da war er bei Tao Xi'an erstmal. Und dann wurde Zhao Song, der Vater von Zhao Zhao umgebracht. Da war Zhao Zhao böse. Dann hat er irgendwann zu Zhao angegriffen. Und dann ist halt Guan Yu zurückgeblieben, um der anderen die Flucht zu ermöglichen. Und dann wurde Guan Yu von Zhao Zhao gefangen genommen. Und da war er erstmal im Dienst der Wei Armee. Und irgendwann kam es dann zur Schlacht von Guan Du gegen Liu Bei erstmal zu Yuan Shao. Da... Obhut gefunden. Und... Guan Yu war eben mal bei Zhao Zhao. Und bei Guan Du haben sie sich dann eben mal alle wieder gefunden. Ja. Jetzt habe ich die... nächsten... Arcs quasi schon mal... zusammengefasst. Kleine Geschichtsstunde hier bei mir. Fragen gerne in den Chat. Waffenruf der Koalition. Da müssen wir hin. Wir müssen mit Yuan Shao reden. Ja komm, dann nehmen wir hier die Schnellreise, ne? Sind jetzt ganz woanders. Kann ich nicht. Goddammit. Ich kann da nicht hin. Mann. Warum kann ich da nicht hin? Da kann ich nicht, äh... hinreisen. Hier vielleicht? Jaaa. Wacht du, Mann. Es geht wie in Breath of the Wild. Schika Tür, man kann es ja auch hinreisen. Sehr schön. Entschuldigung, ey. Was? Ich hab doch nix gemacht. Basis wurde erobert. Okay. Ich kann nicht, der die Kisten damals gesehen haben. Die war ich nicht, ne? Was ist für ein cooles Dorf? Ist das ein Quest? Nö. Die chillen hier einfach. Kann ich in den Brunnen wie in Zelda? Äh... Was ist das? Äh... Bei den Sunjian haben sich schon viele bei YouTube aufgeregt. Ich finde den voll gut. Was habt ihr denn alle? Was habt ihr alle gegen den neuen Sunjian? Der sieht doch wieder richtig oldschool aus. Mit Helm und alles. Keine grauen Haare mehr. Was habt ihr denn? Ich verstehe es nicht. Ich finde Sunjian mega geil. Die Stimme kann natürlich scheiße sein, klar. Ah, hallo? Die Stimme. Ja, Sunjian... Seine Stimme in dem W5 war einfach nur beyond godlike. Also besser geht es nicht. Leider kriegt... Ähm... Kriegt man das hier besser hin. Das bedeutet, dass ich ohnehin unzufrieden bin. Wenn die richtig zackt, dann bin ich natürlich noch unzufrieden. Ja, gerade meine Lieblings-Wu-Charaktere, ne? Lumeng Sunjian. Wenn es das beistimmt, sind scheiße. Super. Klasse. Wo ist ein Tsai Yong? Boah, den will ich platt machen. Fuck it. Scheiß auf Yuan Chao. Den machen wir mal platt. No fucks given. Wo ist denn der jetzt? Show me the way. Hä? Wurde mir auch angezeigt, dass der Typ hier irgendwo ist. Ach, Spiel. Verarsche mich nicht schon wieder. Zoyong. Wo bist du? Zoyong. Ja, Spiel hat mich verarscht. Weißt du was ich vermisse? Oder kann ich das hier... Zoyong. Da ist der. Ich vermisse diese Schlachten-Karte. Wo ich sehen kann, ah, da ist der Offizier, da ist der Offizier. Das richtet mich auch auf, dass ich das nicht hab. Den besiege ich dann aber, wenn das jetzt ein mega steiger Boss ist. By the way, wir sollen mal wieder speichern, wenn ich Game Over gehen muss ich... Alles normal machen. Sechs Stunden Stream by the way. Krass. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Wie gesagt, ne, nach neun Stunden einmal kurz Pause. Gehe ich mal Schiffen wahrscheinlich dann. Und dann geht's wieder weiter. Aber ich muss es doch mal wegen Youtube. Hier leckt's wieder ein bisschen. Seht ihr das? Ey, lass die Bogenschütze in Ruhe. Kleine Schamitzel hier. Hier, ich zeig's dir gerne nochmal. Also man hat mehrere Musse an. Warte gegen... Das sind ja meine Verbindeten. Ich zeig's dir jetzt gegen diese. Man hat wirklich mehrere Musse angefangen. Also... Diesen Musse, den hab ich nicht so oft verwendet. Hier. Das ist ein Musse. Dann haben wir noch den hier. Das ist der Sprungmusse und dann noch den normalen, den wir schon so oft gesehen haben. Also es gibt wirklich mehrere Musse angegriffen in dem Spiel. Drei wie immer halt. Also... Seit wann gibt's eigentlich drei Musse Angriffe? Wisst ihr das noch? Ich nicht. Wieso kämpfe jetzt hier die Waytruppen gegen mich? Oh, wo ist Saiyong? Das ist nicht Saiyong? Das ist nicht Saiyong. Das ist nicht Saiyong. Ich habe ein Problem, das ich alleine alleine nicht kann. Wollt ihr auf was ich sagen muss? Wollt ihr auf was ich sagen muss? Ich kann es vernichten. Um jeden Preis. Da ist der. Da ist der. Da ist der. Da ist der. Das ist der. Da ist der. Warriors 3 auf sehr schwer gespielt. Da können wir die gar nix. Vor allem, ich glaube, ich kann einen Überraschungsaufmann. Wurde entdeckt und muss besiegt werden. Ja, ich weiß, dass die besiegt werden muss. Ist klar. Psst, verraten wir ihn nicht. Oh, I'm you. Da-da-da-di, 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 da-da-da-di. Fire in the hole. Yeah, in your face, motherfucker. Und er merkt sich mal, doch jetzt währt er ab. Ihr Arschgeigen. Schon witzig, ne? Unendlich Pfeile, by the way, das ist Unstand. Interessant. Boah, die strugglen alle. Fans schauen und so, die meist verlieren. Mann. Natürlich scheiße. Das ist aber nicht Saiyong, ne? Das ist nur der Anführer der Elite-Bogenschützen. Ey, der währt alles ab. Ah, nicht alles. Tot. Nice. Bong Cheng war das. Hier sind noch mehr Elite-Bogenschützen, seriously? Oh, das ist nur so Außenposten. Ne. Das waren die Eliten. Was? Das ist die Elite der Elite der Schlechten, oder was? Tolle Elite. Na komm, zerstören wir die Außenposten. Mega Bock drauf. Endlich Action. Ich glaube, dieses Kapitel ist wieder mit sehr vielen Kämpfen verbunden. Das andere war ja mehr Schleichen. Mehr Nebenquests. Jetzt wieder so ein Fass. Ich nehme die gar nicht mehr mit, ne? Soll ich mal vielleicht wieder tun? Dieses Fass habe ich sehr wohl erfasst. Und... Die. Wer da liegt. Ja, die Wüste, das kriegst du oder das Axt, das kriegst du oder das habe ich, by the way, noch gar nicht gesehen. Also, es kommt ziemlich selten vor. Aber da es eh nicht so viele Kämpfe gibt hintereinander, ist es auch nicht mehr so von großer Wichtigkeit. Weißt du, dann gibt es Pfeil. Ist auch schön. Ich steck mal kurz die Waffe weg, damit ich dieses Fass hier aufsammeln kann. Mein now. Mein Fass now. Der ist down? Ja. Krass. Das Problem an der Mumsuan-Zeit ist da, dass dieses Spiel sehr langsam aufhört, ne? Ausgekontert. Ich habe gekontert, Pog-Chimp. Das erste Mal gekontert. Nach sechs Stunden. Sie wehren immer mehr ab, also das Spiel wird echt schwieriger. Aufstelle der Game Tour haben die ja fast gar nichts zu machen. Komm. Geh aus meinem Weg. Geh aus meinem Weg. Lebt aber noch, ne? Ne, lebt nicht mehr. Wow, der muss so stark dann. Geil. 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 Ich weiß nicht, ob ich jetzt die ganzen Materialien hier einsammeln muss, das ist halt nichts besonderes, ne? Das findet man an jeden kleinen stillen Örtchen. Ah, da ist was besonderes, das wird sogar Kennzeichen, das ist wirklich sozial vom Spiel, das wird ja was episches. Das ist mich ein bisschen verwirrt, weil bei Hafsorn ist halt orange legendär, hier ist lila legendär und das ist bei Hafsorn episch, also das vertauscht. Fack mich ein bisschen ab. Und es wird Nacht. Wird ein bisschen dunkler, ne? Ach, hier sind nur ein paar Asis. Aus dem Weg! Der Edexdorf aus der Zahnbelag. Was ist das denn für ein, nein? Get you guessing. Ja, Zhengfei, was macht ihr hier eigentlich? Ne, ihr macht irgendwie was. Seid nur Statist. Wow, so war das wieder voll geil, der Move. Aber manchmal mache ich irgendwie Spezialattacken und merke das gar nicht. Äh, die fliehen schon. Ne. Gibt kein Entkommen. Zwei Wiedlinge im Bereich eingenommen. Einmal hat es gesagt, obwohl ich gar nichts eingenommen habe. Baker, ja. War geil, ne? Baker? Oder was sagst du zu Baker? Metal Gear Solid. Was haben die sich dabei gedacht? Ah, ah, ah. Ich kann dir eins sagen, der Heind-Boss-Kampf wird sehr langweilig gegen den Kampf-Feli. 30 Minuten nur Resident Sleeper. Der Boss-Kampf ist mega einfach, zieht sich nur gegen den Kampf-Feli von Liquid. Man kennt es ja eh das Spiel, ne? Bevor wir jetzt zu Yuan Chao gehen, ähm, besiegen wir jetzt erstmal diesen Typen, der das Stress macht. Ja, das liegt sowieso auf dem Weg. Passt. Also, Schlacht am Si Shui Tor. Legen wir los. Yeah, yeah. Für Geld. 26.000, 4.000 noch, dann können wir uns so einen komischen Unterschlupf mal gönnen. Easy. Hier müssen wir hin. Das Si Shui Tor. Das ist es. Von der vollen Pracht. Wow. Hier sind die Feindlichen rein. Erstmal angreifen. Vor hinten. Episch, oder? Aber nur episch. War hier nicht ein Offizier? Ich seh' hier keinen. Kommt der noch? Loll, die Wade rum. Die haben Angst. Wo ist der Offizier? Da ist er. Da ist er. Du machst Stress. Direkt wieder gehen, ne? Wieso tötet ich mir einen Wade-Soldat? Zau zu mir das nicht gefallen. Oh, wenn die mich angreifen, dann was soll ich machen? Die Wade rum vernichten. Ach. Uncool. Ich bin ja auch noch nicht in der Allianz. Ich muss eigentlich erst mit Yuan Chao reden. Oh, oh. Das wird's auch zwar nicht gefallen. Shit happens. Das ist jetzt hier ein großer, starker Gegner, aber... Boah, guckt euch mal die Render Distance an. Das sieht richtig erwärmlich aus. So ein einsamer Baum. Wie im Wassertempel von The Ledger of the Elder, Ocarina of Time. Wo an der Schattenlink da auf einmal steht. Guckt's euch an, man. Ihr wollt echt gegen mich kämpfen jetzt. Ey, seid ihr scheiße. Verbündet, ne? War der wichtig? Egal. My money now. Geh mal zu Yuan Chao. Oh, 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 oh. Hier ist ein Boss. Oder so ähnlich. Das sind die Welt rum. Was mache ich? Töte meine Verbündeten. Oh, oh. Oh, oh. So eine großartige Leistung. Ey, die Stimme von Yuan Chao geht klar. Ist in Ordnung. Da ist noch ein Offizier. Ach, come on. Ist wahrscheinlich Jan-Liang. Gegen Jan-Liang kämpfen, Wonka ist. Ach so, Außenposten. Ne, wir gehen jetzt wieder an Chao. Mann, das Spiel lenkt so heftig ab, ne? Da ist wieder was. Da ist wieder was. Mach das erstmal. Nein, mach das. Äh. Labyrinth. Wieder innovativ. Nice. Labyrinth. Okay. Ihr Schweine. Kann ich nicht schieben? Ja. Leider kann ich schieben. Mann, den habe ich mir jetzt hier... Ah, ich habe es mir leicht gemacht. Also... Da kann man mega die coole Labyrinth-Action haben. Aber ich bin einfach rüber gesprungen. Wäre ich Entwickler gewesen, hätte ich eine unsichtbare Mauer hingemacht. Naja. Ich würde schauen, was geht. Äh. Erstmal... Sneaken. Ey, du redet hier gar nicht mit mir. Ah, weil ein Cutscene kommt. Ein einfaches Messer. Und so viele Kräfte Kräfte sind. Mäster Yuan Shao ist ein Mann von großartiger Influenz. Ha! Es ist nur ein Prozess, wie viele Leute lieben Dong Zhuo. Es ist stärker zu wissen, dass es so viele sind mit dem Staten der Land beschäftigt. Es ist gut zu sehen, Liu Bei. Okay. Ich hatte ein Gefühl, dass du von den ersten zu sein würdest, um unsere Grund zu sein. Herr Cao Cao. Ja. Ja, den Lu Bu, ähm, da wäre ich wirklich weglaufen, das... Ich weiß nicht, wer dieser Lu Bu könnte sein, aber ich weiß auch, dass er kein Spiel für uns wäre. Ja. Aber für Mäster Cao Cao zu nehmen, um ihn zu warnen, muss er sein, muss er wertvoll sein. Wir müssen ihn erinnern. Ja. 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 Das ist massenfeind, ne. Das finde ich geil. das ist typisch ist eines meures gameplay was wir jetzt mal cooles design nicht spielbarer charakter ach so die lebu stimme wird sie haben wir um burgstoff auszüglich brechen zudem können sie benutzen um brücken auf burmauern zu schlagen indem sie x drücken können sie die leiter kleben und die burgen eindringen sie können tore von innerhalb einer burg öffnen nehmen sie den torbalken zerstören und dann oder etwas drücken und halten ja learning by doing erstmal truppen besiegen dann gucken kann ich die belagungstheorie die mir anschauen gucken wie es dann weitergeht aber erstmal besiege ich jeden typen die mucke gefällt mir mehr dreckige tricks so hast du alle platt gemacht in der geschichte der drei reiche nur du an you war zu viel für dich er beobachtet die ramböcke ja klar wir müssen beschützen das ist natürlich klar die ramböcke sind schon direkt beim tor mit dem bogen turm auf burgmauer gammeln so rum es wird die richtung lang und schlacht geil 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 reicht die tür mal wieder zerstören ja auch gar nicht sogar geil 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 wir müssen staunen geraten raus schon klasse oder fangstoß oder nicht da und doch wo ist ein uhr schirm die ganze zeit groß presse ich sehe nicht denn und der eine geile stimme die stimme von jang yi das wäre die typische lumeng stimme die hätte man kriegen muss das hat so gut gepasst jesus hat echt gut gepasst oder was meint ihr so steht die lumengs stimme vor ich hatte was von der alten von db3 von der deutschen 1 josh oh was war das so geiler move es ist nicht die Boxion, ne? nein, der hat jetzt ein eigenes design er ist hinterm tor das heißt wir müssen erst durch oh die haben es überfeuersspiele erstmal ein level up noch vor Quartion sehr nice ich mach gleich da jetzt hoch Mit den Enter-Arken geht's schneller, oder? Na, jetzt macht er Wall-Jumps. Nice. Dann mach ich's halt oldschool. Yeah. Nur ein einziger Wogenschützer auf so'n Turm wie das Batman. Also, was wir jetzt machen müssen, wir müssen erstmal diese Wachhandel und Offiziere trainen. Dann können wir entweder mit nem Rambock rein oder halt mit nem normalen Enter-Arken die Burgenmauer klimmen, ne? Klar. Jeder wie ich will. Mehrer Lösungswege. Oh, das ist ein geiler Move. Das Lustige ist, dieser Musur, aber verbraucht nicht mal Musur. Wie kann das so sein, ne? Oh, oh, jetzt kommt er raus, jetzt kommt er raus, Monka, ist... Ein Aber-Lest. Wie geil! Alle Bewerbungsgeräte, die man so kennt aus den ganzen Nice-World-Time. Sind alle verzehnt. Cool. Eigentlich, das meiste hab ich hier getan. Oh, hier ist noch irgendwo ein Wachhandel. Da, der muss noch weg. Dann geht's zur Ruhexion. Ich kann nicht, dass seine Position verlieren kann. Ich werde mich persönlich an seine Gefahr sehen. Tod. Tod. Kibi Scheng hat zu Längen besiegt, weil es Kibi Scheng. Die ganzen Neuen. Jetzt kommt er. Chen is accepted. Ich werde deinen Ende bringen. Prepare zu sterben. Die Stimme ist cool von Works Young, die gefällt mir. Oh, Spin to Win. Das ist dumm, der hatte gleich Waffe wie Xuxu. Klon-Waffen. Willkommen zu Dice Royals 9. War das nicht gut an dem Spiel, ne? Licht und Schatten. Das ist gut, aber es hätte noch besser sein können, das Spiel. Oh, der geht aber klar. Wenn du hier ordentlich aufgeräumt hast, wenn du allein ist, schaffst du... Komm, ne, die ganze Zeit nur, da kann ich nichts machen. Was soll da machen? Komm und, komm und, komm und. Was ist nicht so gut, Xiong? What the fuck? Wo ist denn der jetzt? Hinter mir! Tod! Easy! Sehr gut. Ich werde deine Fortschritte erinnern. Ich möchte nicht wissen, wie viel Schaden ist. Ich hätte noch mehr Schaden als die Tiger und die Tiger gegen Shane ab. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich verletzt hätte. Diese Eingriffe sind ziemlich braindead, ne? Diese R1-Kreis, R1-Quadrat und so weiter und so fort. Das ist ein braindead angekommen. Damit kannst du wirklich easy aufräumen. Ich kann auch nicht viel dagegen machen. Bei Liu Bates, ich weiß ja nicht, ob die bei anderen Chars auch so aufhaut sind. Ich dachte, dass ich die Schuhe war. Nicht ganz richtig umgesetzt, weil Sun Jian war eigentlich immer mit ihm am Kämpfen und war übel am Struggle, weil Yuan Shui Nachschub eben halt nicht gegeben hat. Hulao Tor ist noch ein weiter Weg, Freunde. Wir gehen. Die Zeit ist gekommen. Boah, dieser Turm, der steht. Erhaben auf einem Berg. Können wir uns natürlich draufstehen und erstmal die Lage beobachten. Wobei, das bringt nichts. Das ist noch so ein weiter Weg. Hier müssen wir lang. Ich gehe den falschen Weg. Hier bin ich nichts verlobten. Moment. Ist auch Shui. Ich glaube, das ist der richtige Weg hier oben. Es wird hier langsam eisig, ne? So wie es bei DW3 zum Beispiel war, beim Hulao Tor. Aufgewachen. Das Dorf hier? Ja. Chen Quinn. Ach, kann doch nichts. Meinen die das Dorf oder das da hinten? Ich glaube, das hier. Das ist natürlich was für Yubei. Unschuldige beschützen. Das macht er natürlich. Geile Mucke. Alter! Wieso verbraucht dieser Musuka... Ah, das kann ich aber nicht die ganze Zeit spammen. Alles klar. Jetzt geht's nicht mehr. Alles klar. Verbraucht aber keinen Musu. Den kannst du nur nicht... ...die ganze Zeit spammen. Wäre auch zu heftig, weil das ist der stärkste Angriff. Kommt mir so vor. Hier müssen wir die Wache haben, der Offiziere besiegen. Die sind überall verstreut. Goddammit. Hier ist einer. Und... Boah, ist das so scheiße. Ich mag das jetzt nicht, diese kleinen einzelnen Gegner alle besiegen zu müssen. Ich sieg eigentlich in der alten Dice Wars Teil auch meistens immer nur die Offiziere. Und die kleinen, die machen dann die Verbündeten kaputt. Aber hier muss ich jetzt wenig jeden Einzelnen singen. Gott damit. Geht nicht an was. Muss man machen. Die schließen sie uns jetzt wahrscheinlich auch an, ne? Die Bauern, das würde Sinn ergeben. So war es ja auch. Ihr Baby schützt die Unschuldigen. Unschuldigen sind inspiriert und folgen ihm. Rüstung des Kriegsrolls. Nehm ich gern mit. Bin ich schon am saven. Was soll ich denn noch machen? Boah, hab ich's leckt. Jesus. Bruder! Du bist ein wahrer Krieger der 3-Klinge. Jack Favio. Guckt aus dem Meme-Face, oder? Alter. Riecht mich erst mal mit Däuschen ab. Ja, der geile Angriff geht wieder. Braindead, 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 Braindead. Was ist das? Das ist so broken. Meine Freunde sind alle tot. Ja, du musst auch sterben. Ja, du musst auch sterben. Tschüss. Ich kann es nicht schneller machen, also ich... ...lebe schon, mein Bestes. Jetzt ist er glücklich auf einmal. Und goodbye. Der Finisher ist stylisch. Aber hier muss immer noch einer besiegt werden. Wo ist der denn? Der ist hier beim Dorf. Und cool. Hey, hast du gerade hier die Bauern angegriffen? Arschgeburt. Dafür wirst du bitter büßen. Wir... ...hier... 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 ...hun... ...hier... Ein einfaches Dank reicht! We... ...hier... 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 fies. Wieso greift er hier die unschuldigen Bauern an? Juhu, ausgerechnet von dir hätte ich sie am wenigsten erwartet. Ah, ich denke, er kriegt jetzt die Pugelzerstörer ab, ja. Out of my way. Direkt tot? Nee, er überlebt es. Er wehrt alles ab. Juhu, was geht? Der Braindead-Move ist aber Instant Death. Der stärker als Musu Araf, das ist das Dumme. Oh, wow. Was kriecht ihr von den Bauern? Den Bauern von Schätzen reden. Da bin ich immer gespannt. Gehen wir mal hin. Ich hab nichts bekommen. Fickt euch, ihr Bauern. Die haben mich getrollt. Ich hab literally nichts bekommen. Nichts. Ich kann das gar nicht glauben, Freunde. Ich hab nichts bekommen. Ach komm. Doch, Erfahrungspunkte. Wow. Alter, guckt euch mal die Quests an. Lubu besiegen. Nix mache ich. Ich besieg doch nicht Lubu. Wenn ich speich... Ah, soll ich es versuchen gegen Lubu? Ich mach mir das Spiel auf leicht. Soll ich es versuchen gegen Lubu? Ich hab gespeichert. Ah, mich reizt es ja schon, ne? Ich bin eigentlich nicht eine Person, die einfach flieht. In manches Spiel habe ich es geschafft, Lubu sofort zu besiegen. In manchen nicht. Wir gucken mal. Erstmal das Lager einnehmen. Soll ich Lubu singen oder nicht, Mann? Soll ich es versuchen? Vielleicht one-hitted er mich ja nicht. Wenn es zu schwer ist, dann kann ich immer noch wegrennen, ne? So sehe ich das. Ja, so machen wir es auch. Das ist halt immer das geilste an Dinosaur, erst wenn ein neues rauskommt. Der Lubu-Fight. Du weißt nur, wie stark er ist. Entweder ist er mega overpowered oder er ist nur stark. Tja, tja, tja. Tja, jubi. Der Schwertig ist mit jeder Bereich, die wir nehmen. Tja! 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 Tja, das ist ja sehr zuversichtlich. Das ist ja nicht der Weg, der wir nehmen. Tja! 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 Jo, was geht bei dir, Mann? Ähm, das habe ich so eingestellt, damit nicht irgendwelche Spammer in den Chat kommen, verstehst du? Das hat schon seinen Sinn, das macht aber jeder Streamer so eigentlich. Also. Sonst einfach follow, spam und dann wieder entfollowen, verstehst du? Das ist das Beste. Das ist auch die Grundeinstellung. Ja, aber grüßt zurück, ne? Grüße aus Oldenburg. Das neue Deinest Warriors, Junge. Frisch aus dem Briefkasten. Vielleicht geht's in den LeBou-Fight. Ah, ich mach's, ich mach's, ich versuch's. Ich versuche es, äh, ich versuchen. Dance, 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 LeBou, bisschen spastisch unterwegs. Angeknabbert? Was hast du angeknabbert, Masamune? Angeknabbert? Oh, der fuck. Oh, bin ich wieder verpeilt? Ja, nix neues. Oh, was für ein Schauspiel, Bruder. Solange du in Ju mich nicht angeknabbert, ne? Kappa-Fight. Ja, Greenscreen ist gar nicht mal so teuer wie es scheint. Megagell. Aber nicht so ein Vereinsverricht, weil du musst mit Lichtverhältnissen das regeln. Das ist echt nicht so einfach. Aber es sieht richtig zeitig aus. Ich mag es auch mit Greenscreen. Es ist halt die Zukunft, sehe ich so. Also auch bei YouTube. Dom Tendo zum Beispiel, das steigt ja jetzt auch immer mehr auf Greenscreen um. Es ist halt die Zukunft. Ich sehe es auch so. Greenscreen ist so wegen der Post. Ja, ja, angeknabbert. Ah, ja, ja, ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, aber was soll die Scheiße, Mann? Warum war da so Riss drinnen? DHL-Kram. Oh, Dio Can ist auch da. Erst Dio Can umbringen und dann Lube umbringen. Ja, ich nutze ja viel Twitch, also. Für mich ist das ganz normal. Ah, ich nutze Twitch eigentlich nur für Hearthstone. Also. Es sind wenige, denen ich folge, die nicht Hearthstone spielen, sagen wir es mal so. Ah, es ist nicht ruhig. Die Ruhe vor den Sturm, Boys. Gleich kommt Lube. Lube. Lube, Lube, Mann. Lube, er kommt. Gehe ich überhaupt in die richtige Richtung? Nein, ich gehe direkt falsch. Ich habe so viel Angst vor Lube, dass mein Gehirn automatisch sagt, nee, sind wir drehen. Aber nicht so fail wie Getting Over It Getting Over It war noch viel schlimmer Da ist wahrscheinlich so eine Waffe drin Die hat so ein Attribut Besiegt Lubu mit einem Heat Habe ich aber auch nicht geholt Don't know the way Forsen Red Sonic Schwerigste Mission im gesamten Spiel Lubu besiegen Das sieht so geil aus hier Oh Feuerpfeile Erstmal die Feuerpfeile ausschalten Weg damit Das ist die Lubu Stimme Masamune macht so recht Diese Lubu Stimme Das aller allerletzte Alter was ist das denn Der redet wie so ein Gentleman Ach komm Sean Coy Ihr seid doch behindert Die haben es nicht mal versucht Sich Mühe zu geben Bei der Lubu Stimme Ja da kommt er Natürlich wieder seine eigene Katze Wie er alle besiegt Mit Lags Die nicht von mir sind Oh ja Jetzt hat Red Hair auch noch eine goldene Rüstung Nice Oh Lubu war irgendwie gelbgeil Hat sich vergolden lassen Moment es gab schon immer ein goldene Lubu Was war immer das alternative Kostüm Was war immer das alternative Kostüm Ich kann ihn sowieso nicht besiegen Wenn die Feuerpfeile da sind Jo Spießen auf Schlagern durch China Mein Gott Ein Problem Weiß nicht ob ich den schon wegkriege Das ist wie eine Katze Das ist das einzige was du sagst Hör Alter auch lieber geklappt Weil er eine schlechte Synchronstimme Boah Das haben die aus Lubu gemacht Please Bitch please Was sagt der Bad Forsen Yes Bad Forsen Was hat Forsen damit zu tun Was Kann ich hier rein Jo Erstmal chill Strategeist Positionen Sie werden nicht minden Wenn wir diesen Geh mal weg von der Front Sonst hast du immer gesagt Legt euch nicht mit Lubu an Jetzt legst du dich selber mit Lubu an Das haut so liebt es Klar Also erstmal Katapult weg machen Also wenn diese ganzen Beratungsräte hier Unwesen treiben Brauchen wir sowieso nicht Gegen Lubu kämpfen Ah da kann ich nicht runter Fächt hier hoch Mit den Endtagen Ja Du Hältst mal die Schnauze hier Kann ich das kaputt machen Egal Selber benutzen Nein Ich kann da hoch Ich kann auf das Katapult hoch Ganz so Ich weiß nicht Ob man das kaputt machen kann Boys Wisst ihr das Fanschau wurde besiegt Schön Ich glaube jetzt kannst du nicht kaputt machen Das Katapult Ja Viel Dann kann ich nur kaputt machen Es ist ja Zeit Es ist ja Zeit Lubu zu besiegen Bist du überhaupt Schönen Die Ich noch nie gehört habe Vom Namen her Die haben immer die größte Fresse Schon geil Moment Hier ist noch einer Ja der hier mit seinen Dolchen Du Stecher Ich habe sowieso Moment ich habe fünf Vitalitätspulver Wo habe ich die denn gefunden Ich habe wieder Heilungen Das ist gut Es wird Zeit Wir müssen gegen Lubu kämpfen Mann Das kann was werden Was Level up Können wir gebrauchen Die Boost Level 100 Ich bin Level 19 Komm her Mit der guten Stimme Ja Die ist richtig geil Die ist richtig super Klasse Können wir nichts besser Das vorstellen Junge Feste Lugu Stimme Ich sehe Geh man Hat Warriors Toys nicht glaube ich mal gemeint Lugu hat eine gute Stimme In dem Spiel Alter Lugu wo bist du Da ist er Bei der Macht von Drake Sky Ich habe die Kraft Ich habe Courage Komm her Mit deiner Stimme Geht zurück ins Spielcasino Smoking anziehen Und zurück ins Spielcasino Gehen Okay Fighten Okay Ist klar Er geht nicht mal vor Pferd Und macht schon so viel Schaden Fuck off Das ist glaube ich wieder ein starker Lugu Das ist wieder ein starker Lugu Freunde God damn Kein Musu Boah Das wird nix Das kann ich euch jetzt schon sagen Fuck Das ist nix Das ist dann wieder ewig her Wo ich gespeiert habe Meinst du ich riskiere jetzt mein Leben Boah Guck mal wie der leuchtet Ey der ist ein dreifacher Super Saiyajin Ne Sorry Der Gentleman soll Gentleman bleiben Ich nehme erstmal dieses Stützpunkt ein Alter Was ist das denn für ein Lugu Fight Vielleicht hat er mega wenig Leben Kann sein Glaube ich aber nicht Aber der macht Schaden Alter Der hat mich nur vom Pferd aus angegriffen Und hat schon so viel gemacht Bitte Das ist so viel Boah Ich freue mich schon auf den Schlag von Xia Pi Den Gentleman umhauen Ne ich bin noch nie drauf gehören Bei DW Nur äh privat Wo ich sehr schwer Da in 2S3 gespielt habe Weil das ist wirklich sau heftig Ich vorher nochmal speichern kann Den probiere ich es Scheiß drauf Wenn ich sterbe Der ist ja gespeichert Ah erstmal dieses Stützpunkt nur einnehmen Oh oh der Gentleman Was haben die mit Lugu gemacht Die sind zum Gentleman weg geworden Sochiaki Mogami ist doch Äh Yuan Chao Lügt doch nicht Lügt doch nicht Muss Level 1 Milliarden sein Das ist eine Chance gegen Lugu Das ist halt Lugu Egal ob Gentleman oder nicht Willkommen ins Spielcasino Hier ist ihr Ihr Bankier Es ist ein Lugu Lugu als Bankier Das ist nur aus dem Spiel geworden Ich denke mir auch besiegen Dass du lauter vor der Burgmauer ausbeschützt Ah das ist der Umweg Der Noob Mode Ja ich weiß nicht Ich will ja Lugu besiegen ne Ich will auch speichern Diese Area 1000 300 Kills Der Paarische Synchro von Masamune Sagt der auch Gentleman Oh Was am Mune wahrscheinlich Weil der immer Englisch redet ne Ach die Kinders Wieso kann ich nicht speichern Kann ich wegrenne vielleicht Ich will das speichern Gott der Net Ich will die Lugu besiegen mal Ich will es versuchen. Waffen wegstecken vielleicht? Ich will unbedingt speichern. Ich versuch's dann. Aber ich will nicht alles normal machen müssen, man. Hat so viel erreicht. Schnellreise ist es nur, glaubt ihr nicht. Ja, ich kann nicht speichern. Ja, viel Spadman. Ich glaube, ich muss hier aus diesem Gebiet raus. Hier müsste ich speichern. Hier geht's. Okay, wir kämpfen gegen Lubu. Lubu fight. Progress. Los geht's. Musu ist auch wieder fast voll. Das ist geil, das ist geil. Los geht's. Mein Lidl Pferd. Er hat das geilste Pferd vom gesamten Spiel. Und ich hab mein Lidl Pferd hier. Okay, wir versuchen hier, die Fronten zu pushen. Und dann mit den Verbündeten Lubu zu besiegen. Das ist vielleicht ganz clever. Also ganz alleine ist halt... In der Geschichte der drei Reichen wurde Lubu ja auch nur besiegt. Mithilfe der Verbündeten. Ja, komm. Boah, Junge. Guck dir mal die scheiß Waffe an von Shaoyuan. Was ist das denn? Wo ist sein Bogen? Habt ihr das gesehen? Boah, wo ist Shaoyuan? Ja, ha, ha, ha. Da. Was ist das denn? Ich wär so gerne wie Tai Chi Sui. Jetzt hat er Keulen, Alter. Er ist Bogenschütze normalerweise. Wie sollt er jetzt Keulen? Er wollte sich einen Keulen und hat es missinterpretiert. Jetzt hat er zwei Keulen ausgepackt. Ziemlich gut. Ziemlich gut. Okay. Ich brauche alle, um diese Bereich zu schützen. Oh, Surprise Attack. Wie die das nicht sehen. Na gut, es ist Nacht, ne? Hulao, Toma, Nacht, ne? Das ist echt was episches. Also, ich möchte echt nicht in den Schleifweg gehen. Das ist mir zu lame. Aber wenn's dir anders geht, also wenn ich mir wirklich nicht schlagen kann, den muss ich mir ja nehmen. Ist ja auch in der Regel so, dass man erst leveln muss, aber come on. Nicht vor vorgestern. I have failed. Wir sind keine... Doch, wir sind noch Gegner. Hat er gegen LuBu gekämpft oder warum hat er gefailed? Oh, da war auch keiner. LuBu war auch allein. Ja, das Lustige ist, die Grafik ist an sich gut. Weil viel auf dem Schlagfeld ist. Weil es eine Open World ist. Es gibt nur diese eine Welt. Das ist halt China. Das Problem ist, die Grafik ist teilweise zu krass sogar. So, dass es zu Lags kommt. Das ist halt nicht gut. Also, da musst du noch ein Patch geben. Die Grafik war ja noch nie so mega awesome bei Dice Warriors. Für aktuellen Standards. Ist halt brandneu, ne? Ist heute rauszukommen, das Spiel. Dafür ist es wirklich nicht so gut. Aber ist okay. Geht ja auch im Spielspaß. Den habe ich. Auf jeden Fall. Wenn es dabei sein müssen, wo ich so einen Berg erklimmen musste. Habe ich nicht geschafft. Ich bin in diesem Berg nicht hochgekommen. Das war schon ziemlich fail. Das war so ein Jump-Run-Passage. Also, man hat hier wirklich versucht, einige innovativen Ideen ans Licht zu bringen. Yuan Shao, Anne Fron. Der Oberbefehlshaber. Als ob... In der Stirb haben wir verloren. What the fuck? Ja, komm. Scheiß drauf. Ihr wollt's auch. Lubu. Los geht's. Musu ist voll. Es geht los. Der Lubu-Fight. Aufs Neue. Ich kann eh nicht. Moment, 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 Moment. Ich will jetzt hier die Lebensleiste ausnahmsweise machen. Ich bin kein Fan davon. Für Lubu muss ich's haben. Wo steht das? Anzeige? Ja. In Mu Level 12, trotz der Overpowered. Ja, natürlich. Den Braindead muss einfach spammen. Haha. Piss mich nicht. Fang mich doch, du Eierloch. Oh, jetzt war ich das selber aus. Arschloch. Ja, wo ist Sunjian? Stimmt, wo sind sie alle? Der hat nicht mal die Hälfte weg, ne? Das kann man sehr. Zu linkenvoll mutig an Front. Level 23, by the way. Jesus. Er ist aber sehr defensiv gerade. Also nur mit Blocken gewinnen, die Bude. Ich krieg den easy down, alter. Der ist ja nur am Blocken. Die Feuerpfeile stören ihn auch. Guck mal, die Feuerpfeile kommen direkt aufs Hulau-Tor. Auf den Pferd war der gefährlich. Easy, Freunde. Easy. Der ist auf leicht, ne? Ist auf leicht. Im Elf. Wenn ich das irgendwann Let's Player, dann ist es natürlich auf schwer oder auf Chaos. Aber, jo. Omega-Lul, ne? Da war das. Ich kann diese Gesundheit anzeigen. Ich hab, als ob die im alten China-Haus so einen Balken beim Kopf haben. Jetzt kann ich hier natürlich den Weg nehmen, aber jetzt gehe ich den anderen Weg auch noch. Würde ich das hier auch zeigen. Ah, das war Fail, Mann. Ich hab's mir episch davor gestellt. Das ist wieder so ein Little-Lubu. Ich sag mal so, in Dice-Royce 3, selbst wenn man auch leicht spielt, ist bei der Lubu mega stark, ne? Der hat ja nur geblockt am Ende. Hab ich das Spiel gebackt vielleicht? Weil ich mich einmal zurückgezogen hab. Weil seitdem ich mich zurückgezogen habe, war der Lubu so defensiv. Ah, Metin 2 ist ja, das ist ja, Metin, das ist so Dice-Royce 3. Muss mal googlen, Dice-Royce 3. Das ist wie Metin. Das war mein Ex-Fort, der hat immer gesagt, Dice-Royce sieht aus wie Metin. Wie sagt das jeder? So dumm. Aber Metin, auch will ich so viel Hack-and-Slay? Warte, das Spiel nicht viel Hack-and-Slay ist, also wie Skyrim. Das heißt Royce, du hast eingeschaltet, wo nur Klapperei ist. Aber es ist mehr wie Skyrim, du hast hier Open World, ne? Mit Reisepunkte und alles. Skyrim und Oblivion, mit Nebenquests und alles. Du musst schon schleichen, Tiger umbringen und alles mögliche. Was mussten wir schon alles machen? Angeln muss ich immer noch, ich weiß immer noch nicht, wo ich die Angel herkriege. Da gibt es sehr viele Nebenquests. Das ist halt Open World jetzt, ne? Aber das ist halt so eine Mission. Das ist halt Schlacht am Ular-O-Thor ist. Mach ich jetzt schon, weiß weiß ich wie lang. Zieht sich. Zieht sich. Ja, ja, ne? Wenn ich mit, äh, Zau-Zau verliere, trinke ich nie wieder Kakao, ne? Just saying. Und wer hat wieder Kakao getrunken? Will keinen Namen nennen, hier. Alter, Masamude. Hätte ich die Pappschachtel noch, hätte ich mir jetzt eine Angel gebaut. Die Tendula, wo ist so scheiße? Ich hätte ja auch eine Kastenfalle stellen können, oder eine mittelgroße Falle. Naja, lass mal den Spaß. Wow, der Weg ist mir erleuchtet. Welch eine Ehre. Boah, das sieht nachts bestimmt gut aus, aber jetzt ist schon wieder Sonnenaufgang. Äh, Kakao-Kaffee war immer episch, ne? In diesen Automaten in der Schule damals. Dieser, ja, war es nur Puga-Kakao, oder war es mit Kaffee dabei? Das war auf jeden Fall geil. Den hab ich auch gern getrunken. Man, ich vermisse diesen Kaffeeautomaten. Ich würde echt, literally, jeden Tag 50 Cent dafür ausgeben, wenn er hier stände. Gibt's in der Uni nicht. Die sind Uni-Mensa-Kaffee ganz vergessen, Alter. Und, ähm, den aus der Maschine, den kannst du auch vergessen. Im Vergleich zu dem damals in der Schule. Ey, da war echt das Geld immer wert. Oh, da hab ich nen Pfeil liegen lassen. Ist das ein Brandpfeil? Mann, steckt doch die Waffen weg. Jetzt packt er die Waffen wieder raus. Giftpfeil war's. Solange ich meine Waffen nicht auspacke, ne? Papa Pride. Schnauze, Longshore ist verloren. Dein Stärkspire ist bereits besiegt. Der Dong-Ju-Fight. Ei, 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 ei. Mal gucken. Ah, wir haben Lu-Boo-Sicht, Mann. Das wird jetzt nichts mehr. Wir sind da. Freunde, man muss fairerweise sagen, wir sind overleveled. Ich hab alle Nebenquests gemacht, die ich gefunden hab. Und es hat immer massig Erfahrungspunkte gegeben. Ich hab viele Sachen erkundet. Ich hab das eingetragen. Die Karte hat auch Erfahrungspunkte gegeben. Man soll hier Level 12 sein. Wir waren 7 Level über Lu-Boo. Das ist insane. War nur Kakao mit Wasser. Der Batzen, Alter. Fuck off. Was war nochmal mit dem Batzen? Mark hat den uns immer irgendwie... Wenn ich auf den Tisch gepennt hab, hat Mark mir immer den Batzen vor der Nase gehalten oder so, ne? Wie war das nochmal mit dem Batzen? Da war doch was. Ich hab schon wieder alles vergessen, halt. Mein Gedächtnis ist wie ein Sieb, was sowas betrifft. Schade eigentlich. Erinnerungen sind da eigentlich ewig, Mann. Das ist ziemlich tiefgründig, aber leider war... Ich kann nicht drüber philosophieren. Erinnerungen muss man auffrischten, sonst vergehen sie. Bin ich hier überhaupt richtig? Nein. Ich bin im Vorgarten. Ich will jetzt hier nicht den Gärtner spielen für Dong Zhuo. Was soll ich denn im Vorgarten? Easy. Der Gärtner treibt hier sehr ungewösen. Ich bin mal gespannt, ob Dong Zhuo jetzt auch Lu Yang anzündet, weil so war es ja geschichtlich. Dass Dong Zhuo ehemals... ...geflohen ist und die Stadt angezündet hat. Lu Yang wurde in Brand gesetzt. Das ist Lu Yang. Wir brauchen mal einen Rambog. Wir haben keinen. Doch, da ist er. Okay. Kann ich nicht einfach mit einen Endhaken rein? Ah, guck mal, machen wir es mit Rambog. Wir haben den noch nicht benutzt. Jetzt wird er benutzt. Ach so, da habe ich den Titel gemacht. Ich dachte, ich dachte, ich habe es erst später gemacht. Natürlich lasse ich den Batzen stehen. Sonst muss ich mich zum Müll einmal bewegen. Weiß ich faul, ich bin, Mann. Habe ich den nicht sogar teilweise rausgeholt mit dem Taschentuch, diesen Batzen? Alter. Das war echt ein Schwein. Hey, der lebt noch. What? Was ist das denn für einer? Ist halt doof, dass man den Namen nicht sieht, ne? Ah, der Rambog, äh, ist eigentlich in Schwierigkeiten. Ich glaube, der wird. Warum greife ich auch aus diesem Winkel an? Wenn ich vielleicht hier hätte angreifen können. Whatever. Tag und Nacht, ne? Ist mega realistisch. Jetzt hier schon zwei Tage, glaube ich, beim Mulau-Thor. In-game. Lautstes Lied. Was ist denn das lautste Lied gewesen? What the fuck? Ich weiß es gar nicht mehr. Weil ich eh nie aktiv war. Ich war eh nur immer am Pen. Schlafend das Abitur gemacht, kann man sagen. Ich muss es echt resümieren. Das Abitur, also wer Abitur machen muss, äh, ganz ehrlich. Da braucht ihr keine Angst zu haben, also. Die Biologie war ein bisschen knifflig, aber der Rest war eigentlich easy. Bei mir zumindest. Ohne viel Lernen geschafft. Das ist ein Offizier, was macht der denn hier? Na scheiß drauf, wer diskutiert hat mit der Rambock. Juhl Schau, wieder an der Front. Der stirbt, haben wir verloren. Dann alles nochmal verfahren. Bitte nicht. 100 Gold. Ey, wir können uns jetzt ein Haus kaufen. Geil. 30.000. Leute, du weißt ganz genau, welche Ex-Freundin. Das ist schon ewig her. Da hast du mich nur angerufen, Junge. Du weißt ganz genau, welche Ex-Freundin. Kennst du doch. Beziehungsweise nicht im Real Life, aber ich hab dir vor erzählt, Junge. So, ja, ich kann da natürlich hoch, aber komm, wir machen es jetzt mal. Wir machen es jetzt. Ja, die, genau. Wir machen es jetzt mal nach Mars. Also, so gehört sich das. Rambock. All units march. March Simpson oder was. Ja, ich lass mich fahren, wie ein Kind. Sklaven. Jetzt mach ich die Augen zu mir, ich bin auf einmal wieder runter vor Rambock. Wollte grad sagen, Sklaven. Schieb mich, genau. Ich lass sie für mich arbeiten. So, wie kann man das jetzt mal mit Rambock? Geht das automatisch? Ah, die machen das. Kaboms. Hau. Ruck. Boah, wie die sich da reinbohrt. Hau. Ruck. Eure Wetten in den Kommentaren. Wie viel Hiebe braucht das Tor? Das waren drei. Drei. Ich sag zehn. Vier. Und. Was? Haben die versagt? Die versagt. Fünf. Das sind zehn Hiebe bestimmt. Mann, bin ich gut. Ich wusste es. Sechs. Ja, was meint ihr? Neun. War das sieben? Ich hab' gar nicht mehr mitgezählt. Acht. Neun. Jetzt kommen die neun. Nummer neun. Wenn es jetzt aufgeht, ne? Nix zu machen. Jetzt zehn ist offen. Pass auf. Mehr als zehn Dance Game. Das ist mir ein bisschen zu langsam. Boah, wie lang dauert das? Ey, das ist... Das ist mir zu blöd. Macht ihr mal weiter. Aber hier ist ein Offizier. Der muss weg. Dann geh' ich halt mit Endhaken rein. Das ist mir zu lang. Oh, es waren so zwei, drei zu lang. Viel zu viel für meinen Geschmack. Ich hätt's sehen gemacht als Entwickler. Das sind die mächtigen Tore von Louis Young. Das passt schon. Katapulten in der Burg. Jetzt komm' ich wahrscheinlich zu dieser Kiste, die ich damals nicht erreichen konnte, wo ich die Stadt besichtigt hatte. Oh, oh. Da müssen wir rein, da müssen wir rein, da müssen wir hin. Das ist, glaub' ich, mega selten. Komm, 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 komm. Gut für die Welt. Ja, Dong-Ju, der verschanzt sich wieder hinter Milliarden Toren. Wie man's von ihm kennt. Klar. Hier müssen wir rein. Bitte lass's offen sein. Bitte lass's Tor offen sein. Es ist zu. Goddammit. Drecksverein. Ich weiß nicht, was man tun muss, um das hier zu öffnen. Wahrscheinlich, wenn Dong-Ju Lu-Yang abfackelt, ist das offen. Und dann krieg' ich das Item da drinnen. Ist echt ein bisschen tricky. Na gut. Da setzt Lu-Yang nicht in Brand. Ist nicht ganz wichtig. In Dainst-Store S8 haben sie es so gemacht, dass das in Brand setzt. In vier auch. Hier nicht. We shall defend this position. Do not allow a single enemy. Capturing that base will weaken the enemy greatly. All units, march. Alles klar, lass uns den Boss slayen. Ah, doch, da brennt's ein bisschen. Oder was? Ne. Doch nicht. Oh, noch ein Tor. Resident Sleeper. Mensch, Dong-Ju. Schließ dich halt 100 Mal ein. Li-Ju-Yang ist hier. Ganz wichtiger Offizier. Der wird später wichtig, wenn Dong-Ju tot ist. Wieso hat der hier einen Zauberstab? Das ist doch wieder Mist. Wieso hat Li-Ju... Ne, das ist nicht Li-Ju-Yang. Das sind irgendwelche anderen. Li-Ju-Yang hatte ja eben einen Helm auf. Das ist eine irgendwelche Strategie. Li-Ru vielleicht. Das kann Li-Ju-Yang sein. Alles klar. Also, wie komme ich jetzt hier rein? Kann ich einfach auch hier den Endhaken verwenden? Braucht ihr Rambock nicht. Ja. Bin ich zwar alleine, aber... Brauche ich mir zu. Ich meine, wir haben Li-Ju jetzt gesiegt. Sind mega overleveled. Oder soll ich gegen die jetzt verkacken? Ja, Burg in der Burg. Kennst du von mir, ne? Und in der Burg ist noch eine Burg. Und die Burg hat noch eine Burg. Und da ist Dong-Ju. Ich weiß auch nicht. Das ist echt immer so. Also, Yuan-Chao. Zau-Chao, die kämpfen sau oft an der Front. Sun-Jian. Yubei auch. Wie, ja, für. Dong-Ju. Der lebt hinter Schloss und Riegel. Vergewaltigt irgendwie Dio-Chan und so. Apropos Dio-Chan. Die haben wir gar nicht gesehen, ne? Die hab ich verpasst. Bam. Du wirst niemals erreichen den Imperial Palace. Der Fluch erstmal ein paar Kilometer. Ey, Masamune. Ich glaube, die kommt mit diesem Kampfsystem gut zurecht. Kann sein, dass es so ähnlich ist wie Sengoku wa Sara, by the way. Ich glaube, das gefällt dir, das Kampfsystem. Kann sein. Das war Lucy. Hier ist tatsächlich nur eine Burg. Inne Burg ist noch eine Burg. Hier ist noch eine Burg. Krass gemacht. Geil, geil, geil. Hier ist das. Wo wir schon mal waren. Und das Lustige ist, wir sind jetzt in ne Burg, in ne Burg, in ne Burg und vielleicht kommt noch ne Burg und da ist Dong-Ju. Tatsächlich. Das Wasser sieht echt scheiße aus, man. Noch nie so ein schlechtes Wasser gesehen. DW-6 hat uns besser aussehen lassen. Eine Konsolengeneration vorher, by the way. Nice. Noch gut bewacht, hätte ich nicht gedacht, also wenn ich Don Ju gewesen wäre, hätte ich das zu lauter noch heftiger bewacht, auch wenn die Bula schon steht. Trotzdem. Das machen die hier, die chillen ja genauso hier wie Don Ju selber. Das ist zu spät. Die haben keine Chancen mehr gegen die Allianz. Komm, was übrig geblieben jetzt. Rettungshauptmann, was willst du nur retten, wenn nichts mehr zu retten ist? Biss wohl nicht mehr zu retten. Oh, ein Finisher. Oh, Musuwein, nice. Lass mal Musuma an und dann den Scheiß einsammeln. Ich zauere an, dann LiDre Besicht. Wobei LiDre? Hätte ich gern besicht. Nein, wir haben hier einen Kussi besicht. Das müssen wir ja eh irgendwann machen, ne? Wenn man einen Kaiser beschützen muss. Im Rahmen der Way-Story. Okay. Da musst du ja gegen LiDre und Kussi kämpfen. Mann, was ist das denn hier? Hau Meng. Das ist nicht einer von Johann Schaus, Leute. Was machst du denn hier? Geflügelte Schuhe ist erstmal gefunden. Erhöhe die Geschwindigkeit für 30. Alter, in ne Burg, noch ne Burg. Jetzt kommt noch ne Burg. Also das setzt echt den Fass noch ein extra Deckel auf. Guckt es euch an. Hier wie im Super Mario 64 die Treppe. Ewig. Und hier ist eigentlich Final Boss. Erstmal mal ein Braindead-Move. Vielleicht stirbt er davon schon. Out of my way. Boah, er lebt immer noch. Geht sehr gut, Dongzhu. Vielleicht nicht mehr, ne? Ja, muss ich sagen, Dongzhu gefällt mir vom Design. Nur die Waffe halt, ne? Wir können ihn finishen. Ja, was heißt Tod? Na, er zieht sich zurück. Ist schon richtig, was er sagt. Funk-Jubel. Wo ist hier das Loot? Ich find's nicht. Wo ist die Box? Wo ist die Box? Schnell, 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 schnell. So lange wie ich noch Zeit hab. Vielleicht können wir bestimmt wieder eine Cut ziehen. Yeah, allheilmittel. Krieg ich die Box auch noch? Nein, krieg ich nicht. Jetzt fackelt er es ab. Okay. Okay. Ohohohohohhoh! So Dongzhuo ist endlich gespötet? Nein. Ich bin froh, dass wir nicht geschafft haben, seine Leben zu enden. Was? Dann warum bist du hier? Wir sind hier, um zu informieren, dass Dong Zhuo aus dem Westen von Luo-Yung fuhr. Beste Cola. Machst du die nicht auch? Irgendwie mag die jeder. Hier im Chat auch. Die ist mir im Stream hochgegangen, die Dr. Pepper. Da kamen die Omega-Lulz. Wir werden ihn nicht beurteilen. Unsere Forzen haben zu viel Schmerz genommen. Wir müssen uns regroupen. Aber wenn wir Dong Zhuo Zeit geben, um seine eigenen Räume zu reformieren, wird es eher schwierig, ihn zu schlagen. Silence! Wer bist du, der du, der du, der, der mir, was zu tun hast? Du bist ein mereer Volunteer! Boah, die Stimme! Also... Der Jonschau-Synchron-Spray ist gut. Wir werden uns regroupen von Luo-Yung und arbeiten auf einem neuen Plan, um gegen Dong Zhuo zu schlagen. Das ist mein Decree, als Kommanderer dieser Armee! Sende die Message zu allen Forzen! Tell ihnen, um die Präparationen zu retreiten! Der ist richtig gut! Der neue Jack Faye und der Jonschau ist ein Megascheiß, aber der Jonschau geht klar. Lubu ist absoluter Scheiß. Alter... Hat Warriors nicht gesagt, der Lubu hat ne gute Stimme? Ey, den knöpfen wir auch noch vor. Gentleman-Lubu. Komm nicht drüber weg. Ah, jetzt kommt der Gentleman wieder. Kann ich nicht ernst nehmen. Ah, verdammtes Luder! Ich weiß nicht. Jetzt rastet er aus. Hat eh keine Chance. One-Hit! Naja. Wollt! Ah! Ah! Ach! Ah! Das ist ein guter Ort für diese Schweine. Von jetzt auf, ich gehe den Weg, den ich wähle. Ich kann den Lubu nicht so ernst nehmen mit der Stimme. Früher ist er, ich bin Lubu, der mächtigste Krieger. Und jetzt, ich bin der Gentleman, ich bin Lubu, ha! Niemand kann mir was anhaben. Ich bin Lubu, der Gentleman. Er wurde von Lubu gebetet, aber es ist noch kein Zeichen der Veränderung in den Leben der Menschen. Die Han-Kurte bleibt ein Lied von Iniquität, die von den Hunger haben. Für die Macht. Niemand davon wird in der höchsten. Du Schwein. Wie Vitas, ne? Das ist ein Lied von Vitas. Ah, du Schwein! Blast es alles! Wie viele schlechte Leute müssen wir uns vor, bevor diese Lande wird besser? Die Probleme, die diese Lande sind so sehr tief. Also, was müssen wir jetzt machen? Die Koalition-Armee ist verabschiedet. Wir müssen uns selbst nach dem Kapitel gehen? Nein, das wäre nicht wahr. Wir müssen uns nach dem Kapitel, ohne irgendwelche Beispiele zu haben, unser Bruder wäre ein Traitor. Jetzt ist die Stunde der Vorbereinung. Der Tag wird sicherlich kommen, wenn unsere Kraft wird notwendig. Ich weiß, dass es ein sehr viel von euch fragt. Aber du musst jetzt warten. Und wo er dann letztendlich hier. So, der Fahrplan. Aber es gibt keine Zeit, dass wir uns entsprechen. Du machst nur was du musst. Wahrscheinlich ist es unsere Aufgabe, als deine Schmerzenbrüder, um dich zu unterstützen. Wenn du uns fragst, dann werden wir so lange, wie es notwendig ist. So lange, wie es notwendig ist. Ich kann nur hoffen, dass die Leute nicht zu lange zu lange zu arbeiten müssen. Okay. Aber jetzt kann ich mir noch den Loot holen. Hoffe ich doch. Level 20, ey. Cool. Cool. Das kaiserliche Siegel kommt jetzt. Das war eigentlich ein Sunjianen-Quest. Der Glatzkopf. Man kann über die Synchro sagen, was man will. Es wird niemals schlimmer als die japanische Dian Way Synchro. So, komm jetzt. Jetzt steht gleich. Sie können jetzt als Lemus spielen. Bitte. Let's go. Der Gentleman ist freigespielt. Ich kann ja nicht in der Schuh-Story benutzen. Da hat ja schon einer von euch geschrien. Ciao. Mann, ich will Meng-Hur. Ich will Meng-Hur unbedingt der Arm, Mann. Das sind immer je Meng-Hur. Die fehlen noch. Shibu Jin. Was hat der denn jetzt? Noch ein Tai-Shi-Shi-Klon. Ey, fick dich, Koi. Lee-Din. 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 Du hast... Aus... Gedient. Ah. Da hast du es, Masamu, ne? Gucken wir an. Chang-He 2.0. Boah, so viele neue Charaktere. Aber keine Wu-Charaktere neu bekommen, ne? Und keine Schuh-Charaktere auf eure Schuh-Story spielen. What? In der Schuh-Story schalten wir hier ganz ein Way-Charaktere frei. Sinn. Chang-He 2.0. Du sagst es. Oh, das gibt es wieder Katschi. Mal gucken. Led by the noble Yuan Shao, the anti-Dongzhuo coalition succeeded in defeating Dongzhuo's forces. They soon disperse, with each Lord returning to his own lands. Dongzhuo, who had fled to Shan'un, is soon killed by the betrayal of Lu Bu. As the chaos of the land peaks, each of the Lords begin to make his move. The first to show their hands are Yuan Shao and Yuan Shu. The forces of the two become embroiled in a vicious battle with each other. The other Lords soon take sides, as the land is split into two thousand years. However, though they had chosen sides in this battle, they still had their own desires and agendas. Each soon began to make plans to fulfill those desires. Master Liu Bei and your sworn brothers. I'm so grateful to you for coming here in our time of need. I've heard many tales of your courage. I've heard many tales of your courage. and benevolence. I've asked you here to help me defend Shu province. Cao Cao of Yuan province has grown stronger and now threatens us in Shu province. I am old and am no longer confident. I have the strength to keep this land safe. It's a honor to be called upon by one so noble as yourself, Master Tao Qian. I fear that I am unworthy of your praise. But we will certainly do what we can to ensure the safety of Shu province. Oooooh. Sunfire provincial governor. Looks like our brother is getting famous. Don't worry. We will deal with Cao Cao for you. Yes. Our blades will strike down any who threaten the peace of Shu province and make the benevolence of our brother known throughout the land. If we can keep on helping those who need our aid, then peace is sure to come sooner or later. Yes. Masamune, but Cao Qian saw früher always like an Opa. Look at the artworks of Romans of Free Kingdoms. It's actually always like an Opa. It's true. It's true. It's true. It's true. But it's true. But it's true. It's true. It's true. It's true. Liu Yan. Liu Yan. We must begin by bringing peace to Shu province. Master Liu Bei. It seems Cao Cao has begun to move his troops towards this castle. They say that his army leaves not a blade of grass standing in its wake. It is a terrifying thought. It is strange. It is true that Master Cao Cao's army fought with unusual ferocity and mercilessness in the previous battle. But the man I knew was not prone to such senseless violence. I know what has driven him to these acts. His father, Master Cao Song, was killed by one of my men in Shu province. He? So as far as Cao Cao is concerned, killing you would avenge his father. But I did not order his father's death. Some of my soldiers did it of their own accord. Out of their own desire for his treasure. No. There was Rich. There was a lot of power with Reichtum. So they ended up giving the enemy a reason to attack. There is no way the enemy will buy that it was just a bunch of renegades who killed him. The crime of the murder of Master Cao Song is one that cannot be easily forgiven. But to torture and kill blameless citizens by way of revenge is a worse crime still. Indeed. Whatever reason he may have for his actions. To lose sight of honor and threaten the peace of the land is unforgivable. He must be stopped. Yeah. We are not going to lose to the likes of Cao Cao. You are my only hope. Please. I am relying on you. Ugh. Du Scheiße. Guck mal wo wir sind. Ach du Scheiße. Mitten im Nirgendwo. Oh mein Gott. Ich würde sagen ich mache ein paar Quests. Und dann liegt es an euch. Wollt ihr jetzt nochmal zurücklaufen und quasi die Bereiche aufdecke. Oder wollt ihr jetzt die Hauptquests durchrushen. Aber das ist doch doof. Jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen erkunden. Wir haben jetzt die ganze Zeit Action gehabt, Freunde. Die ganze Zeit. Jetzt müssen wir jetzt mal wieder Zeit für Nebenquests. Der Typ war auch zwei Meter groß. Guan Yu war mega groß. Heißt nicht umsonst Kriegsgott. Ähm. Wie lange stream ich eigentlich jetzt? Sieben Stunden. Oh, oh, oh. Okay. Anderthalb Stunden. Muss ich einmal kurz zehn Minuten pausieren. Gehts weiter. Anderthalb Stunden haben wir noch. Also. Eigentlich wäre es cool wenn einer Bescheid sagt. Ah. Ich habe hier eine Uhr. Anderthalb Stunden. Moment. Das wäre halb. Halb vier. Alter als ob. Dann könnte ich auch den Stream beenden eigentlich um halb vier. Na gut. Da habe ich neun Stunden. Pass auf. Ich beende den Stream da um vier Uhr. Also bis vier Uhr stream ich dann. Also zwei Stunden noch. Gucken was wir da noch schaffen. Oh Gott. Wir haben gerade zwei Schlachten gemacht. Aufstand der gelben Tourbahne und Hulao Tor. Boah. Ja 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 ja. Ist das Spiel lang. Erstmal die ganzen Nebenquests annehmen. Ich möchte euch etwas mit dem Spione besiegen. Aha. Okay. Erstmal alles annehmen. Gib mir die ganzen Quests. Gib mir die ganzen Quests. Gib mir die ganzen Quests. Bist du einfach einen Moment? Ein Händler betet mich um eine Mission? voll reingepackt die vertreiben noch mehr quests der nächste bitte der will wer hat noch nicht weindieb sind wir hier überhaupt lieben oder was ich hab sie auch diese brüder zum einschlafen die action ist so abwechslungsreich ist es jetzt aber wieder mit normalen missionen zu sammeln wir haben noch so viele davon gefunden ich glaube das können wir direkt lösen ich glaube das können wir abgeben das quest ist aktiv in den süßen wurzel blubb süß wurzel hier sind die krebs ups süß wurzel sammeln drei stück will dann wohl ich hab 23 was willst du eigentlich was willst du eigentlich where are you at rips schlaf meinst du mich wieso ich kann noch lange schlafen hab ich gesagt morgen mach ich nichts bei der uni ich weiß ich mein schlafrhythmus war die ganze zeit bei 2 uhr halb 2 aber es ist mir egal es ist neu das spiel der hype ist real es macht echt spaß es ist komisch es sei es war ja sowas macht spaß ist ja die hauptsache ne so wollen wir uns die quests mal anschauen also wie gesagt sagt mir ne ich mach die quests und dann erkunde ich das würde ich sagen oder was meint ihr bisschen nie erkunden das war so ein weg kam ist ja hier ist wieder was dunkel ich möchte so einen erleuchteten bereich haben well let's check it out ach ja du hast ja schuhe auch man du meinst dich selbst ne da kann ich dir jetzt einen tipp geben entweder schläfst gar nicht oder du gehst jetzt schlafen weil es zwingt ja den stream zu gucken aber ich freue mich wenn du dabei bleibst ist klar ne also wollen wir jetzt hier die nebenquests an die bauern denken das können wir zuerst machen ja machen wir das zuerst das scheint mir am wichtigsten zu sein ja wollen wir aussuchen ach wir sind direkt da wie schön wie schön wie schön sie sagten das Haus ist menschlich er schlägt weder schlägt ich höre die Seele sind mit den Körpern seiner das wird uns bald ja die wir das hat wenn In dem Kastel. Jemand drei Tage durchgemacht. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm, ey. Klar, einen Tag kann man mal machen, aber ich kann das gar nicht mehr. Ich bin irgendwie verweicht. Ich bin kein richtiger Gamer mehr. Masamune, meinst du? Masamune macht eh durch, wahrscheinlich. Boah, zumindest bis vier. Ja, dem, er geht's dann wie mir. Ja, Masamune, sag mal, was du in den Pausen machst. Das ist ja das Witzige. Schreib ihm mal, was du in den Pausen gerne machst, Masamune. Schlafen, so ist es nämlich. Der macht das genauso wie ihr hier. Es gibt noch so einen Verrückten, Mann. Nur er hat keinen Mark in der Klasse. Shoutout an Mark. Alter, was war das für ein Leck? Sound. Bitch, please. Sauren, Bitzwing. Monka S. Ach so, das ist die Hauptquest, ne? Ja. Yujin in Shaopai bezwingen. Oh, shit. Yujin greift an. Fuck. Hey, hey, hey. Es ist hart, es ist hart. Es ist stressig. Es ist auch sowieso ein anderer Gegner, ne? Oh, ist aber hier. Ja, aber ohne Schlaf, Alter. Ich kann gar nichts ohne Schlaf. Boah, alles legendäre Materialien. PogChamp. Ich weiß nicht, ich habe mich echt verändert, Mann. Ich brauche den Schlaf, aber Amaz hat mal einen guten Tweet gemacht. Amaz ist so ein Half-Stone-Streamer. Ähm. Ah, ich hoffe, ich kann den noch richtig zitieren. Sleep is important for every content creator. No matter if Twitch-Streamer or YouTube. Das ist so true, was er sagt. Und ich glaube, deswegen schlafe ich so viel, weil ich ehmals jeden Tag diesen Content rausbringe. Oder halt eventuell mal streame. Da ist halt wirklich was dran. Du musst halt wach sein. Das kannst du nicht so unterhaltsam sein. Also ich zumindest nicht. Es geht vielen so. Ich fühle mich auch ein bisschen müde aktuell, aber... Ganz ehrlich. Einfach Dr. Pepper gleich nochmal reinhauen. Lol. Wie meine Ex-Freunde Omega-Lul. Auf einmal, zack. Haben wir so einen anderen. Ja, es ist bei Fernbeziehungen so, Junge. So ist das. Fernbeziehungen sind das. Das sind böse. Kann ich keinen empfehlen. Mein Bruder hat ja jetzt auch so eine Fernbeziehung. Das... Ich will hier nichts sagen, ne? Ich sage mir auch nichts. Aber ich glaube... Es geht ein bisschen gut, aber irgendwann auch nicht mehr. Fall echt so eine Scheiße, man. Fernbeziehung bin ich kein Fan davon. Ich kann es vergessen, Alter. Yujin. Naja, komm, wir haben schon eine Gubu gesiegt. Hat der wieder sein cooles Speer? Ich glaube, er hat es. Er hat seine Waffe behalten. Nice. Oh, die haben es doch Ramburg. Wo ist denn, Yujin? Hier. Haut ab. Doch, der hat seine Waffe behalten. Ich kann auch keinen Spielkreisgrad hochdrehen. Auf normal. Ja, machen wir. Ich kann die Schwierigkeitsgrad auf den normalen hochdrehen. Der macht keinen Schaden. Ist zu lame. So spielt man Dice the Warriors, ne? Immer ein bisschen steigern mit den Schwierigkeitsgrad. Und wenn der Tying war maximal gelevelt, ist, dann wird es auf Chaos gespielt. Hey! Du schaffst sie ab, Bruder! Oh, was ein Show, Bruder! Ja, Fernbeziehung ist nur so. Daher kennen wir alle mittlerweile. Kann ich auch keinen empfehlen, weil irgendwie ist es halt dann doch zu wenig, wenn man sich nur am Wochenende sieht und in der Woche, was weiß ich, was hier alles treiben. Entweder gehen sie in den Disco oder lernen so in der Uni oder sonst wo bei Arbeit irgendwen kennen und dann eskaliert. Das war die sieben mal öfter und dann kommt der Freund oder Freundin nur am Wochenende und dann kann halt nichts sein. Fernbeziehung ist Scraps. Zum Scheiter verurteilt. Hab ich jetzt kurz zusammengefasst. Kurz und schnell. Rap-Gott, ich weiß. Lol. Spiderschwein. Bin die Wall hochgelaufen. Cool, kriege ich einen Wegpunkt? Hier würde ich mich gerne hinwarpen können. Das kann ich wahrscheinlich ohnehin, ne? Ich glaube schon. Na du? Waffen. Was gibt's denn eigentlich? Wir wollen ja schon eine Liu Bei-Waffe, ne? Bevorzugt. Ach, die haben wir aber. Kann ich ja für andere Charaktere Waffen herstellen. Ach, die kosten nur Materialien. Ich weiß aber nicht. Hier, das wäre die Sima-Yi-Waffe. Jo, Masamuno, hast recht. Ist die alte Sima-Yi-Waffe. Okay. Wir können uns jetzt auch mal ein eiligem Haus kaufen, ne? Das mache ich, nachdem ich die Quests erledigt habe. Keine Angst. So, ich kann... Ich kann Waffen fertigen. Ich kann es aber auch so kaufen. Für Geld, glaube ich. Okay. Aha. Das ist die Ex-Waffe von Liu Bei. Noch nicht. So, Kumbo-Juwel. Dass der Angriff verstärkt, alles klar. Noch nicht, Freunde. Ich glaube, es gibt später noch bessere Ex-Waffe. Und ich lasse es erst mal. Ich finde mich gerade stark genug, weil ich eben halt die Quests regelmäßig absolviere. Ich finde mich stark genug. Was ist das für ein Dude? Können wir diese Sachen herstellen? Laubfutter, noch nie gefunden. Doch, im Besitz 1. Weiß zwar nicht, wo ich es gefunden habe, aber ich habe es gefunden. Ja, juckt mich nicht. Wir wollen ja auch Geld fürs Haus haben. Oh, wir haben sogar 38.000 schon. Das ist gut. Schauen wir uns mal an, was wir machen müssen. Ach, Sauren beziehungsweise nur ein Nebenquest. Geil. Schlag vor einer Provinz Xuxu ist da ganz, ganz genau. Boah, was das hier alles gibt, Freunde. Alter, Alter. Das kann dauern. Oh, oh. Hat das noch alles hinkriegen? Das würde ich noch ganz gerne schaffen hier. Diese, diese ganze, diesen ganzen Themenkomplex. Aber in dem Spiel vergeht echt heftig die Zeit. Oh, ein Turm. Turm, 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 turm. Na, komm, besiegen wir die Typen erstmal. Dann kann ich immer noch zum Turm lehren. Die gehen mir auf den Sack. Die müssen weg. Denn sie sind der letzte Trick. Boah, was ist das denn für mich? Schon geil, ne? New Baystream übrigens, ne? 90 Stunden New Bayon only. Aber ich muss sagen, macht Spaß. Viele Pfeile finden wir hier. Die noch nicht benutzt. Aber werde ich natürlich noch. Ist blöd, ne? Ich habe nicht so viel mit dem Bogen benutzt. Den Stream. Kann ich ja gleich mal gucken. Ich hätte Lubu ja auch aus der Ferne abschießen können mit dem Bogen. Fällt mir gerade auf. Hab der auch nicht dran gedacht. Ich sehe deine ganzen Bewegungen. H Kenton. Wir sind gefallen. Hnt. Hint er. 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 Oh, Axt, das kriegst du als Poggers. Den wir auf jeden Fall mit. Ich fand das früher besser, in allen Nice-World-Time, wo man wirklich geleuchtet hat. Das ist zwar unrealistisch, dass zum Beispiel der Charakter dann rot leuchtet oder grün leuchtet, aber man wusste immer, was gerade aktuell läuft. Und da unten, das ist so heimlich, da angezeigt wird, bin ich kein Fan von. Allgemein, diese ganzen Anzeigen, die sind sehr klein geraten auch. Also, habe ich noch gar nicht meinen Senf zu abgegeben. Ich weiß nicht, was das da verhalten soll. Macht. Ah, ich fand die alten Anzeigen viel besser. Weiß also. Geld, 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 kommt in meine Tasche. Stärkungstrang, hier. Können wir jetzt herstellen. Haben wir gefunden, das Rezept. Welches Spiel erinnert mich das denn, dass man Rezepte finden kann zum Herstellen? Welches Spiel war das, ey? Skyrim? Kann sein. Türmchen! Rezepte. Ah, ich denke schon, dass Skyrim macht. Komm, Enter Haken, let's go. Es wird dunkel. Cool. Dunkelheit ist... ...dunkel ist hier. Das Spiel echt viel besser aus. Habt ihr auch schon mal angemerkt. Hö, Jake Faye kämpft schon gegen Zauren. Alles klar, läuft bei dir. Ich mach erstmal noch ein paar Nebenquests. Und das nächste Nebenquest ist... Achso, das haben wir gemacht. Das können wir theoretisch abgeben. Aber ich besiege erstmal die Spione. Da müssen wir da hin. Spione besiegen. Oh, die sind hier mitten in der Burg. Pfff. Wow, was ist going on? Da häuft sich ordentlich was an. Wtf. Fünfblatt, was bitte ist ein Fünfblatt? Du bist Spion? Ah, danke dir so much. Ich hab... Ich hab die Spion noch gar nicht gefunden. Wtf. Danke dir so much. Nix gemacht. Okay. Den Dieb, was rein? Training mit dem Bogenschütz. Das klingt doch cool. Kann ich aber nicht hin. Ich glaube, die Bogenschützer haben Auszeit. Oh, muss ich da wen anreden? Ja, ich muss da wen anquatschen. Ja, manche Quests gehen ja in Nacht, nicht? Deswegen. Most impressive reportage. Ich hab nix gemacht. Gut, gib mir die Questbelohnung, obwohl ich nichts mache. Oh. Den Dieb vertreiben. Na, krieg ich hier auch die Questbelohnung, ohne was gemacht zu haben? Hat der Anschein. Hä? Kann mir erstmal einer erklären, ob ich jetzt hier die Questbelohnung bekomme, ohne was gemacht zu haben? Ach ja, meine Fresse, ey. Was ist das denn, ey? Na gut. Easy money, ne? Dann kriegen wir's natürlich noch durch. Ja, das lädt. Da oben ist so Zeichen. Ist so irgendwo ein Quest. Aha. Na schön, dass es angezeigt wird. Also, ich werde natürlich später, wenn ich es mal RP'n werde, alles machen. Das wird richtig lange dauern. Ich mache ja schon jetzt fast alles. Aber eben halt nur die ganzen offensichtlichen Sachen, ne? Die auf dem Weg liegen. 100% ist in diesem Spiel echt viel. Danke dir so viel für all deine Efforten. Das ist nicht viel. Aber ich hoffe, es hilft dir. Achso, ja, meinst du halt wie in jedem Spiel, ne? Ja, ne, was haben die jetzt so gemacht? Ist halt wie Skyrim oder das neue Zelda. Hat was, ne? Ist halt... Ist ein gut... Ich sag, ist ein gutes Spiel, aber kein richtiges Dines The Warriors. Ist halt Questen, Questen, Questen. Das ist halt die Karte. Guck's dir an, Alter. Ist mega. Und es gibt vier Storylines. Das ist erst die erste, ne? Guck mal, wir haben das kleine Piss... Äh, bisschen... Pisschen, genau. Das kleine Pisschen haben wir gemacht. In acht Stunden. Das ist die Gesamt-Card für einer von fünf Storylines. Ich hab eben vier gesagt, aber es gibt fünf Storylines. What the fuck, man? Wo ist eigentlich die Facecam von Warriors OG2 hingemacht? Da, wo ich es am Anfang in diesem Stream auch hatte. Ähm... Links in der Mitte. Und ich hab's gecheckt. Es ist perfekt. Das stört da keinen. Das ist perfekt. Das hab ich extra ausgecheckt. Nur es leckt da ein bisschen. Weil ich das VOBS mit Traps aufgenommen hab. Muss ich sehen. Und wenn das keinem gefällt, dann muss ich mir was überlegen. Entweder nehm ich's neu auf. Was ich hoffentlich nicht machen muss. Bald krieg ich ja später auch einen vernünftigen PC, hoffe ich doch mal. Die vier ist halt scheiße. Die Brücke sichern. Sichern mal die Brücke. Level 21 Quest, by the way. Sind Level 21. Das leckt manchmal so wie hier in DW9. Manchmal. Mit der Facecam in Warriors OG2. Ich hoffe, das stört echt keinen. Dafür Facecam. Und ich hab wirklich viel Spaß. Also, das Commentary war ja auch schon nicht schlecht. Deswegen will ich diese Parts eigentlich nicht löschen. Und außerdem hab ich schon bis Part 41, glaub ich, aufgenommen. Ja, bis 41, glaub ich, schon aufgenommen. Was ist heute online gekommen? Welcher Part? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall bin ich mega voraus. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Das ist aber bei der Brücke sind. Ihr seht's. 1800 Kilometer. Kilometer. Omega Lull. Meter. Kilometer. What the fuck. Ja, es wird sich danach richten, wie gut das hier abschneidet. Also, wenn das gut läuft, werden sie wahrscheinlich kommende Teile so machen. Wenn nicht, denn ich. Ich glaube nicht, dass Empires so wird. Empires mit Open World, kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin gespannt, was die Leute sagen. Wie das Game ankommt. Ist ja gerade rausgekommen. Bin gespannt. Schon weird, ne? Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es macht keinen Spaß. Würde ich lügen. Boah, hier gibt's viel Loot. Brauchen wir uns das holen? Wir holen uns das. Oh, ich eigentlich die Brücke machen will, ne? Ah, komm, wir machen die halbe Miete. Holen uns nicht alles, aber ein paar Sachen holen wir uns. Ein paar Boxen. Hey, Shapi sieht cool aus. Das ist Shapi, wo Looboo letzten Endes gestorben ist. Just go over it. Wo soll ich over it gehen? Hier war auch noch ne Quest. Nice. Shoui Yuan hat bei der Brücke... Achso, Shoui Yuan soll mal besiegen bei der Brücke. Ja, ja, klar. Ähm, sag nicht, dass wir da auf ein Haus. Ne, alles gut. Easy money. Wenn's hier Pferdehändler gibt, werde ich, glaub ich, schwach, Freunde. Ich mag mein Pferd nicht. Mein treues Ross. Ich mag mein Pferd überhaupt nicht, Mann. Hier haben wir, glaub ich, den Teeladen extra für Mazamune. Ne, ist nicht der Teeladen. Du, bitte, komm wieder. Hast du einen Moment? Danke, Soom. Nochmal einen Diebvertreiben? Okay. Hier ist der Jäger wieder. Bla, 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 bla. Also ich will jetzt eigentlich nur noch diese eine Truhe hier einsammeln, die Kiste. Und dann geht man mal zur Brücke. Jetzt haben wir natürlich den Dieb aktiv geschaltet. Wo ist denn der? Der ist auf dem Weg. Perfekt. Können wir kombinieren die Quests. Wie hieß der Typ nochmal mit dem Tee? Ich vergesse das schon wieder. Dann gibt's ja nur den Sengoku Basara. Vergessen wie da ist. Okay, da geht's raus aus der Burg. Senorioku, oh Gott. Ist aber auch ein komischer Hammer. Ich muss zu ihm sagen, show me the way. Dann gibt er dir eine Tasse Tee hin an. Show me the way. Wir holen uns auf jeden Fall im Stream heute noch das Häuschen ab. Kann sein, dass ich damit dann auch den Stream beende. Was natürlich jetzt noch nicht ist, aber ich will's schon mal anteasern. Und ich möchte mir einfach, weil es meiner Meinung nach der lustigste Moment des Streams war, hier beim Berg des Hauses dann kaufen. Das wäre das hier. Das werde ich mir holen, neben dem Zhongyui-Tempel. Das werden wir uns am Ende kaufen. Nur damit ihr Bescheid wisst. 30.000 kostet das. Wir haben mittlerweile 41.000. Das tut mir mal mehr weh. Je weiter wir vorankommen, desto mehr Geld bekommen wir auch durch die Quests. Was natürlich logisch ist. In Oblivion hast du ja auch am Ende dann die Dedera Rüstung einfach die ganze Zeit bekommen. Und die haben ja auch mehr Geld gegeben. Ist doch logisch, ne? Die könnt ihr für 11 jagen, aber... Da haben wir noch was zu tun. Der Weinräuber. Was wird sich der Tee austrinken? Was? Der hat ein Wein getrunken und hat sich wieder regeneriert. Ticken. Ist doch nicht mal sein eigener Wein. Der hat er geklaut. Wisst ihr was? Ach, ich hab kein Müsse. Verdammt. Ich hab kein Müsse. Ja, tot. Ich weiß nicht. Man muss zurück ins Hauptmenü gehen. Und du kannst pro Mission nur einen gewissen Charakter nehmen. Da es jetzt sowieso keinen Sinn mehr macht, einen neuen Charakter zu wechseln, bleib ich jetzt einfach bei Liu Bei und muss mal schauen. Das ist ein bisschen blöd gemacht, muss ich sagen. Das ist ein negativer Aspekt von diesem Spiel. Das Charakter wechseln. Du kannst nicht einfach so den Charakter wechseln. Das ist echt nicht so toll. Da haben wir uns schon aufgeregt. Alles zusammen heute im Stream. Brücke sichern. Los geht's. Oh, Bergfahrt haben wir auch noch was. Oh, so viel zu tun. So viel verdorben. Schätzelein. Ist die Brücke schon hier? Das ist nicht die Brücke, aber hier ist schon wieder so ein Quest-Typ. Wie in Oblivion. Eine Quest nahe an anderen. Jesus. Ah, hier ist sogar ein Wegpunkt. Sehr nice. Ach, die tun mir gar nichts. Es ist etwas, was ich dir gefragt würde. Sag mir, was du... Angloseinheit besiegen? Oh, immer mal her. Wo ist die denn? Hallo? Dahinten. Bei der Brücke, okay. Passt. Also kann ich auch wieder kombinieren, die Quests. Alles klar. Bin ich jetzt hier auf dem richtigen Weg? Ja, aber wer ist das? Das ist die Angloseinheit wahrscheinlich. Na gut, besiegen wir den gerade. Es gibt halt vier große Storylines. Da gibt's gewisse Hauptquests. Äh, fünf Storylines. Ich sag immer vieler, wieso sag ich immer viel? Ich die anderen immer vergesse. Mit Meng Muhr freue ich mich schon, ey. Der Dschungel, aber werden wir nicht sehen, Freunde. Wisst ihr was? Ich mach das Preview zum Spiel. Den ersten YouTube-Part, was natürlich nichts mit Let's Play zu tun hat. Vom Land-Land-Gebiet. Was haltet ihr davon? Das ist ziemlich sinnvoll. Dann sehen wir es auch mal ein bisschen. Stunden in einem Angebiet. Spiels gut. Machen wir so. Ich will sie halt sehen, wie ich das hinkriege. Wie lange das dauert, wann ich da bin. Zeit hab. Ich kriege meinen. Ich lade zwar in Stream, aber... Aber... Ich will natürlich auch ein eigenes YouTube-Video dafür machen. Ey, der wird alles ab. Was meint? Was hab ich denn? Geld, 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 Geld. Weil ich immer alles einsammle. Deswegen sind wir so reich. Deswegen sind wir so gut gelevelt. Deswegen haben wir keine Probleme. Würde ich einfach nur durchrushen. Dann wären wir wahrscheinlich mega am Struggle. Was krasse ist, ja. Wo wir Getting Over It gespielt haben. Er hat zwei Level gemacht. Nur fürs Bergsteigen. Wir haben zwei Level abs bekommen. Nur fürs Bergsteigen. Das war eigentlich mega krass. Und das war ja nicht mehr verlangt, ne. Aber ich hab's gemacht. Und dadurch zwei extra Level bekommen. Das ist halt die Belohnung. Das ist halt die Belohnung, wenn man die Welt erkundet. Das sind Leute, gehen wir auf Kekse. Das ist halt die Belohnung. Alles gleich hin. Auf zur Brücke. Es wird Zeit. Die ganze Zeit drück ich mich davor. Mach irgendwelche anderen Nebenquests. Es wird Zeit. Auf zur Brücke. Wieso ist es nicht aktiv geschalt? Wollt ihr mich verarschen? Ich hab die ganze Zeit die Brücke aktiv gehabt. Jetzt stand da die Gefahr am Bergfahrtbahn. What the fuck? Die Vertreiben, Banditen. Ja, die Belohnung muss ich mir nur abholen. Keine Angst. Erstmal machen wir mal jetzt die Brücke. Harz entdeckt. Harz 4 wieder mal. Gerne. Bei den Wölfen oder was? Hier ist kein Harz. Spiel verarscht mich nicht. Was? Sie wurden vom Wolf, einen mächtigen Feind, entdeckt. Ist es der Wolf von Starfox oder was? Wolf, ein mächtiger Feind, ist nicht länger in der Nähe. Zitat. Dein ist die Warriors 8. Okay. Wieder was gelernt. Wolf, ein mächtiger Feind. Sehr mächtig. Es ist ein Wolf. Ein Wolf. Einfach weiß gar nicht, was die Entwickler zu sich genommen haben. Oh, hier ist man nicht gut bewacht. Das ist das komplette Lager. Mein now. Hä? Hey. Er lebt noch. Er kriegt jetzt volle Breitseite. Trifft ihn nicht mal. Wichtige Basis erobert. Doch, echt? Ein Update für meinen Laptop. Nein. Nein. Kein Update. Danke. Danke, die Firma. Danke. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Show me the bridge. Seht ihr die Brücke? Ja. Mega Schlacht. Jetzt geht's wieder ab. Show you an, das ist auch so die Brücke. What the fuck? Wo ist Show you an? Der kriegt jetzt mal eine Giftpfeile ab. Pass mal auf, wir testen die Giftpfeile. Aber ich glaube, der hat mich schon entdeckt, ne? Ah, dann machen wir es so wieder. Pure Gewalt. Wo ist der denn? Ne, der chillt da, der chillt da, der chillt da. Ich besiege jetzt erstmal die. Dann versuchen wir es mit Giftpfeile. Komm, 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 komm. Show you an besiegen. Geil, geil, geil. Soundlag. Giftpfeile, Giftpfeile, Giftpfeile. Giftpfeile. Headshot. Geil, Mann. Ja, gut, jetzt blocken die ein paar, aber das ist, das ist ziemlich cool. Oh, shit. Shit, shit, shit. Wie cool, wie cool. Jetzt habe ich mal eine Giftpfeile verballert, ne? Aber ich wollte es euch mal zeigen, das ist ziemlich cool aus. Kann sein, es ist ja jetzt kaum noch energiert. Er ist ja jetzt vergiftet. Guck mal, wie schnell er jetzt tot ist. Drei Giftpfeile oder so hat er gefressen, ne? Aber ich spiele ja jetzt auf normal, also die Gegner halt mehr aus. Kann man nicht vergleichen jetzt eigentlich. Jetzt sieht es nicht viel aus. Ich wähle nicht viel aus. Also die Giftpfeile haben, ich will jetzt nicht sagen, nicht viel gebracht, aber es liegt halt an den Schwierigkeitsgrad jetzt. Man weiß es nicht. Oh, der hat die abgebärbt mit seinen Fräulen. Tod. Immer noch nicht. Bonk er ist. Ist ja auch eine 21er Quest. Wofür sind 22 mittlerweile, trotzdem. Cross-Up von hinten, ja. Jetzt haben wir ihn. Ja, Shao Yon ist für mich kein schöner Charakter mehr. War eigentlich immer einer meiner Lieblingscharaktere von Way. Aber ohne Bogen, mit Keulen, Taishi-Sieglonen braucht kein Mensch, ne? Diese Viertel wurde möglich, wegen deiner Erfolge. Und da hinten habe ich nichts verloren. You are unstoppable. Okay, die, verzweifeln, bla 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 bla, verzweifelte Einheit bezwingen. Oh, die können wir noch machen. Oh, da war noch ein Lagerfeuer. So ein Lagerfeuer möchte ich auch noch. Sieht das Lagerfeuer, das Lager. Oh, wo ist die verzweifelte Einheit? Geradeaus. Oh, da ist sie. Guck, wie stark die sind. Wahrscheinlich nicht so stark. Das zählt jetzt als geschafft, ja? Ich hoffe es doch. Oh, jetzt sind wir mal gewesen. Überraschungsangriff. Und sie gut gekontert. Was ist denn mit dem los? Da wettet ihr nur ab. Guck mal. Ja. Oh, wie ist das? Jesus Christ. Überraschungsparty. Ja. Die only move ist forward. Die Selbstmordeinheit sind offenbar drauf und dran, einen verzweifelnden Angriff auszuführen. What the fuck? Selbstmordeinheit? Ähm. Ich hoffe, nicht mit Bomben. Nach Hause kommst du, bin ich online? Wann kommst du denn nach Hause? Also drei bin ich auf jeden Fall online. Ah ne, Leclep. Ja, Junge, das sind nur Bungas Leute, ne? Die Bomben-Typen, ey. Ohne Witz. Selbstmordeinheit. Ich krieg die gar nicht down. Was sind denn das für Leute? Ich schau dir das mal an. Die machen auch sogar Schaden. Das ist gar nicht so einfach, das ist das Best. Wundert mich nicht, wenn das irgendwie Level 25 ist. Das ist immer der Letzte, dann haben wir es. Den schaffen wir aber jetzt auch noch. Ah, ich weiß nicht, ob ich da online bin mal so ohne. Muss man mal sehen. Ich gehe wahrscheinlich um 5 Uhr schlafen. Noch eine Stunde chillen, bevor ich pennen gehe. Und das Stream zu Ende ist. Stream endet um 4, habe ich ja schon gesagt. Gehe ich 5 ins Bett, brauche mal 8 Stunden Schlaf. 7 Stunden. Ja doch, könnte sein, könnte sein. Halb. Ja, könnte sein, dass ich dann gerade online bin. Ja doch, hast recht. Kann sein. Bin ich vielleicht gerade da. Kann ja morgen ausstreamen, aber nein. Das Problem ist, wenn ich streame, kann ich keine Videos bearbeiten. Was ist das Problem? Zumindest jetzt noch nicht. Sonst wäre mir das egal. Kann ja auch das Spiel spielen, ob ich streame oder nicht. Für mich ist das nichts. Achso, das Lagerfeuer. Das habe ich jetzt vergessen. Mann, das sagt aber auch nichts. Machen wir das Lagerfeuer, holen uns die Quest-Pelon ab, dann machen wir den Bergpfad, dann machen wir die Haupt-Quest. Dann erhole ich mir die Villa. Und dann melde ich den Stream. Und dann und dann und dann. Ich weiß noch viel. Aber, wir schaffen das. Anderthalb Stunden. Jo, wir schaffen das. Ach, ein Turm ist hier auch noch. Sehr schön. Schön auf den Hügel. Komm schon. Auf den Hügel. Ja, da hätte ich ihn auch platziert. Das ist echt gut gemacht. Die kann man aber nicht zerstören, weil manche Türme kann man ja kaputt machen. Aber das kann ja nicht sein, dass man hier diese... Schika-Türme kaputt machen kann. Ich wette, da oben ist eine Box. Auf dem Berg. Getting over is... Ultra-hard-Version. Ja, natürlich. Natürlich ist hier eine Box. Wie schön, dass ich das nicht im Stream machen muss, was? Hier ist eine Box. Wisst ihr, wo die ist? Da oben drauf. Da oben. Da oben. Just get over it, Forehead. Die Box. Nintendo Labo. Ne, das ist nicht Nintendo Labo. Das ist aus Holz. Qualitativ hochwertiger als Nintendo Labo. Es gab mal so einen schlechten Amiga-Controller. Es war einfach nur so ein Amiga-Knüppel. So ein Joystick. Auf ein Holzpfahl. Ja? Auf ein Holzbrett. Aber ist besser als Nintendo Labo, ne? Da war das Lagerfeuer. Das Brennholz, by the way. Ne, Lumba. Was ist Lumba eigentlich? Lumberjack. Was heißt eigentlich Lumba? Was ist das? Kann mir ja nichts so davor stellen. Jetzt denken manche natürlich, aha, weiß nicht was Lumba ist. Was ist Lumba? Keine Ahnung. Nie gehört. Klingt wie Schrott. Da ist noch eine Box. Komm, die öffnen wir und dann gehen wir die Quests ab. Sieht viel stylischer aus, wenn man sich so bewegt. Kostet natürlich viel Ausdauer. Götze, Götze. Oh, da ist die Box. Die Box. All mine now. Hochwertiger Beerenpelz. Bärenklaue. Mit einer Bärenmaterialien reingelegt. Sehr lieb. Gut. Belohnung abholen. Ich mag dieses Eisgebiet. Nur der Kontrast. Das ist mein Reward. Sehr viel Geld. Sechs Fische. Oh, das ist die Erfahrungspunkte. Die Ausschalten. Ist auch hier, ne? Kann es sein, dass ich bei dem alle Quests abgeben muss. Jetzt macht es auch Sinn. Oh, noch eine Mission. Hä, das habe ich doch gemacht mit den Dieben. Noch ein Dieb. Voll die denn alle. Ich kann wahrscheinlich nur eine Aktivfarm. Jetzt ergibt das Sinn. Ich kann, glaube ich, nur eine Aktivfarm. Eine Quest. Gott, das ist kompliziert. Fisch sammeln. Nein. Moment, ich habe hier ein paar Fische. Vielleicht reicht dem das. Jetzt habe ich Nein gesagt. Jetzt kriegst du das Quest nicht mehr. Wie fies. Doch. Das war nur ein falscher Typ. Okay, ich habe Fische. Oh, wie viele Missionen, ey. Ficken. Kein Bock drauf. Viel zu viel. Diese Missionen, die haben wir noch gemacht. Kann man die mehrmals machen, oder was? Lass das jetzt, ne? Ja, die kannst du öfters machen. Ist in Ordnung. Glaube ich zumindest. Wenn es nicht so ist, dann ist es so. Ich gehe jetzt die Hauptquests weiter, Mann. Tut mir leid. Zauren bezwingen. Ja, was heißt Hauptquests? Ist auch ein Nebenquest. Aber das ist schon eine coole Sache. Zu Fuß gehen, oder nicht? Na, jein. Halben Weg zu Fuß, würde ich sagen. Weil da sind noch Wegpunkte, die wollen wir natürlich mitnehmen. Ah, da kann ich aber nicht hinreisen. Na gut, dann muss ich so machen. Dann doch schnell reisen. Okay. Hab ich den Punkt schon eingetragen? Falls nicht, da hab ich sie jetzt eingetragen. So, wenn es da. Wir müssen sowieso da lang, wo ich lang wollte. Wobei, hier wäre auch noch ein Turm, ne? Ding Tau ist da. Das war eine Schlacht in Dinosaurus 8 Extreme Legends, exklusiv. Lu Bu ging zau zau. Da ist Ding Tau. Ich hab mich schon immer gefragt, wo Ding Tau liegt. Hier lernt man die ganzen Maps kennen, wo es ungefähr alles liegt. Also, das ist quasi, wir reisen nach China Simulator. Yang, Ding Tau. Ah ja, das ist alles so ein Lu Bu Gebiet. In Lu Bu Story wird das alles wichtig. Du 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 Du. Was haben wir hier? Ja. Sind zwei Außenposten glaube ich noch vorzaubern. Und ich denke die müssen wir einnehmen. Weil einmal stand er ja auch wichtige Außenposten eingenommen. Das ist geil. Also nehmen wir die auch wieder ein. Down. Wie viele sind da noch? Ich seh da immer die Übrigen so schlecht. Boah jetzt hier noch so viele sind ne? Es ist echt schwierig die Gegner zu erkennen in diesem Betümmel. Weswegen Lebensleisten an. Ich weiß. Aber ne. Ne. Hilft. Hilft. Aber ich... Ne danke. Braue ich nicht. Ich hasse diese Lebensbalken. Ihr wisst das. Assassinen besiegen? Okay. Wenn er meint. Und die kommt vorhin natürlich. Sind die? Guck wie stark die Assassinen sind. Und Assassin's Creed. Du nack' schon wasi. Du nack' schon wasi. Du nack' schon wasi. Du nack' schon wasi. Ich mag das nicht, diese Quests, wo man, ich weiß nicht wie viele Offiziere hier umbringen muss, ist egal ob es Assassinen sind oder Banditen, es sind immer die gleichen, jeder Kampf fühlt sich gleich an bei diesen Quests, mag ich nicht, diese Quests gefallen mir nicht, aber gut, muss auch gemacht werden, ne, die sind halt dumm, die Quests, die anderen mach ich gerne, aber neben Quests von diesen Hauptmännern, das sind alles scheiße, man. Können ja nicht alle Quests gut sein, ne, muss immer nur angeln, ey, nie gemacht im Stream, keine Ahnung, ich habe ja auch keine Angeln gekauft, wahrscheinlich gab es nur eine gelbe Tour bei der Rebellion, wo ich mich eh noch nicht richtig umgeschaut habe, wie jetzt Batman. Let's go capture one of those unsightly positions, follow me. Da haben wir noch eine Box, die nehme ich natürlich mit, wenn ich jetzt hier direkt bin. Ich sag mal Box zu den Kisten, weil, äh, auf der Karte sieht es aus wie eine Box. Besuch zu, der Inhaber von McDonalds will auch fressen kriegen. Oh, war da ein Bär? Monk, das sind die stärkste Gegner der Oblivion, die braunen Bären. Zumindest von den Wildtieren. Gucken, wie stark die hier sind. Let's go, now is the time to attack. Schauen wir ihn töten. What? The fuck? Er ist tot, aber what the fuck was this? Ein Hit. Fiddle weg. Der hat mehr Schaden gemacht als Lugu. Okay, wir spielen jetzt auf normal, das ist unfair, das zu sagen. Ich weiß. Trotzdem, what the fuck, dieser braunen Bär. Der war gefährlich. Pizze, was? Achso, das ist Guanyu, der kommt vor oben. Ja, ich komm vor unten. Ah, erstmal Tour. Turm, 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 turm. Oh, dann können wir vor allem den Klippenhaus angreifen. Wie geil. Das läuft. Och, Liu Bei. Ziemlich flach ist das Gebiet. Außer die Bergen da hinten natürlich. Hm. Was soll man da denn für ne Burg? Burg Juan. 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 Ist da drinne. Burg Juan habe ich noch nie gehört. Es wird Zeit, Zauerein zu besiegen. Wir machen das jetzt. Es wird ein geiler Überfall werden. Und die nicht rechnen werden. Die Unwissenden. Haben die nicht gesehen? What the fuck? Ich hab die nicht gesehen. Was hab ich ihm für Augen? Können mich doch nicht gesehen haben. Bitte was? Oh. We cool. Alter, das war mal ein schöner Glitch. Oder Bug, was das auch immer war. Alter, was war das denn? Spiel ist halt nicht ganz perfekt, ne? Die Moral-Anzeige ist irgendwie grüselig. Fast komplett rot. Können wir Sorgen machen? Eigentlich wie ne. Oh, Jake Faye ist hier in der. Ach ja, der kämpft ja schon mit Sorgen. Okay. Bring them up, brother. Okay. Die Sausenposten sind mega heftig bewacht. Dauert ein bisschen. Ah, ich wollte gerade sagen, für die mache ich jetzt Musurangriff, da fingen wir die direkt alle weg. Ne. Also ich muss sagen, ich weiß, äh, ich weiß nicht. Hier ist es ja diesmal richtig foul. Von Deines Moises zu Deines Moises braucht die länger. Bist du volles? Vieles Batman. So, ich würde es auch echt nichts mehr, ne? Vielleicht kann ich es eben wirklich überraschen. Wird Giftfallen dann auch am besten. Hat was. Oh. Oh. Der Ku. Kuat'u ist balsam. So weißt du, dieser Ku füllt alles komplett auf. Alles. Wahrscheinlich in diesem Spiel die Ausdauer sogar auch voll. James Yu. Gott, ey. Das macht zwar schon so viele Offiziere, denn Liu Bei hat halt gar nichts. In diesem Zeitpunkt. By the way. Achso, hier ist er. Ich bin ja im Kampf. Muss mal wieder speichern, ey. Kongrong wurde von Diamant besiegt? Ach du Scheiße. Kongrong war auch ein eigener Herrscher. Bitter. Für ihn. Ich hab Musu nicht voll voll Musu mohren, aber fehlte irgendwie ein kleines Stückchen. Hab'n nicht gemacht. Ah, ok. Hm. 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 Oh, ich geh in die falsche Richtung. Oh, wie oft ist mir das schon passiert, hä? Da ist eine Box und dann gehen wir zu Zauren. Versprochen. War schon lange nichts mehr gejagt, denn man kann so viel machen in dem Spiel. Na, ich hab's schon dreimal glaub' ich im Stream gejagt. Ich hab' leider nicht geangelt, weil ich nicht weiß wie's geht. Wusste ja auch für euch keiner. Was ist das für einer? Ah, das sind normale Bandiiten. Gelbe Turban-Reste, by the way. Ja. Ah, jub' mich aber nicht. Irgendwo wär' ich. Da ist Zauren. Ist hier wirklich direkt Zauren? Glaube ich nicht. Der ist bestimmt in der Mitte. Ah. Ne, das ist nicht Zauren. Guck mal, ob wir den Handy verpassen können. Ah. Explode. Oh ne, da hab' ich nur 8 Stück von. Ne, da bin ich geizig. Tut mir leid. Voll Giftfallen haben wir mal. Ne, wollen wir mal Feuerfall austesten. Komm, wir testen mal ein Feuerfall aus. Äh. Er bin mir mal Feuerfall austesten. Wie merkt ihr uns? Ich hab' leider die falsche getroffen. Bam. Ey, ich weiß nicht. Also, so eine krasse einschlagende Wirkung stell' ich mir anders vor, ne? Naja. Das ist immer lang, ist das. Ja, das ist immer, wo geht's denn lang? Ja, das ist immer lang. Was ist das für die Stimme? Das ist genau so schnell wie die Lu-Hu-Stimme. Du hast mich nicht gewarnt. Alter, die Zauren-Stimme. Das ist doch auch so scheiße, man. Oh, du sagst, die Lu-Meng und Zun-Gian-Stimme sind so scheiße. Ich glaub dir, Junge. Ich glaub dir. Und ich will sie nicht hören, aber ich werde sie nicht hören. Oder später. Die Zauren-Stimme, Alter. Ungefuhl. Da ist er, ne? Da ist er, ne? Der kleine. Der hat's auch ähnlich. Der ziemlich klein. Heile machen nicht viel mit Schaden. Aber man muss ja die Bogenkunst und so auch leveln. Die gibt's schon Sinn. Ja, komm, kämpf mal ehrlich hier. Ja, Bogen ist die Waffe des Fighters. Ja, komm, kämpf mal ehrlich hier. Wie soll er denn ne Cavalry an seiner Seite? Zauren, der Cavalry-Boss. Das Team ist weird, man. Oh, betäubt. Das für neue Moves. Die Stimme von Zauren. Und die Waffe. Ich glaube, Zauren existiert für mich nicht mehr. Kenzer Stimme, Kenzer Waffe. Ja, der ist scheiße geworden, leider. Den Charme sind versaut. Wir haben sie verkackt. Richtig hart verkackt. Schlimmer noch als mit Blu, finde ich. Weil die Gurt wenigstens seine Waffe. Ich weiß ja, was geht mit dem? Ja. Kann ich mal angefangen, die Wusten? Na, irgendwann haben wir ne. Ich glaube, das war's. Finishing. Yes. Ja, der Zaunzer hat ihnen die Cavalry gegeben. Okay. Die, die in der Weg der Virtue stehen, werden verlieren. Diese Waffe wurde möglich, wegen deiner Erfolgen. Das war ziemlich ein Spektakl. Wahrscheinlich unglaublich. Das war ziemlich ein Spektakl. Wahrscheinlich unglaublich. Hey! Du siehst sie weg, Bruder! Das finde ich übrigens schön in meinem Spiel. Das ist wahrscheinlich keiner aufgefallen. Jeder Unteroffizier klingt ein bisschen anders. Sonst klang ja die meisten gleich. Hier nicht. Jeder Offizier klingt. Ah, das fliegt gut. Tausend Synchronsprayern. Nur für die Hauptcharaktere. Scheiß Synchronsprayern. Zumindest bei den meisten. Die Box. Ks... Ksu haben wir immer noch nicht besiegt. Achso, das ist das Hauptquest, ne? Ne. Ksunyu gibt es noch. Ach du Scheiße. Was denkst du, Ksu? Wollt ihr mich verarschen? Ach! Ach! Das war nicht die Gefahr am Bergfahrt. Das war nicht die Gefahr am Bergfahrt. Saurenn war ein extra Quest. Oh mein Gott, Freunde. Geht knapp mit Zeit. Geht mein Bestes. Oh Gott, Freunde. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck jetzt. Ich will das eigentlich noch zu Ende machen. Das Kapitel und euch noch das Haus zeigen. Was man kaufen kann. Ah, guck mal. Kein Druck. Kein Stress. Chill. Ich setz mir jetzt einen Wegmarker. Übrigens. Burg Turan wollten wir noch gucken, ne? Da gehen wir hin und dann setzt mir einen Wegmarker. Ist der richtige Weg? Ja. Ist auch ein Türmchen. Dann können wir da nicht immer hinreisen. Turm in der Burg. Das ist ganz neu. Das ist ganz neu. Oh, Burg Turan muss ich glaube ich eingenommen werden. Das war ne Belahrungsschlacht auch noch. Aber das ist ne kleine Burg. Es geht schnell. Burg Turan. Für einen Hurenzond. Das ist ganz gut. Ganz gut. Das ist übrigens optional, ne? Diese Burgen hier einzunehmen. Aber ich finde es cool. Kleine aber feine Burgen, ne? Das waren früher... Altengleichs-Moyers-Teil-Garnisonen, ne? Wenn da so ne kleine Feste war. Das hat man gar nicht wahrgenommen. Aber hier bringt man es richtig wahr, wenn man so ne Burg einnimmt. Finde ich. Ist schon nicht einfach so gemacht. Feier es. Ist noch nicht ganz allein. Ist auch hier. John Fail geht schon. Ja, Richtung Suzu. Wo ist Guanyu eigentlich? Ich seh' keinen Guanyu. Ne, der Turm ist nicht in der Burg. Der ist nahe der Burg. Tut mir leid. Hab' ich nicht richtig gesehen. Ah! Ach so! Das haben sie ja geil gemacht. Guck mal, ne Neuerung. Man kann ihn nicht einsammeln, wenn man voll Musou hat. Wie geil ist das denn? Das hätten sie schon vorher machen können. Es braucht echt neun deines Warriors-Teils, bis sie das mal feststellen. Toi, 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 toi. Dass er da echt mal R einbauen können. Wenn man die mal automatisch eingesammelt ist. Nee, hab' ich mich schon geärgert. War nö. Diesmal haben sie dran gedacht. Wohl. Mich halt schon dran gewöhnt, dass es so ist. Jetzt will ich nur den Pod nicht wieder. Ah doch. Hier. Den kann ich finischen. Die Burg will aber echt eingenommen werden. Ist nicht mal gerade so gemacht, wie ich dachte. Kleinvieh macht auch nichts. Da seht ihr's. Solange da eng so ein Tyb nur rumgeistert, hab' ich's nicht eingenommen. Tot. Oh, ich will nicht mehr kommen wollen. Achso, dann muss ich noch finischen. Finischen. Oh, jetzt hab' ich ihn nicht verfinisht. Jetzt aber. Was sind denn hier noch Offiziere? Ah, da ist einer. Tot. Oh, muss doch noch gefinisht werden. Ne. Der ist weg. Der nächste bitte. Ja. Wir kriegen Musu. Ja. Direkt wieder verloren. Musu benutzt. Chris Willermussu. War cool anzusehen. So nach dem Motto. Mach' nochmal. Aber jetzt die Burkran eingenommen. Please. Ne, immer noch nicht. Ach, klar Falter. Ist nur so ne kleine Burk. Come on. Haben die Verstärkung gekriegt. Na? Was ist das? Na, 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 na. Das war ziemlich ein Spektakel. Das ist wirklich toll. Komm. 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 Jetzt kommt auf jeden Fall noch ein Extra-Offizier. Fuck. Oh, Alter. Was geht denn hier ab? Das ist der wahre Shit hier. Burgkran. Komm. Komm. Fuck. Nic's, Gefahren. Bergfahrt waren. Burgkran. Da geht die Eckgeschlaff. Weiß, die Burg heißt Tschuan. Ja. Das ist ja der Witz. Kann ich ihn sparen hier, ich weiß. Tod. Man ist lags. Top spiel. Das war wieder extrem gerade. Da hinten ist nur einer. Alter Verlöfer. Hä? Hol, der Pärdhaus. Wir haben echt hier Gumm-Gangbang gehabt, ne? Diese Burg. Ich hab' immer noch nicht genug auf dem Kopf. Ich hab' immer noch ein bisschen mehr Förder nicht her. Wir wollen hier zum Bergfahrts. Der Inhaber von McDonalds. Der dicke, der Keul. Leibricht von Zaza. Hat sich nach der Gelb Tour war eine Rebellion angeschlossen. Mal kurz danach. Komm schon wieder die nächsten. Und da. Ja. So. Boah. Sieht einer von euch hier noch Gegner. Außer hier vielleicht. Boah. Habt ihr Clipping-Failer gesehen? Oh fuck. Hat er mich erwischt? Boah. Macht er wenig Schaden. Ich weiß ja nur unter, ob ich zu trock bin. Megastark geworden. Ja. Wir haben's geschafft. Work One. Eingenommen. Lass mal looten. Oh. Quest. 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 Ich seh's schon. This game. Is fucking amazing. Jesus. Na was hat der Schönes. Das hat sie nicht schlagen. New Bay. Hey. Get on in here. Ah. Die Ex-Waffe. Äh. Haha. Immer noch nicht. Komm again. Komm again. Oma. I've actually got it. Heimer Badin. 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 Ich hab keine Lust mehr. Auf diese ganzen ähm. Gleichen. Oder ähnlichen Quests. Weil ich eh mal nur unter Zeitdruck stehe. Ne. Ich hab nur noch. Na ein. 50 Minuten Zeit. Bergfahrt müssen wir noch mal. Burg. Die ganz große Burg da einnehmen. Wo Southall drin ist. Da müssen wir noch die Villa uns anholen. Da muss ich noch ein bisschen was resümieren. Das meiste hab ich ja schon gesagt. Aber ja. Was besprochen habe. Das halte ich auch. Hoch da. In dem Bad immer noch nicht freigeschaltet. By the way. Hm. Kommt so vor als wäre ich schon mal auf diesen Touren gewesen. Aber ne. Ja weil man die hohen Berge im Hintergrund sieht. Ist egal. Sie sind halt majestätisch. Ragnar. Egal wo du bist. Besiegt immer diese Berge. Ich gebiete Schild Einheit besiegen. Juckt mich eigentlich nicht so. Aber gut wenn es auf dem Weg liegt. Mach ich es natürlich. Ja. Hier muss man lang. Ist die richtige Straße. Straße. Street Fighter. Es juckt mich nicht. Ich gucke immer sehr oft auf die Karte. Kann mir auch so Marker setzen. Moment. Schild Einheit besiegen ist hier. Sollten mehr markieren. Ah. Aber was wir auch noch kaufen können ist ein neues Pferd. Das ist nicht lustig das hier mit dem Pferd. Ein Pferd was richtig viel ausdauert wäre geil. Ja. Hier ist ein Mist an ey. Pferde kannst du ja nicht leveln oder? Wie in 36. Glaub ich nicht. Ah pro leveln müssen wir nicht unfassbar viele Attributpunkte haben. Ich hab das nie verteilt. Ich hab das nie verteilt und kommt trotzdem klar Freunde. Könnte mal sehen. Ähm Härte. Was heißt Härte? Was heißt Härte? Abwehr nehme ich an. Abwehr auf 300. Klar. Leben. Ja. Musu. Ein bisschen. Es ist nicht sinnvoll alles zu leveln. Außer Bogen. Bogen weiß ich nicht. Speed ist auch clever. Mal 10 auf Speed man. Eigentlich so. Kann man halt nie mehr zurücksetzen glaub ich ne. Einmal gemacht. Immer gemacht. Trotzdem. Ich hab nie diese Fähigkeitspunkte verwende Freunde. Ja gut. Ja gut. Mal los. Lager aufräumen. Und dann geht's zum Bergfahrt. hinzu. Ich kann ihn schon fast riechen. Das ist nur ein Kilometer. 940 Meter. Sonst war wer. Kein Stress hoch. Gerne. 0. 1. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 1. man so oft abgelenkt ist und was anderes macht sie in der welt einfach nur umtreibt schwer tausend gilt zu kriegen ist das jetzt das erste mal wieder gehört habe war krieger der drei königreiche nicht so oft gehört will ich wieder hart erkämpft 1000 wie früher finde ich gut das gegner ist immer in der heutigen db teil was sinnlos war das gegner ist weil wir ja nichts gemacht haben weil die ja auch nicht so viel machen da die gegner das kann ich sagen ja spiel es ja auch leicht bin einfach zu heftig glaube ich ist halt wirklich so diese roten rufigen zeitstämmer können hier nichts machen abgewärts user das war leicht als gedachts lager leicht also normal tanzt hier als leicht ich würde auf hart stellen das ist mir schon bewusst aber jetzt schon auf hart stellen come on blue level 24 der spiel mega einfach ich habe einfach nur gut gelevelt weil ich die ganze quest immer gemacht ob die nebenquests das ist fakt jemand wegpunkt schnell reise punkt und dann gehen wir zu ich sag das immer wir gehen gleich zu 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 wir gehen gleich zu 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 aber jetzt sowas wirklich so was liegt sowas liegt sowieso auf dem weg der wegpunkt liegt auf dem weg wer ist das denn ein verbindeter offizier könnte mietzu sein können sunshian sein so die wichtigste offizier von tortschirchen hier ist irgendwo der wegpunkt das lager einnehmen nehmen was ein ja hier ist doch kannst du glauben dass sie hart gibt wo es euch die zwei der heißt kann jetzt nur in gefahr wie kann er kann nicht so gut in gefahr sein da braucht er hilfe samurai story dritte schlacht kann sein kann ich sagen in der schiene auf jeden fall ja 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 ich hab mal gelesen ist nicht gesund wenn wenn man das nyse unterdrückt YOLO 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 Die fliegelt Schuhe bringen die irgendwie nicht zu ner diesem spiel weiß ich merkten wir nicht Boah, die Space ist doch größer als gedacht, Jesus Christ, da ist richtig viel los. Habe ich die Wegpunkt jetzt eigentlich mitgenommen, ne ne, wieder mal vergessen. Ich kann sagen, ach, das ist schon Xuxu, ich habe mich schon so weit weggekämpft, ernsthaft? Das ist hier doch das Lager, oh man, den dämlich. Ja, stimmt. Nur in Utaj benutzt, ne. In Sumeragi benutzt er die wahre Stärke, Kanetsugu, ne? Nur in Sumeragi. In Utaj war er ein One-Hit, glaube ich. Ah, da ist mal ein Lagerfeuer, dann gehe ich jetzt erst mal weg zum Lagerfeuer. Sorry. Ich sag ja, Xuxu wird immer wieder verschoben, 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 verschoben. So bin ich als fies bin ich. Du bist zu linken und wirst vernichtet. Unoffizier, einen erhabenden, wichtigen Offizier, den machen wir natürlich kaputt. Hat doch eh nichts aus. Ach, das machst du. Ja. Wo ist jetzt das Lagerfeuer, verdammt nochmal, ich markier's mir mal. Und dann geht's wirklich zurück zu. Wo brennt das da hinten? Ne, es sieht nur so aus. Weil's dunkel ist. Habe ich eigentlich Pferde-Mussu gar nicht ausprobiert. Ich habe ja auch keinen Fallen-Mussu jetzt. Mit Spadman. Das ist gar nicht Xuxu-Ups. Das ist Xuxu-Yu. Hä? Ich schau nur, was war Xuxu-Yu. Der ist wieder woanders. Oh Gott, Freunde. Xuxu-Yu ist das. Oh, das ist ein neuer Charakter, Freunde. Damit ist es ja nicht Xuxu-Yu gemeint, der mit Y und U geschrieben wird, sondern Xuxu-Yu, wenn er so wollte. Der andere Dude, der Kumpel von dem Xuxu-Yu. Auch ein Stratege, halt. Meiner haben viele zusammen gemacht. Den einfach slain, okay. Gucken wir mal, was er darauf hat. Neuer Charakter, ich kenne die Moves zu halten. Ich ne, was zu machen. Weiß ich nicht. Ich seh den leider nicht. Da ist er. Das sieht so ein bisschen so aus wie hier Xuxu. Mit dem Bart und so. Xuxu. Der müsste sich uns auch bald anschließen. Für ne gute Zeit. Dann geht der auch zu Xuxu. Das ist nach Nuan Du. Nachdem die Brothers wieder vereint waren. Wo Yubei auf Flucht war. Vor Chang'ban. Und so horrender Stress macht mit seiner 8-Gate-Formation. Da hilft Xuxu. Yubei. Wenn ich sie jetzt töte, ohne es zu merken, dann wär das Bitter. Ich seh den da halt nie. Wo ist der denn? Da ist der. Was ist denn der für ne komische Waffe? Hä? Komm her. Bin ich mal bewundern. Ringe? Wieso hat er so ein Schackraben? Wie ist Xuxu? Xuxian. Fuck. Der müsste jetzt aber ziemlich angeschlagen sein. Der Tiger greift mich ja jetzt erst mal nicht mehr an. Ich hab diesen Duftbeul gefunden. Aber war es nur für die eine Story-Sektion. Wir haben die Basis verloren. Das wird es schwierig machen, für unsere Reinforceungen zu crossen. Die, die in der Weg der Vertufe, werden verlieren. Das Geld noch einsammeln. Das war eine Schwertpeitsche. Das sah aber aus wie ein Schackraben. What the fuck? Können wir die Sohne einnehmen? Haben wir gemacht. Okay. Wir fahren Bergfahrt. Was machen wir noch? Da müssen wir es auszauern. Und dann wohnen wir uns das Heus hier. Und dann haben wir es. Ach, da ist UMU. Jetzt kommst du dich so direkt hinterher, Mann. Okay. Ich bin 25. Ah, die haben echt ein bisschen was geraucht bei den Waffen, ne? Oh, ne. Nicht Gatting over. Aber halt nicht normal. Das hat mega Spaß gemacht. Aber nicht jetzt hier. Oh, nein. Nicht so was stressiges jetzt noch. Komm. Es ist spät. Kein Stress hier. Hier kommen wir hoch. Ich kann ich nicht sagen dürfen. Ah, doch. Das geht. Können wir dich jetzt überraschen? Boah. Eisige Gebiete, Alter. Stell dir mal vor, wir gehen hier mit dir away, der fast nichts anhat. Und mit Mengen Hur. Ich friere sie in den Arsch ab. Wealth of the Wild wäre es nicht möglich. Du. Dummdi-di-da. Ihr kleinen Scheißerchen. Die Mucke. Voll geil. Ist hier ein wichtiger Offizier? Scheiße. Hier ist kein wichtiger Offizier. Na ja, gut. Dann nicht. Ich dachte, ich kann von hier oben aus Chisoo abschießen. Das wäre geil gewesen. Aber auch noch nicht gesehen Chisoo. Bin ich gespannt, wie aussieht. Vor allem die Stimme. Die ist mega einfach eigentlich zu imitieren. Kann jeder rappen. Wenn die nicht passt, dann bin ich echt traurig. Hey Dickie, wo bist du? Da ist er. Ja, ich werde dich schrauben. Ach, gerade so an der Kotzgrenze. Ist auch nicht so toll, ne? Das Chisoo-Stimme ist eigentlich so leicht zu imitieren. Ich habe zu ihm, ich habe ein bisschen was zu essen. Ne? Wir müssen die Felder schützen, denn da gibt es ganz viel Essen. Das Chisoo-Stimme und der ist auch, ja, wir brauchen was zu essen. Weiß ich. Gerade an der Kotzgrenze. Komisch hat Chisoo. Outfit sieht aber okay aus. Das müsste das beste Chisoo-Outfit sein, was es hier gegeben hat. Fällt mir sehr gut. Das war schon easy. Ah, ne, er muss noch finished werden. Bam. Ich bin overleveled. Ich seh ne Box. Ich seh ne Box. Ich seh ne Box. Ah, die kommt erst danach. Ich kriege auch nicht mehr so viel Erfahrungspunkte. Merkt ihr, wie stark wir gewonnen sind. Ich denke, jetzt müssen wir den Hafen noch erobern und dann Zau-Zau. Hafen erobern ist noch wichtig. Der ist... Boah, ist der weit weg. Das schaffen wir nicht mehr. Freunde, ich schaff das nicht. Das kann ich nicht machen. Schlacht-Problems zu können wir nicht machen. Das... Ich würde es gerne machen, ne? Das geht echt nicht. Das geht von Zeit nicht. Den Hafen erober ich noch. Da sehen wir noch Mang Chong. Noch einen neuen Charakter. Und dann hole ich mir die Villa. In aller Ruhe. Dann gebe ich noch ein bisschen meine Meinung zum Spiel ab. Und dann beende ich den Stream. Das schaffen wir nicht, Freunde. Es frisst all Zeit, ne? Es frisst all Zeit. Hätte ich nicht Göttingen Overhead gespielt, ne Stunde. Oder wie lange ich da am Berg hing. Hätten wir das geschafft. Aber komm, wir haben alle gelacht. Das war in der besten Momente im Stream, oder? Göttingen Overhead war schon geil. Hätte ich jetzt keinen Lust, dass wir zu spät, ne Stunde. Aber da war ich noch hellwach. Da ging es mir doch gut. Ja, ich werde mittlerweile müde, ne? Aber es geht nur alles, Freunde. Es geht nur. Der Hafen kann man reinnehmen. Heißer mehr. Oh, ich geh aber schon wieder falsch weg. Ähm. Na komm, dann gehen wir jetzt den Umweg. Ah. Wer eine Missetat begeht, muss es auch ausbahnen. Umweg begangen. Umweg muss genommen werden. Shit happens. Ja, ich hoffe da... Oh, hier gibt es auch eine Villa. In der Eis... In der Eislandschaft. Ja, aber die hole ich mir nicht, wie gesagt. So. Aber... Um diesen geilen Moment zu ehren mit Göttingen Overhead, werde ich mir da die Villa holen. Das Häuschen. Ich mache mir jetzt den Hafen. Oder erstmal den Turm. Alles klar. Hier ist der Hauptweg, ne? Ja. Sei nicht, der Turm liegt auf dem Berg. Gieß nicht. Nie das Pferd überstrahlbeizieren, weil dann, ähm, willst du dich abwerfen. Bist du aufpassen mit der Ausdauerleiste. Puh. Das sah nicht gesund aus. Wolf, tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Oh, tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Wir müssen betrunken, und tut mir leid. Oh, tut mir leid. Noch mehr Wölfe? Nein. Erstmal durch die Wolfsruhe. Oh, Wölfe. Oh, 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 oh. Tut mir leid, ich muss dir leider lang. Ach, das ist aber schade, hier. Hält da was zum Geil? Was ist mit Wolf-Party, oder was ist hier los? Das ist bestimmt ein Nebenquest. Besiege alle Wölfe. Die Tiergegner sind teilweise die Stärksten. Könnt ihr gerne drüber lachen. Der Braunbär, die Tiger, die haben es schon in sich gehabt. Okay. Wieder die Berge in den Town. Die sind halt dominant in dieser Region. Haben die Namen? Bestimmt, ne? Müsste man zu diesem Wegpunkt hier. Die haben definitiven Namen, aber die machen wir nicht. Die machen wir nicht mehr, die Berge. Lootboxs holen und Hafen. Schon mal hier einen Wegmarkierung hinsetzen. Ich mag die Lootboxen. 100% heißt natürlich alle Lootboxen, ne? Jesus Christ. Ah ja, was zu tun. Nur Schuh-Story. By the way. Letzte Mission, Freunde. Holen wir uns vielleicht ein Pferdchen. Eine Villa. War's das? Das sieht wieder cool aus, ne? Weihnacht. Der Sternenhimmel. Kann sagen, was man will. Der Sternenhimmel sieht gut aus. Juhu. Boah, was ist hier denn los? Facebook-Party. Tee-Party, ne? Alter, Falter. Was ist das denn? Einfach rein. Man, schauen, wo bist du? Wenn wir das Pferdchen verlieren, werden wir niemals Regulierungen bekommen. Wir müssen defendern, wenn wir hoffen, dass wir es durch dieses Ding machen. Die Stimme gefällt mir von Manjong, die ist sehr passend. Die ist klasse. Ja, manche Stimme sind wenig gut, ne? Juhu und Schau-Stimme war für mich der Favorit. Besser wie Juhu und Schau, habe ich noch nie gehört. Ich fliege. Au. Ab ins Wasser mit dir und Strom. Und Wasser, die vertragen sich nicht so gut. Ei, ei, ei. Geht an. Oh. Ich mag Manjong. Ich finde gut. Ich mag den Charakter jetzt schon. Nur einmal gesehen. Der gefällt mir. Wer nicht weiß, wie der Manjong ist. Also der hat später dann die neue Burg Hefei erbaut. Der ist auch verantwortlich für diese mega krasse Burg. Das ist alles entworfen. Sonst halt ein Stratege. Sonst halt so. Wer ist gut? Ich will für eine Waffe zwei kleine Stöcker? Ich muss ein Braindeaden für das Spam, pass mal auf. Direkt tot. Ah, der war ja schon angeschlagen. Boah, so viele Feuerbogenschütze auch noch. Report! Wir haben das Pier geklärt. Das ist eine Kussetzungsbekämpfung. Der cooler, wenn wir auch noch Versteckung kriegen würden. Ne, kriegen wir aber nicht. Hartlich von wo würde er die dann bekommen. Hier haben wir Gwangjong. Weiß ich nicht, ist das ein Zauzergebiet hier? Wahrscheinlich. Eingenommen. Nice. Können wir mit nem Boot wahrscheinlich hierüber, oder? Ne, kein Boot da. Spiels Batman. Wir speichern. Wie gesagt, die Action ist jetzt vorbei. Ich seh nicht mal jetzt einmal in der Stadt nochmal um. Wenn ich nochmal einen Luoyang kann, geh ich dann nochmal hin. Pferdestall und so. Ich weiß noch, wo der war. Ein Luoyang kenn ich mich dann doch ein bisschen jetzt aus. Guunjong. Je. Fuck. Luoyang müsste hier sein. Boah, Luoyang ist gigantisch. Hier, normale, normale Festung. Luoyang. Alter, fuck. Kann ich einfach so hinweisen. Ähm. Ich gönne mir jetzt das beste Pferd, was ich aktuell kriegen kann. No, in Zivilla. Just get a house. Just get a house. Haus. Ganz einem Schneegebiet jetzt hier, dieser Kontrast. Uuh. Aber ich bin direkt beim Pferdestall, genau da, wo ich hin wollte. Was? What the fuck. What? Achso, was sagen die Gegner? Ich dachte schon. Du brauchst ein Pferd? Stelle. Ähm. Ein Pferd mit grau-weißen Fell. Ein normales Pferd. Brauner. Ruhig, Brauner. Ein Rehbraunes Pferd. Ein schnelles Pferd. Das sind alles normale Pferde. Der muss sich den Braun nehmen. 10k. Habe ich. Easy. Ruhig, Brauner. Man kann das Pferd doch leveln. Da steht Level 1. Okay. Mehrere Möglichkeiten, Pferde zu entwickeln, indem sie lange Strecken auf Fernreiten, die in Stellen bei verschiedenen Pferden platziert wurden, indem sie sprinten. Ah, mein normales Pferd konnte ich nicht leveln, aber die, die ich hier kaufen kann. Ah, hätte ich mal R1 gekauft. Das ist natürlich wieder scheiße, ne? Da ist wieder scheiße gelaufen. Naja, konnte ich ja nicht wissen. Hm. Wo ist das jetzt? Just get out. Hier müssen wir hin. Wegmarke. Let's go. Das Pferd ja mal kurz bewundern. Just get out. Das ist der braune. Boah. Größeres Pferd, oder? Ich komme mir das nur so vor. Nein, komme mir, glaube ich, nur so vor. Ist schneller. Nur ein bisschen, aber es ist schneller. Ja, die Wegmarke ist sinnvoll. Gucken wir direkt zu unserem Haus. Wobei, wenn man das Haus gekauft hat, kann man da, glaube ich, auch immer hin. Trotzdem. Oh, habe ich die vergessen. Goddammit. Sind hier wieder Wölfe zum Überrennen? Ne, Bären. Ne, da... Da lasse ich lieber die Finger von. Braunbären, Alter. Also viele Braunbären. Einer war schon stark. Wenn es eine Quest gibt, vernichte alle Braunbären. Ja. Nicht mit mir. Wo reihe ich schon wieder hin? Das ist Zauzau, Leute. Hier sollen sie mal... ...pissen. Will ich ein Haus kaufen? Ein Gebiet des Feindes, oder was? Na ja. Ich bin zu oldschool. Ich benutze diese... ...ääh... ...diese Wegmarke nicht. Oh, der hat schon Level abbekommen. Fürs bisschen reiten. Ja, die müssen wir doch noch besiegen, ey. Sonst kriege ich die Wegmarke ja nicht. Na dann, wenn ihr meint. Wo ist eigentlich das zu Shang? Für die Hauptstadt der Wei. Wei-Armee. War noch nicht gesehen auf der Karte. Ist so viel zu erkunden. Ich freu mich schon auf den Nanbarn-Dschungel. Und auf Wüste. Ne? Das können wir auch gleich mal auf Karte gucken. Die Matengen-Wüste. Der Nordwesten. Wie groß sie wohl ist. Das finde ich, by the way, cooler als bei Skyrim oder Oblivion. Du hast hier mehrere Gebiete. Wie eine große Eiswelt an die Wüste. Ist halt wie in Breath of the Wild, ne? Breath of the Wild war es auch so. Teilweise ist es sogar noch hälftiger. Da gibt es nur die Lava-Welt. Hier gibt es keine Lava-Welt. Ist ja klar. Aber hier gibt es den Dschungel dafür. Na gut, im Breath of the Wild gab es auch einen Dschungel. Aber nur so einen Lidl-Dschungel. War nicht so toll. Mach den Dschungel nicht. Breath of the Wild. War nicht so besonders. Gimme, gimme, gimme. You're the piece of shit. You're the piece of shit. Okay. Hamas? Hamas. We can with every area we take. Okay. Die Weg mag ich mir irgendwie weird. So wird dann im automatischen Karte aufgerufen. Flugtokalen. Ich weiß noch was hier mit der Umgebung ist. Denken ja auch nichts so auf wie die Türme. Türme sind besser. Just get out. Ah, nee. Das da hinten ist unser Haus. Mein Haus jetzt. 30.000. Da habe ich immer noch 11k. Sie können Verstecke mit Mobiliar ausstatten. Je nach Art des Mobiliars. Werden verschiedene Funktionalitäten verfügbar. Und Offiziere, die Sie kennen, werden Sie besuchen können. Ah, wie mit Jukri Young, die Free Visits. Die Mobiliar erhalten haben. Sollten Sie versuchen, dein Versteck damit auszustellen. Das Problem ist, dass es Mobiliar teurer ist. Sollte Sie sich verstecken teilweise. Nur die Schuhflagge hat schon 15.000 gekostet. What the fuck, denke ich mir nur so. Boah. Hier wohnen ich jetzt. Klein aber fein. Also, das ist größer als meine Wohnung, ne? Ja. Ich habe nur eine Ankleide. Klasse. Oh, guck. Guck, 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 guck. Aha. Hier kann ich das Stadt-Outfit bekommen. Ah, okay. Leute, wie sieht die Bude aus? Normales Kostüm. Oh, Gott. Alter. Kamer Sunjian, Freunde. Ah. Hier hat er wieder die grauen Haare und so. Das ist der DW6 Sunjian. Und das ist der Oldschool Sunjian. So von jedem etwas quasi. Okay. Interessant. Da kann man sehr viel Stuff machen. Aber wir haben halt nichts, ne? Wir haben halt nichts. Briefe kriegt man sogar geschrieben. Ich will keinen Brief jetzt an. Ciao, Jun-Sinn. Kosten 10. Ach so. Das kann ich noch entfernen. Ja, nee. Ich muss auch noch dafür aufkommen, um das zu entfernen. Sind die bescheuert? Soll ich dir jetzt echt einen Brief schreiben? Hallo, Ciao, Jun. Du kriegst jetzt einen Brief von mir. Du bist eingeladen. Ich mag dich zwar nicht so besonders, aber du bist eingeladen. Oh, mein Gott. Dauert eh, bis der kommt. Ja, Freunde. Das habe ich tatsächlich noch eine halbe Stunde Zeit, aber... Ich werde auch halbwegs müde. Ich gebe mein Fazit ab. Die ersten acht und eine halbe Stunde. Spiels. Es ist schau, Jun, als ob der jetzt schon gekommen ist. Okay. Moment. Pardon me. Bitte verzeih mir, plötzlich ist ein Rennen. Ich möchte kurz mit dir sprechen, wenn du erlaubst. Klar. Und jetzt? Wie rede ich mit dir? Jetzt schilt er hier, oder was? Mein Haus, jetzt? Was? Ist das ein Bug? Quadrat hast du es normalerweise reden. Man muss noch mal weggehen. Alles klar. Hier, take this. Ja, da jetzt ist es kein noch von Guild Wars. Da gab es das auch. Mehr nicht. Gib mir mehr. Ich bin sehr glücklich. Gibt mir nichts mehr. Dafür bin ich dich eingeladen. Du musst dir jetzt hier gemütlich und du gibst mir nur so ein kleines Scheiß-Material. Ja. Gut. Das große Fazit zu Dynasty Warriors 9. Nach 18,5 Stunden Spielspaß. Anfangs habe ich gedacht, was ist das? Ich kam mir überhaupt nicht klar. Also es ist mega überwältigend am Anfang. Es gibt so viel. Hier, zack, 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 zack. Tausend Menüs. Alles verändert. Also, alte Dynasty Warriors Hasen, die kommen nicht mehr in das Spiel. Hier rein. Es ist komplett anders. Es ist nicht einsteigerfreundlich. Aber so nach zwei, drei Stündchen kommt es so langsam rein. Das Quest-System. Level-System. Und, und, und. Ich denke, ich habe immer noch nicht alles durch die Verstauung erkundet. Das ist halt schon ein kompliziertes Spiel. Mein Vorfazit kommt ganz gut hin. Es ist ein verdammt gutes Spiel. Aber kein Dynasty Warriors. Warum kein Dynasty Warriors? Naja, wir questen, wir erkunden. Wir haben Open World. Das ist nicht Dynasty Warriors typisch. Wir haben sogar Jump'n'Run Passagen gehabt. Klar, es gibt hin und wieder die Kämpfe. Was am meisten Dynasty Warriors-Feeling war, ähm, Schlagformula-Tor, beziehungsweise Si-Shui-Tor. Da war wirklich eine Stunde Action. Kampf, 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 nur kämpfen. Verdammt lange, verdammt geil. Das war wirklich Dynasty Warriors. Aber, so, alles in allem, ne. Es ist halt ein anderes Spiel. Also, ja. Muss man ein bisschen komisch beurteilen. Also, wer Dynasty Warriors will, für den ist es vielleicht, je nach Stand und Offenheit des Genres, kein gutes Spiel. Für mich, der sowieso Open World Spiele mag, wie Oblivion, Skyrim, Rough the Wild. Für den ist es natürlich fantastisch. Du hast ein Open World mit Deinches Warriors. Mein Gott. Hat mein Sohn noch nicht gesehen. Kann man aber machen, ne. Ich hab ein bisschen Angst vor dem Umfang. Guck mal. Das haben wir gemacht. Dieses kleine bisschen. Das ist die komplette Karte. Wir haben ein Achtel des Spiels geschafft, behaupte ich mal. Oh, das ist die Wüste von Mateng. Cool. Schade, dass wir es nicht sehen konnten. Wir haben das Eisgebiet gesehen. Das flache Lamp von Zheng Zhao. Ein bisschen was hier beim, bei Lu Yang, beim Sichui-Tor unten. Ein bisschen hier was. Das ist ja Lu Yang, meine ich ja. Hier ist Lu Yang. Hier war, mussten wir langen. Der war in Schnee. Oder war hier auch Schnee. Hier war auch ein bisschen Schnee. Der war mein. Ja, also. Ist schon gut. Also, ich würde es euch empfehlen. Kann man kaufen, das Spiel? Man darf halt nur nicht, ähm. Letzten klassischen Steins Royals. Was erwarten. Ach, guck. Gut, ciao. Versorgungslager. Yanji. Bei Ma. Alles Gwendo related hier. Gut. Hier geht es übel zur Action ab. Das mache ich morgen. Privat. Ja. Ich messe ein PC hätte, würde ich morgen wahrscheinlich wieder streamen. Warum nicht? Ist ein gutes Spiel zum Streamen, by the way. Macht Spaß. Vielleicht macht es alleine gar nicht so viel Spaß. Aber zum Streamen macht es mir sehr viel Spaß zu machen. Also, ich habe wirklich jede Sekunde genossen. Außer am Anfang, muss ich sagen. Das Tutorial war nervig. Ähm. Manche Nebenmissionen haben sich wiederholt. Das finde ich nicht so gut. Die Klonwaffen finde ich nicht so gut. Was ist noch richtig bad? Ja, die Lags natürlich, klar. Ich habe es ja im Stream gesagt, aber ich will es jetzt eigentlich nochmal resümieren. Was war noch richtig schlecht? Das Wasser sieht nicht so toll aus. Die Render Distance kann ein bisschen komisch sein manchmal. Manchmal unsichtbare Mauern. Manchmal verbuggt man sich so an den Wänden, an den Felsen. Äh. Muss flüssiger laufen, also. Ein Patch kommt hoffentlich noch. Ja, stimmt, Masamune. Die Stimmen. Ähm. Manchung Stimme hat mir sehr gut gefallen. Yuan Chao Stimme war klasse. Und jetzt bin ich Lubu, der Gentleman. Früher war ich Lubu. Kann jeder mir eine gute Herausforderung geben? Und jetzt bin ich Lubu, der Gentleman. Wollen Sie ein Spiel spielen? Ich bin hier der Bankier vom Spielcasino. Das ist der neue Lubu. What the fuck, man. Viele Stimmen sind grauenvoll in dem Spiel. Zauren Stimme. Uuuuuh. What the fuck, man. Was haben die geraucht bei den Stimmen? Also die NPC-Stimmen gefallen mir. Die variieren. Ah, die Hauptcharaktere. What the fuck. Ist... Drass gelitten. Ist mega schlecht teilweise. Also Lubu und Zauren waren die Extrembeispiele. Ähm. Masamune hat hier in der Quartal geschrieben. Lumeng, Sun Jian sind noch schlimm. Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht so schlimm wie Zauzaun-Lubu. Ja. Also das Erkunden macht wirklich Spaß. Wie gesagt, am Anfang hatte ich am wenigsten Spaß, weil man erstmal reinkommen musste. Und das wird jeden von euch so gehen. Deswegen würde ich das niemals blind-rpieren. Was mache ich übrigens hier eigentlich hier oben? Blind-rpieren würde ich es nicht. Ich meine, jetzt habe ich es blind gestreamt. Aber gestreamt ist halt was anderes. Da konntet ihr mir helfen. Am Anfang musstet ihr es auch. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt bin ich drinnen gewesen. Aber, ja. Ich finde es sehr schön, dass auch diese Goodies hier in der Welt versteckt sind. Wir haben am Hulao-Tor ein paar Jump-run-Rand-Passagen machen müssen, um an extra Sachen zu kommen. Und eben halt diese Kiste, die ich immer noch nicht gekriegt habe hier. Beim Berg... Wie hieß der nochmal? Bergzong. Just get over it. Ja, hier. Immer noch nicht. Keine Ahnung, Mann. Muss ich irgendwie mal privat nochmal versuchen. Guck ich mal. Gut, Freunde. Ich lade das auf YouTube hoch. Dient als erster Einblick. Ich spreche jetzt schon mal für YouTube. Ihr könnt natürlich eure Meinung auch in die Videokommentare packen. Weil der Twitch-Stream endet hier. Ich bedanke mich bei allen, die drangeblieben sind. Auch bei allen, die nur kurz dabei waren. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe nicht mit so viel Interaktion gerechnet. Vor allen Dingen gerade am Anfang. Habe ich gefreut. Scheint ja, dass Dines Royce gerade viele fasziniert und interessiert. Sieht man auch bei YouTube. Die Dines Royce Videos oder Orchie Videos haben immer die meisten Aufruf bei mir. Ist halt so. Ich bin der größte Dines Royce Let's Player im deutschen Raum. Das haben wir dann auch gemerkt. Freut mich. Bald war das so bei. Ich bleib dabei. Ich mach weiter. Gibt noch so viel Dines Royce Titel zu spielen. Zu Let's Playen. Zu Streamen. Whatever. Und ihr bleibt hoffentlich auch dabei. Also, ich bedanke mich für das Ansehen. Macht's gut. Gute Nacht. Ich gehe jetzt gleich schlafen. In einer Stunde oder so. Ich zähle mich jetzt noch ein bisschen hin. Muss er sein. Nach zehn Stunden fast, ne? Gut. Bis dann. Auer rein.